Hallöchen und herzlich Willkommen. Ja, ich bin schon wieder da. Ja, ich habe gedacht, komm, kommst du heute mal ein bisschen früher. Erschrecken Sie mich, Donnie, so. Hä? Okay, dann. Hörst du dich so erschrecken? Ja, jetzt war schon besser, jetzt war ich vorbereitet. Dankeschön. Ja, sehr gut. Dann hat sich das ja wieder ausgeglichen. Absolut, absolut. Was machst du für Sachen? Ich arbeite. Ja, wo? Im Unicorn? Oder ich weiß es nicht. Hä? Genki natürlich. Ich dachte anders. Entschuldigung. Nein, noch nicht, noch nicht. Ach so, du hast dich dort beworben? Ne, noch nicht, aber steht noch aus. Vielleicht werde ich auch Model, ich wurde ja gestern angefragt. Und du bist kein Model? Nein, ich arbeite ja am Samstag auf der Wohnshow. Ja, gut. Okay. Ja, schwierig. Was ist schwierig? Ich kann ja nicht beides gleichzeitig machen, ne? Mhm, 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 mhm. Äh, wenn der Genki offen hat, dann komme ich, denke ich, auch mal kurz vorbei. Es hat noch nicht offen, aber du kannst gerne vorbeikommen. Okay. Bedeutet, man bekommt nichts zu essen. Ich kann ja gerne was machen. Oha, jetzt geht's aber rund. Ja, natürlich. Klima. Na gut. Dann mache ich mich mal auf den Weg, kann sich nur um Stunden handeln. Alrighty. Gut, bis denn. Frei, wenn du da bist. Äh, nö, nö, ich sag einfach noch Hallo. Okay. Bis denn. Bis denn. Ja, John ist noch nicht so ganz begeistert von der ganzen Sache, aber John hat ne Idee. John hört sich einfach alle Seiten so an. Reverend John, alter, das ist schon ein ganz anderer Typ. Eigentlich müsste ich den Witz gemacht haben hier von wegen, ähm, kannst du mich nennen? Also so, äh, Dings der, Kessiah sagte ja gestern, ähm, Reverend. Und, so gedacht, vielleicht mache ich den Witze. Äh, ja, wir können mich nennen, wie sie wollen, ist alles kein Problem. So nach dem Motto, weil... Ja. Ist so. Und dann... Hat er gesagt, ja, ja, ähm, von wegen... Ja, ist ja egal, ähm... Gut, dann nenn ich sie Reverend oder Pater oder was auch immer. Solange sie mich nicht Daddy nennen, ist mir alles okay. Wenn dann ein Daddy gekommen wär, ach du Scheiße. Okay, Daddy. Ein Wunderschön. Hi, wo, 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 wo du sein? Äh, ich steh drin, bist du schon draußen? Ja, ja, ich bin grad angekommen. Also okay, ich mach die Tür auf. Hier, bi gleich. Bi gleich. Alle. Oh mein Gott. Ähm, was denn? Schreib mir nirso an. Ich krieg nur Kopfschmerzen. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Alles gut. Sehr gut. Ja, nicht viel. Ein bisschen arbeiten und so. Ja, ein bisschen. Und selbst? Nicht viel. Ein bisschen arbeiten und so. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ist das irgendwie? Hm. Was denn? Was ist, was? Echt chic aus. Ja, danke schön. Hm, steht dir. Ah, danke. Ja, bitte. Danke, danke. Ist das wieder ein Anmachversuch? Äh, nein. Ich sage nur, dass du gut aussiehst. Das ist keine Anmache. Ja, eben. Ja. Ja, ja. Haru wird es aber so sehen. War gestern auch wieder unmöglich. Hm, warum? Ja, wir waren alle noch bei Just Right, weil Kiki ihren neuen Roller gestalten wollte da. Mhm. Und, äh, ja, er ist halt mitgekommen, so hat sich an den Rand gesetzt, hat alles so ein bisschen beobachtet und, äh, kam dann plötzlich so, ja, komm mal mit, bitte. Und ich so, ja, ist okay, was denn? Äh, ja, ich glaube Aiden ist eifersüchtig. Und ich so, hä, worauf denn? Ja, auf dich und, und Misha. Und ich so, hä, Aiden kennt mich fast gar nicht, was lauerst du für Müll? Die ganze Zeit so von der Seite, so, keine Ahnung, ganz komisch. Okay. Er hat das Gefühl, er sieht irgendwas und, und, äh, es ist alles ganz anders, als er das sieht. Okay, ja, also er, er sieht irgendwelche Beziehungen, die nicht da sind, man so. Jedenfalls nicht mit Aiden. Mit wem dann? Misha. Ach, seid ihr zusammen, oder was? Mh? 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 Ja, ich weiß. Du hängst auf jeden Fall viel mit dem ab. Ja, hi David. Ach, ne. Der hört. Ne, nein, John ist gerade hier. Wie? Äh, vom Genki. Je. Je. Okay, alles klar. Bis gleich. Ja, ist, äh, ja. Er hat's nicht gerade, äh, versteckt. Ne. Ja, gut, also auf den ersten Blick hätte ich's nicht gedacht, aber ihr habt jetzt so viel Zeit miteinander verbracht, da hat man's schon so ein bisschen geahnt, aber du weißt, wie ist es am Ende des Tages egal. Hauptsache du bist glücklich. Ja, das ist, äh, ja, bin ich. Aber er hat sich ja gestern wieder so voll komisch verhalten. Haru, oder was? Ja. 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 Er ist halt immer irgendwie dabei, aber auch so nicht dabei, so mit dem Kopf, keine Ahnung. Naja. Ja, ich glaub, der arbeitet auch unfassbar viel, hab ich das Gefühl. Hm. Dann hat er nie Zeit und dann, wenn er dann Zeit hat, dann ist er müde und so, weißt du? Ja. Ja. Das ist halt immer ein bisschen schwierig dann bei ihm. Wir haben mal nur versucht, ihn abzulenken, weil er die letzten Tage nicht so gut drauf war, aber irgendwie, weiß ich nicht. Äh, ich weiß warum, aber ich darf's selber tatsächlich nicht erzählen, weil, ähm, das noch nicht alles spruchreif ist. Achso, okay. Aber das ist schon traurig, sehr traurig. Okay. Unfassbar traurig. Okay. Und deswegen, ähm, sagen wir mal so, ähm, wenn so ein Verlust eintritt, dann ist man, ist gerade ein Haru sehr geschockt. Ah, okay, verstehe. Ja. Hm. Ja, aber du weißt, was ich dir sagen will. Ja, ich weiß schon. Ja. Wenn ich mehr weiß, kann ich dir natürlich auch dann dazu was erzählen, weil ich hab keine Ahnung wie und wo und wann. Ja. 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 Okay. Ach Mensch. Ja, nicht so schön, nicht so schön. Äh, nee, sowieso ist nie was schön sowas. Na, geht halt um ne Beerdigung und so bei mir deswegen. Ja. 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 Deswegen, keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht hat's was mit Haru zu tun, das kann ich dir nicht sagen. Hm. Okay. Ja. Blöd. Aber das ist, ja. Ja, das ist wirklich blöd. Naja, wenigstens war gestern ein bisschen besser drauf. Hm. Ein bisschen. Genau, nur ein bisschen. Ja, das ist doch schön. Ja. Aber wie gesagt, du hast nichts davon gehört. Erzähl es auch bitte nicht weiter. Nee, 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 nee. Sonst kriegt er Panik, du weißt wie der ist. Ah. Nee, nee. Job im MD und John ist dran schuld, was halt einfach nicht stimmt, aber er wird sich sagen. Nee, nee. Ich sag gar nichts. Wenn, wenn ich... Weiß nur das, was er mir selbst sagt, sonst weiß ich nichts. Genau, genau. Wenn, wenn es offiziell ist, dann kann man ihn ja drauf ansprechen. Ja, klar. Hm. Ach, warum? Also wenn ich natürlich auch mehr weiß, weil wahrscheinlich wird es über uns laufen, dass es offiziell wird oder so. Ja. Okay. Deswegen. Ja, ich habe ihm ja selbst schon gesagt. Er soll sich Zeit lassen, wenn er sonst sagen will, dann okay, wir hören immer zu. Und wenn nicht, dann ist das auch kein Problem. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ich muss zugeben, so unter uns jetzt, ja. Hm. Ich weiß nicht, ob Haru sich noch so wohlfühlt, so bei uns in der Gruppe. Weil du merkst es ja zum Beispiel so, ja, er kann interna nicht ausplaudern und dies und das und seine... Hm. Ich glaube, das macht ihm das halt gerade übelst schwer. Ja. Ja, ich habe das letztens schon gemerkt, als wir da drüben auf den Bänken saßen. Wir waren halt so ein bisschen am Rauchen und so, wenn du verstehst, was ich meine. Hm. Ja, ich würde euch das nicht anraten. Das ist nicht gut. Und, weißt du, bei mir kann er das ja machen, aber es gibt Menschen, die sind darauf jetzt nicht unbedingt gut zu sprechen. Ja, das ist es halt. Ja. Und die Frage ist, ob für ihn dann eben so, sag ich mal, so hart es klingt, ob wir, sag ich mal, normalen Leute, die jetzt vielleicht nicht bei einer Behörde arbeiten, jetzt vielleicht, ja, der beste Umgang für ihn sind. Ja, das ist halt so ein Clinch, ne? Ja, ja. Ich meine, am Ende des Tages, über was kann er sich mit uns unterhalten? Auf jeden Fall nicht über seinen Alltag. Ja, das ist das Schwierige. Es ist immer nur interner, darf ich nicht sagen. Genau. Das ist es halt. Hm, schwierig. Ja. Und ich glaube so persönlich, er wird so seine Freunde jetzt im MD finden und vielleicht weniger mit uns dann sprechen und so. Hat er gestern aber auch schon gesagt, dass er gute Freunde gefunden hat im MD und mega Spaß hat und so. Also es läuft wahrscheinlich schon darauf hinaus, ja. 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 Da werden wir, ich meine, er wird ja auch in sein Ding da reinwachsen und ja. Ja, natürlich. Vielleicht wird er dann wieder ein bisschen offener sein und ein bisschen verstehen, was intern ist und was nicht. Ja. Er ist halt auch noch ziemlich jung. Das muss man ja auch sehen. Eben. Eben, eben. Von daher. Ja. Ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ja, eben. Er ist auf jeden Fall immer herzlich eingeladen und das weiß er auch. Ja. Eben. Ob er es dann macht oder nicht, das ist dann seine Entscheidung. Ja. Das ist eine gute Frage. Muss ich mal kurz was nachgucken. Mir geht gerade was durch den Kopf. Ja. Ja. Ähm. Was ich mal nachgucken könnte. Infos? Kann ich sagen. Fuck, ob ich die Nummer jetzt abgespeichert? Muss man kurz jemanden stalken. Ah ja, okay. Okay. Äh... Ja, weil ich habe jemanden kennengelernt und bei der Person bin ich mir so... Ach, man trifft Leute, sagen wir es so. Okay. Und ich will halt so ein bisschen gucken, wer das eigentlich ist, was die Person so macht, beruflich und so. Hm. Ist das so viel? I don't know. Hm, fährt weiter. Ja. Was denn? Ich hüpfe da mit dem Fahrrad hin und her. Ähm. Tschüss. Ach, Mann. Oh, da kommt David. Oh, da kommt David. Hm. Hallo, David. Ja, okay. Ja, so, ey. Ich habe die Person nicht gefunden. Andere Name vielleicht. Das kann sehr gut möglich sein. Oder Profilversteckt. Oder so. Ja, da überlege ich auch nämlich gerade drüber, ob ich nicht einfach mein Profil verstecke, damit die Leute mich nicht nerven. Ähm, ja. Was denn? Wäre eine Option. Du hast aber Antworten heute, Allah. Ja, oder? Mann, hallo. Gib mal eine Kippe, bitte. Moin Giorno. Du hast es aber, hast aber heute wieder, äh, ordentlich, äh, Musik. Äh. Ja, hier würde ich schon mal wach werden, ne? Wird es denn mit dir los? Bisschen, Brüde. Wird es denn mit dir passiert, Herr Mäh? Wach geworden und keine Kippen mehr gehabt. Ich denke so, ach. Scheiße. Bitte nicht. Damit, ich glaube, 85 Grad hierher gebracht hatte. Äh. Ich denke, äh, Zigaretten, gib. Ja, David. Ja, damit, was? Nee. Äh. Wie geht es dir sonst so? Ja. David, was ist los? Nix. Haru will irgendwas mir erzählen. Oh mein Gott. Was will ich dir denn nicht sehen? Keine Ahnung. Irgendwas wegen der Genki-Konsortentruppe hier. Mhm. Genau, wie ich denke. Das hat er mir noch nichts gesagt. Du hast ja. Ja. Ja, wir waren halt letztes hier alle so ein bisschen am Rauchen, ne? Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, halt die ganze Zeit, ja, das solltet ihr nicht tun. Das ist nicht gut und ich würde die Finger davon lassen lassen. Okay, dann würde ich lieber aufhören zu rauchen und anfangen zu kämpfen. Weil das eine schädigt meine Lunge, beziehungsweise könnte mir Krebs geben und das andere heilt das. Ja, ich weiß nicht, Haru ist in letzter Zeit so ein bisschen, weiß ich nicht. Teilweise. Lindert den Schmerz. Ja. Ja, aber weißt du, worauf ich hinaus will, ne? Ja, ja, ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Das eine ist besser als das andere, meinst du? Ja, richtig. Zwar, ne? Verboten, beziehungsweise in großen Mengen verboten, aber hey. Ja, eben. Ja, wenn Haru das meint, dann... Ja, entweder das oder das andere. Also David... Weil ihr da quasi ein Perma-Abo habt. Nois. Ich sag mal so, also wie ich Haru so verstanden habe, ich hab eher das Gefühl, er wird sich jetzt so eher an die Leute im MD halten. Ja, ja, das war klar. Ja, so. Einfach, ich meine, es ist auch unglaublich schwer für ihn, wenn du mal so bedenkst, ne? Ja, auch dieses. Ja, der kann nichts mit uns teilen, einfach. Doch sein Geld. Das war das Herzige, ne? Nein, das war klar, das wusste ich von Anfang an schon, das wird auch so kommen. Ja, ja. Aber du weißt ja, wie das ist, ne? Wenn du dann irgendwie bei irgendeiner Behörde arbeitest, dann ist immer... Wenn du jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Sekretärin im Department of Justice bist, dann wirst du so oder so, oder du noch mit den Leuten intern abhängen. Ja, ist so. Ja, ist meistens so. Ja, dann passiert ihm das Gleiche irgendwann wie Sophia. Mhm. Und sie arbeitet und arbeitet und arbeitet und arbeitet und vernachlässigt alle Freunde und hat nur noch die auf Arbeit quasi. Ah. Aber jetzt hat sie ja gekündigt, also von daher. Ja, sehr gut. Ja, wäre schade, wenn es anders wäre, ne? Hm. Oh, Mann. Ach, Haru. Ach, Haru. Ne, aber wie gesagt, ich meine, für ihn ist es ja auch besser, der kommt da nicht in die Bredouille. Ja, das ist schon so. Und dann ist auch okay. Ja, das ist wohl richtig. Mhm. Und bei dir so? Was gibt's Neues? Ah, guck mal, wenn man von Sophia redet. Ja, die fährt irgendwie schon das dritte Mal jetzt hier dann. Sophia! Ja! Ja, bei mir nicht so viel Neues. Heute Abend Gottsdienst. Ja, ich bin leider nicht da. Ne. Auch beim Drachenfest bin ich auch nicht da. Ja, das ist so das Problem, ne? Zwei Events nebeneinander. Ja, schwierig. Ich bin einfach nirgendwo. Doch am Samstag bist du auf der Mondschalke. Ja. Ach, weißt du das eigentlich schon? Was? Gestern? Alter. Gestern war hier übelst viel los, als du weg warst. Ja, ist immer so. Ja, nicht nur deswegen, sondern die kamen hier mit einer weißen Limousine an. Hier Stylisten aus Korea, Make-up-Artists, Blabla, schieß mich tot. Haben alle angesprochen, ja, wir suchen noch Models für die Modenschau, du siehst super aus. Wie wär's denn? Ich so, ja, ich arbeite schon da, Dankeschön. Warte. Jeden angelabert hier. Mhm. Ja, und kaum waren sie weg, war wieder tote Hose. Ja. Hm. Hier mal. Weiß, weiß, äh, Alessa, weiß David eigentlich, ähm, bezüglich, äh, deiner, äh, wie soll ich sagen? Nein. Okay. Nicht direkt. Okay. Na, erzähl. Ja. Naja, wir hatten es ja gestern schon davon eigentlich. Ach so, mit Mischa. Ja. Ja, war klar. War klar. Nö, 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 nö. Und er war halt auch dabei. Das geht nämlich schneller, dass er irgendwo in den Turfs dann hockt. Ja. Und plötzlich zieht er mich so zur Seite und sagt, ja, ich glaube, Aiden ist eifersüchtig. Ich so, hä, warum sollte Aiden eifersüchtig sein? Der kennt mich doch kaum. Also dann kommt sowas um die Ecke, wo ich mir nur so denke, ey, wo hast du das denn jetzt wieder her? So ganz random, ey. Wenn er das mal irgendjemandem falsches sagt, dann ist echt nicht mehr so. Ach, mir ist das doch so scheißegal, ey. Ja. Ich will halt nicht, dass andere dann denken, ja, er ist irgendwie eine Petze und kriegt dann Probleme oder irgend so'n Scheiß. Hm. Will ich auch nicht. Ja, das ist das Problem. Haru muss sich wirklich überlegen, mit wem er redet und was er sagt. Weil ich glaube, das wird ihm irgendwann mal voll ins Bein schießen. Wird sich da so abgehärtet, weil man möchte, dass alles nicht juckt. Gestern lag Tommy so am Boden, weil es hat so einen auf, ja, ich sterbe hier gerade gemacht, wie er halt immer ist, ne. Und, äh, Kiki dann so, ja, wir brauchen einen Arzt, wir brauchen einen Arzt und, äh, Haru schmeißt einfach so laut in die Runde rein, ja, ich arbeite nur für Geld. Und ich denke, Junge, du arbeitest im MD. Du arbeitest nicht für Geld, du arbeitest für Menschenleben. Ja, das kannst du noch nicht einfach so rausposaunen. Irgendwie hat er seinen Job noch nicht verstanden. Ja, das, äh, wie gesagt, wenn falsche Leute das hören, das kann dann echt nach hinten losgehen. Naja, das kann echt nach hinten losgehen. Fährig. Bestellung für Quickie, ist das noch fertig gemacht gestern? Äh, die habe ich vorhin eingetragen und ist auch schon bereit, tatsächlich. Habe ich vorhin gerade alles gemacht. Auch das erste Mal bestellt, what the fuck? Kann nicht sein. Hä? Äh. Gib nochmal. 233999. Eingesteppelt? Ja. Ach Mensch. Ach ja, der Haru, ne? So wie er ist. Ja, ich mache mir halt echt ein bisschen Sorgen um ihn. Ja, ja, ja. Doppelt ja. Ich will halt auch nicht sagen, weißt du, er hat mich gestern angerufen, hat gefragt, ob ich ihn abholen kann. Er würde auch gerne hierhin kommen. Ich bin halt immer auch so ein bisschen im Clinch, ob ich ihn jetzt holen soll oder nicht, weil dann halt genauso was wie dabei rumkommen. Ja, eben. Wird auch schwierig. Schade. Ja, ich meine, guckt ja Alexei an Alexei, von dem höre ich auch nichts mehr. Also ich weiß nicht, ob ihr was hört, aber... Ne, ne, gar nicht. Ich glaube, David hat mal mit ihm telefoniert, aber sonst... Naja, ich habe mal mit ihm eine SMS getauscht und dann nie wieder. Also vor kurzem, aber da hat sich nicht mehr gemeldet. Entweder ist er komplett bei seinem Rage entdeckend aufgegangen, oder ja. Ja. Oder ja. Bleiben wir dabei. Ja, das ist... Ja. Ist halt schade. Aber was willst du machen? Maga, Ruan. Ja. Aber sei ehrlich, was willst du machen? Ja. Jeder wählt seine eigene... Das sieht mal komplett räudig aus, Alter. Das ist... Ah, hübsch. Ah. Ah. Die Schuhe passen jetzt nicht so, aber sonst... Was ist das? Wir müssen uns damit abfinden. Ja, die Hose, die ist halt echt gewöhnungsbedürftig. Okay. Offizielle Arbeitskleidung haben wir ja nicht. Ach, sehr schön. Gut, dass ich auch in meiner offiziellen Arbeitskleidung rumrenne. Ha! Ha! Alles. Muss ich mir alles selber kaufen, so eine Scheiße. Ja, das muss ich immerhin nicht. Ah, ja. Was siehst du? Ach, ja. Nee, nee. Muss auch gucken, weil... Für mich wird es wahrscheinlich auch so sein, dass ich die nächste... Also, dass ich jetzt ziemlich viel oben im Norden sein werde. Was ich wahrscheinlich auch wegziehe. Auch von Haru, was mir auch irgendwo leid tut. Ja. Was willst du machen? Das ist halt so viel. Nachher lästert er noch über dich. Ach, das weiß ich nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, er verliert kein schlechtes Wort über mich. Es wäre sehr schade. Ich hoffe, er verliert kein schlechtes Wort über uns alle. Dann fängt er sich welche. Das geht dann schnell. Wir wollen ihn ja. Wir wollen ja nur das Beste für ihn eigentlich. Eben. Gibt halt auch Grenzen dann, ne? Also, das ist halt so das Problem. Das geht dann ganz schnell. Wird dann mal eben eingepackt und dann, äh, tschüss. Back to the roots. Ach, so weit runter. Okay. Ja, aber dann ist das halt leider so. Er muss halt ein bisschen auf sich aufpassen. So, das ist immer so. Aber schade, wenn er dann alles verspielt. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt. Übrigens, ich bin letztens, äh, David, das hab ich dir gar nicht erzählt, zweimal ne Überfall ab, äh, ja, entwischt, mehr oder weniger. Ach, Mann, ey. Ja. Sehr mit dir. Ja, aber beim ersten Mal bin ich zu Trix Empire gefahren. Und ich wollte eigentlich mitfahren. Ha. Ich, ich park, ich, ich hab gerade gehalten, äh, also kurz davor gehalten und dann sich, da ist kein Kassierer, kein gar nichts. Und schon rennen so zwei Jungs auf mich los. Einer, keine Ahnung, mit irgendwas in der Hand. Und ich dann nur so, okay, tschüss. Direkt Spidi angerufen. Ja, das, das, die waren eh schon weg. Also von da. Andere Sache, du brauchst ja gar keinen Viersitzer mehr, wa? Wie? Er. Ey, ich. Warum? Alessa schweigt. Okay, warum brauchst du keinen Viersitzer mehr? Ja, äh. Du hast welche? Ja. Kann ich mir ja auch ein Bike kaufen. Stimmt. Wär auch was. Warum hab ich welche? Ich hab welche. Was auch? Fahr ja auch gerade mit einem rum. Naja, stimmt. Firmenwagen. Und das zweite war halt, da stand ich bei Aphrodonis, ich hab noch ein bisschen mit den Leuten dort gequatscht, ne? Und dann, die hatten schon zugemacht, ne? Und wir waren trotzdem im Laden haben gequatscht und auf einmal will einer reinrennen, merkt die Tür zu und dann hörst du noch so einen, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Der rennt direkt zum Auto wieder. Oh, die Leute, ey. Das ist aber auch ein Glück. Ja, aber ich hab gehört, das soll ja richtig schlimm sein in den Einkaufsläden, ne? Ja, du sollst also laut Mike, Mike ist ja ein Kollege von mir, er meinte, bevor du einkaufen gehst, geh ohne Geld rein, probier die Sachen an, gib die ab, dann hol Geld und dann bezahl die Scheiße. Mach das nicht mit 400, 500 Dollar da reinrennen, in Serien ruhig da einkaufen, aussuchen und ne? Ja, ja, das ist es halt. Das war auch ein Tipp, den ich, den ich schon öfter mal gemerkt habe. Naja, gut, ich war ja da glücklicher, ne? Ja. Oh, pf. Tschöö. Mahlzeit. Oh Gott. Ja. Wollen würdest du was zu essen trinken? Gerne, gerne. Und wenn ihr was leckeres zu essen zu trinken habt, würde ich mich freuen. Wir haben nur leckeres Essen. Hallo? Ja. Ihr müsst euch ja nicht so viel Mühe machen um mich, das meinte ich. Wir machen uns immer Mühe. Hallo? Okay, okay, sehr gut. Wir repräsentieren hier das Genki, okay? Bei Genki schmeckt mir alles gut. Das ist ja das Problem. Okay, dreimal Kurbel. Wird gerne machen. Nein. Ja, nein, du kannst ja direkt wieder Feierabend machen. Let's go. Also bei drei Kurbel, ja. Ja. Was sind denn, wie viel kostet denn? Ein Kurbel nochmal. 300. Noch. Wird es noch teurer oder was? Ja, wahrscheinlich schon. Es ist im Moment schwierig. Du weißt ja, dass die ganzen Klamottenläden zugemacht werden. Neue Lizenzen werden gerade erstellt und alles. Hab ich auch schon gehört. Und so habe ich das halt rausgehört. Und ja, es ist halt schwierig. Sobald, wie kann man das beschreiben, ohne irgendwas groß zu verraten. Du hast einen Mietvertrag. So, dann kauft jemand das Haus und es wird einen komplett neuen Mietvertrag geben. Ja, ja, ja. Ich weiß noch was. Das betrifft ja einige hier. Ja. Ja, und quasi so ist das hier dann auch. Ne, krass. Und da muss man alles nochmal durch und nachrechnen. Also gut, dass ich damit nichts zu tun habe. Das kann dann eine Geschäftsführung machen. Ja. Die zweite ist, ob es dann überhaupt noch rendiert, ne? Also. Es haben schon einige Läden zugemacht jetzt. Für die Kunden ist halt schwierig. Ja, hier, die Pizzeria macht dicht. Komplett. Krass. Weil, zum Beispiel mit, nehmen wir mal das Kobo-Stick einfach als Beispiel. Mhm. Was wir denn prozentual nehmen müssten, wäre das fast, also wir könnten 1500 Dollar quasi nehmen für den Kobo-Stick. Krass. Ja. Und irgendwas ist mit den Behörden schwierig. Ja. Die Behörden kommen halt sehr gut davon. Dass wir jetzt einen bestimmten Prozentsatz nehmen dürfen und dann dürfen wir nur noch ein Drittel von dem Prozentsatz nehmen. Und wenn die dann Mengen und Massen bestellen, dann hast du Arbeitszeit, du hast Produktionszeit. Ja, okay. Und das würde sich halt gefühlt gar nicht mehr lohnen. Ach, krass. Scheiße, Mann. Boah, das tut mir natürlich übel leid. Ja, wenn sich, wenn alle Mustafar und Pizzeria und Dienst und sowas zum Beispiel, alle ihren Laden behalten. Und sagen würden, okay, dann kriegt die Behörden nichts mehr. Aber da musst du ja erstmal alle reinkriegen, dass die da alle mitmachen. Dann würden die Behörden da nämlich auch stehen so, ähm, ja, schwierig. Wir haben nichts mehr zu essen. Ach, kacke. Ja, und wenn wir natürlich die Preise dann wieder so anheben müssen, damit es überhaupt noch rendiert, ist dann die Frage, kommen die Leute überhaupt noch. Weißt du, mach's mal das MD als Beispiel. Die haben jetzt eine Wochenbestellung von 600 Dollar. Mhm. Äh, auf maximalen Prozentsatz und dann dürften wir nur noch vielleicht 200 oder 300 Dollar dafür verlangen. Boah, okay, das ist ja... Also bei der gleichen Essensmenge, ne? Boah, das ist ja eklig. Ja. Nur beispielsweise, um das ein bisschen aufzuführen. Genauere Sachen weiß ich da halt nicht und will ich auch nicht sagen. Ja, alles gut. Aber ich frage jetzt mal, muss ja keine Antwort drauf geben. Die Einkaufspreise bleiben gleich. Das weiß ich noch nicht und das wusste Chef auch noch nicht. Er hofft natürlich, weil sonst ist es schwierig. Sonst ist es richtig schwierig. Ja, ja, ja. Ich bin echt gespannt, was da auf uns zukommt. Hm, ähm. Ja, Trixx Empire und Barthas machen auch zu, ne? Hm. Ja, aber die machen eher wegen dem neuen Klamotten, denkst du? Ja, ja, die machen irgendwas da. Ich weiß nicht, ich hab vor kurzem was aufgeschnappt von wegen... Ich glaub, die ziehen um, oder so. Ne, ich glaube, die werden... Also, so wie ich es gehört habe, gab es davor irgendwie, vor Monaten, eine große Firma und dann hat sich das in Barthas und in Trixx Empire. Ja, die eine große Firma, das war Cypress Warehouse. Das, ne, ich glaub, die hieß anders, aber ich bin mir nicht sicher. Ich sag's dir, wie es ist. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, genau. Es könnte gut sein, dass es vielleicht Cypress Warehouse war. So, Trixx going out of business. Hm. Bla, bla, bla. Based on social, Flash Sale beim Prolapse. Mhm. Auch 20% Trixx Chicken sucht Mitarbeiter. Mhm. Okay. Dönerladen sucht Mitarbeiter. Was ist denn jetzt los, Alter? Alle suchen Mitarbeiter. Ja, Bennys hat mich auch angerufen. Echt? Boah, ich hab noch nicht, ja, ich hab aber noch nicht zurückgerufen, gar keinen Bock im Moment. Ah, okay, krass. Kreditberater und Inkasso-Mitarbeiter suchen. Hier, eventless Into the Wonderland, Fashion Show mit neuer Kollektion. Und du siehst halt diesen Reißverschluss und das ist halt von Cypress Warehouse. Mhm. Dieses kleine Blaue da im Hintergrund. Na gut, okay, dann. Neueste Fashion Hotspots. Äh, ja, Handelspartner des Cypress Warehouse. Die Suburban Binko. Ach ja, das wird sich schon klären, denke ich. Dann wird das hoffentlich ein guter Laden. Logos wie das Up-to-Date. Und Kronen-Juwien stechen ins Auge. Das ist natürlich auch nicht ohne Grund gewählt worden. Verrät Cypress Warehouse Geschäftsführer Novak. Mhm. Es wird halt einiges Neues an Klamotten auf jeden Fall auf den Markt kommen. Ähm. Ja, dafür wahrscheinlich die Modenschau am Samstag noch. Naja, natürlich. Hm. Lassen wir uns überraschen und mal gucken, wie das hier alles weitergeht. Ja, bin ich echt gespannt. Naja, dann warten wir mal ab. Ja, was anderes bleibt. Ist ja nicht übrig, ne? Eben. Sag erzähl, was wir zu essen haben. Ähm. Achso, ja. Keine Ahnung. Nudeln mit, äh, einfach nur Nudeln. Gut gebraten Nudeln und... Irgendwie ein Tee oder so zum Trinken. So einen grünen Tee, wenn ihr habt. Okay, ich mach das. Ja, gut. Okay. Okay, du. Ich weiß, wie meine Menschen kennt, ist das so Overlevel 9000, Alter. Ich wusste das schon, bevor sie das wusste, dass das passiert. Ah, ja. Ja, ich... Das Problem ist einfach, sie kennt ihn auch nicht mal so lange, ne? Ja, das hab ich mir aber auch... Ich bin auch etwas verwundert, ja. Ja. Aber gut, okay. Wie gesagt, wir... Ja, die letzten Nächte war ich halt nicht da, so, ne? Ja. Hab nicht wirklich was mitgekriegt. Auf einmal fängt sie an zu kiffen, so. Also eine Scherze. Ja, gut, so sie machen. Mir ist ja scheißegal. So ihr Leben ist erwachsen genug. Ja, krass, Mann. Ne, weil Haru war halt auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so ein bisschen durch den Wind. Er hat halt nicht verstanden, oh, diese ganzen neuen Leute und so, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und dann hier kiffen, da kiffen und so. Und da denkst du dir halt auch, naja, gut. Ja, ich kann auch wieder back to the roots gehen. Dann geh ich aber mehr in Selinas Laufbahn quasi. Ja, bitte nicht. Ja, nicht mit den Klamotten, aber eher so. Bisschen hier in der Tasche, da in der Tasche. Ab dafür und weg davon. Ja, siehst du. Ne, aber wie gesagt, das ist halt gerade ein bisschen schwierig für ihn. Ich glaube, der kommt einfach gar nicht drauf klar. Ne, das war richtig. Zumal, weißt du, ich weiß nicht, ob er mir das mal erzählt hat, aber der hat dann ein Problem im MD davon und so. Oder ich hab's von Alessa eben aufgeschnappt, dass er halt Probleme im MD hat oder so. Dadurch und ja. Ja, klar, was willst du machen? Ja, nicht im MD, aber... Entweder das oder halt such dich einen neuen Freundeskreis. Das kann auch gut sein, ne? Ja. Das sind ja mal komische Autos, Alter. Ja. Echt so. Ja, keine Ahnung. Vier Sitzer kaufen lohnt sich dann halt jetzt auch nicht mehr. Ja, im Moment, ne. Hm. Ach du, was sagst du denn? Und ansonsten, Selina hab ich lange nicht mehr gesehen. Ja. Geht bestimmt gleich auf. Wie geht's? Ich hab das so im Gefühl. Ja, siehst du. Die, die hat so Autogramm gekriegt von Alessa. Von Alessa? Von, von, von Kaya. Hinter. Äh, Alessa hat Kaya letztens getroffen. Mhm. Und, äh, ja. Deswegen hat sie ein Autogramm mitgebracht. Einfach nochmal Kaya. Ach, das hattest du ja nicht mitgekriegt. Äh, Selina ist Groupie von Kaya Winter. Ah, okay. Okay. Ja, eine Sängerin, äh, Sängerin, Polizistin. Musst du mal auf Venture Tube gucken. Musst du mal gucken. Hm. Warte mal. Venture Tube und dann. Ähm, ich gucke gerade mal. Ah, genau. Wollte ich gerade fragen. Ich hab nämlich meine Musikerin gehört. Ähm, ja, das war wohl die dann. Die hat echt eine sehr, sehr schöne Stimme. Wenn du ein bisschen runter scrollst. Ja. Das Lied Chess. Chess, ja. Genau, das hab ich mir angehört damals. So, was kann ich mir für Autos kaufen? Ja, gar keinen Bock jeden Tag mit Firmenwagen rumzufahren, ne? Na, verstehe ich. Keine Anzeigen. Erzähl mal. Ein Blister. Für 10.000 VHB. Abfahrt. Ich weiß es, jetzt haben wir schwarz. Oh, 100 Liter Koffer. Hi. Hallo. Hallo. Hallo, einmal Nudeln. Dankeschön. Und ein Tee. Was kriegst du? 19 Dollar. Waris. So, sehr schön. Schön. Dankeschön. Danke, danke. Bitte, bitte. Geil. Erstmal voll die Nudeln reinznecken. Lass dir schmecken, ey. Dankeschön. Hast du die frisch gemacht? Ja, mit Liebe. Ganz viel Liebe. Ah, die merke ich. Ja, das freut mich. Aber ich glaube, die Liebe solltest du jemand anderen übrig lassen. Okay. Ja. Sonst wäre die Nudeln auch ein bisschen wässrig. Äh. Äh. Nun. Nun. Dieses verdutzte Gesicht gerade hier. Die sagen nichts. Nee. Baumpläster kostet eine viereinhalb. Habt ihr nicht mal was vernünftiges hier? Scheiße. Äh. Bipi. 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 Tja, ja. Ach, lecker, Alter. Meine Güte. Das freut mich. Braucht den Mülleimer hier. Muss mal die Nudeln rutschen. Drin. Drin, ja. Ich lege es aber hier ab. Scheiße. Ich lasse es gerade einfach mal da liegen. Oh, jo. Steuert euch nicht dran. Fliegt irgendwann weg mit dem Wind. Ja, ja. Passt schon. Haltbare Pappteller. Passt noch in die Hose. Ach, Mann, ey. Alter, Tee ist aber... Aber nicht so heiß. Willst du dir die Zunge verbrennen, oder? Nein, 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 nein. Das ist ja genau der Punkt. Es ist nicht so heiß. Das ist grandios. Ja, oder? Kann man drunter schlürfen. Richtig mit Schmackes. Ja. Oh, ja. Oh, yes. Oh, yeah. Hell, yeah. Hör auf. Hör auf. Hey, hör auf. Wie hast du machen? Hat irgendwas heute... Irgendwas spannendes offen, oder so? Warte, ich guck. Blathing Tattoo. Ja, Tattoo. Ich hoffe, heute gibt es irgendwie... Tattoo-Gutscheine zu gewinnen, oder so? Das wäre super. Na ja. Na ja. Die sind echt scheiße teuer, man. Diamondcast hat offen. Downtown Camper hat offen. Flaschengeist, just right. LSFD, LSMD, LMPD. Prolabs und Tricks Empire. Debris, Tricks. Save soon. Ah, das war's auch schon. Ja, ist mal auf Toilette. Tschüss, gern. Viel Glück. Ja, guten Rott und so. Was? Was ist denn, Typ? Aber echt, ey. Aber echt, ey. Aber echt, ey. Oh, Mann. Ah, ja. Mal gucken. Mal gucken, ob sich Haru heute meldet. Ja, ja, ja. Also, bei mir wahrscheinlich nicht mehr. Hm, 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 hm. Ist gestern auch einfach wieder abgehauen. Echt? Einfach abgehauen? Ja, er hat schon Tschüss gesagt, aber halt einfach so nix. Er war irgendwie mit wem am Telefonieren. Keine Ahnung, ob du das warst. Mhm. Äh, und dann, äh, ja. Ich bin jetzt gegangen. Tschüss. Ja. Tschüss, ich hab keinen Bock auf euch. Ja, es wirkt definitiv so, tatsächlich. Weird. Weird, 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 weird. Ja, ja. So ist das aber manchmal mit ihm, ne? Ist so. Der Haru. Kann er gerne machen, aber halt aber keine Scheiße rum erzählen oder so. Ja, ich hoffe mal, dass er es nicht macht. Ja, ich auch. Aber wie gesagt, das wird dann halt sein Problem sein am Ende des Tages, ne? Das ist korrekt. Was ist dein Plan für heute? Ja, gut, sieh uns später. Ja. Und dann, ja, gucken wir mal. Also wir mal, Simon. Ne, kein nicht. Ja, ich saß gestern noch voll lange an der blöden Predigtworte. Uuuuh. Mh. Predigte. 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 Mit Ö jetzt auf einmal, oder was? Phenomine Patriot Filii Spiritus Sancti. Amen. Was für luxuriöses Erleben. Ambrosia, Amora, Nemesis. Ja, ich spiele mal kurz weg. Hä? Wo gehen sie jetzt? Kurz weg, kommt gleich wieder. Mhm. Hat keinen Bock auf uns, ist okay. Merk ich mir. Kann ich mir auch vorstellen. Kurz weg. Was soll das denn heißen? Der ist eingestempelt. Der ist ein... Ach, ja. Ey, ey, ey. Mh. Oh. Okay, Aphrodonis hatte gestern zu. Krass. Ist mir gar nicht aufgefallen, aber ja. Uuuuh. Ja, habe ich auch was gelesen auf Venture. Aber bis heute gibt es noch. Vor Taro die Ohren langziehen, falls er frech wird. Warum? Hä? 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 Wir gehen aber jetzt richtig steil. Hä? Geht der jetzt zu Haru oder was? Doch, ich weiß nicht. Sag mal, ich rufe mal an. Ja. Ich rufe mal Haru an. Haru. Haru. Mit Haru. John? Ah, hi. Bist du gerade auf Arbeit? Ja, aber tatsächlich, ich habe gerade so quasi, ich stelle mich gerade so in die Raucherecke und bin gerade draußen, also, weil David mich gerade treffen wollte. Ah, okay, 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 ja gut. Gut, dann steige ich euch nicht. Das Ding ist, ähm, ja, du kannst auch nicht vorbeikommen, ne? Ja, und du bist auch gerade auf Arbeit. Ja, ich bin auf Arbeit, aber ich bin immer auf Abruf. Ja, weil das Ding ist, ich kann halt nicht von hier weg, während ich im Dienst bin. Ja, dann musst du außer Dienst gehen. Ja, das ist halt das Ding. Ja. Das musst du nicht, ne? Nö, ich bin entspannt. Ja, willst du auch rumkommen, oder? Ja, ähm, gleich. Ich komme gleich rum. Ja, weil das Ding ist, ich wollte jetzt auch mal David so fragen. Also, ich wollte ihn nicht direkt so fragen, wie er mit Aderson, ich wollte ihn generell fragen, so, ja, wie steht der dazu? Also, wie, wie? Okay, ich gebe dir einen Tipp. Ähm, pass einfach auf. Okay? Ja, okay. Ja, ist halt schwierig, ne? Weil wenn David da sehr in der Sache drinnen hängt, dann könnte ich mich halt auch echt in die... Genau, und da kann ich dir sagen, dass das so ist. Naja, okay, dann sage ich erstmal nichts, dann warte ich erstmal auf dich und dann... Sehr gut. Also, wie gesagt, du kannst ruhig mit dem quatschen, alles gut, ich komme gleich vorbei. Bin auch mal kurz was am machen, also von daher, alles cool. Guti. Bis später, ciao. Ich habe gerade Haru den goldenen Tipp gegeben, er soll das Maul halten. Mhm, was wollte er denn? Ach, keine Ahnung, also ich habe ihn auch gerufen, habe gefragt, was machst du? Er hat gesagt, ja, ich chill gerade draußen, David kommt gerade vorbei. Irgendwie wollte miteinander reden und dann habe ich ihm einfach gesagt, er soll einfach mal die Schnauze halten, so sinngemäß. Mhm, okay. Weil ich sehe schon, der wird scheiße bauen. Und David ist gerade nicht sehr, anscheinend nicht gerade so happy. Mhm. Deswegen, er soll einfach auf sich aufpassen. Ja, ja, oje. Warte mal, ich rufe David an, sagt ihm, dass er gucken soll, ob er überhaupt noch irgendwas... Ne? Ob er redet oder nicht. Ja. Eyo, bist du schon da? Ja. Redest du schon mit Haru? Ja. Okay, pass auf, geheime Information, ich habe Haru gesagt, er soll nicht zu viel sagen. Mhm. Nur damit du Bescheid wirst. Wenn er zu viel sagt, dann mach ich mal ein bisschen rund, vielleicht versteht er es dann. Ja. Okay. Ich komme auch später vor. Ruf nochmal auf eine Leitstelle an, dann kann das gerade jemand, der im Laden ist, übernehmen. Ja, machen wir. Ich wechsle die Leitstelle hin. Kein Problem, bis dann. Alles klar. Ciao. Ciao. Guter Mann. Er hat es verstanden. Sehr gut. Er hat gedacht, er hat gleich gesagt, ja, Leitstelle hier. Guter Mann. Ja. Ja. Mal gucken, Ben, ich habe jetzt zu ihm gesagt, er soll den mal rund machen, weil das geht halt so nicht. Ja. Er muss halt echt auf seinen Mund aufpassen. Ja, er plappert sehr gerne. Und bei falschen Leuten? Nicht so klug. Nein. Gar nicht klug. Nein. Ach, Gott. Kinder. Kinder muss man erziehen. Ja. Aber er ist ein kleiner Welpe. Nein, ist echt so. Ja, Haru hat gesagt, ich soll auch mal vorbeifahren. Wir können ja beide vorbeifahren. Der wird komplett durchdrehen. Ja, mach. Ja, soll ich mal machen? Ist okay? Ja, mach mal. Ja, ja. Dann gehe ich ein bisschen vorkochen. Alles gut. Dann fahre ich mal rüber. Bis gleich. Okay, alles klar. Bis gleich. Wie meinst du das jetzt? Ja, so schwierig in der Hinsicht, Haijon. Dass man kennt Frauen, man kennt Männer. Auf einmal sind die weg und kapseln sich ab. So. Weißt du, wie ich das meine? Okay, stell dir vor, du hast eine Freundin. Warte mal. Ah, okay. Alles gut. Nee, ich hab gerade nur Funk bekommen. Ich dachte, das wäre für mich. Ja, stell dir vor, du hast eine Freundin. Ja, Schatz. Ich will nicht, dass du dahin gehst. Dahin gehst. Ich will was mit dir machen. Blablabla. So, und dann sagst du automatisch, weil alles frisch und schön und rosa-rote Brille, dass du dann quasi was mit der Person machst. Weißt du, wie ich meine? Ja, klar. Schon hast du da eigentlich mehr Informationen als wir? Weißt du, ob Alessa mit Misha wirklich zusammen ist? Weiß ich nicht. Ich muss es über selbst fragen am besten. Danke. Wenn ich wieder frage, dann heißt es, was hast du denn schon wieder? Defit-Fiorien. Du musst halt fragen, ne? Ja, nö. Ich mach halt nicht mehr sowas. Okay, gut. Ja, wie gesagt, mit Genki so, mit den Leuten halt, ist für mich halt auch schwierig, weil ich aus dem ganzen Kram eigentlich raus wollte. Und jetzt, ja, fängt Alessa, oder ob sie anfängt jetzt zu kiffen, keine Ahnung, aber sie hat halt letztens auch mitgeraucht bei denen, wo ich nicht da war. Ja, ja, eben. Also, das... Naja. Das ist ihre Sache zwar, finde ich, aber es ist halt, wie gesagt, ich würde mich halt... Ach, John, Alter, ich komme mit den Leuten, keinen Bock mehr. Alles auf dem Sack, ey. Ich sag mal so, weißt du, am Ende des Tages geht es um eine Sache. Du... Für dich ist es einfach, ja, es kann sein, dass es wehtut, aber Menschen wirst du nie ändern können. So, und wenn sie ihren Weg gehen wollen, lass sie ihn gehen, du bist doch in Ordnung. Wen meinst du jetzt von uns beiden? Ich meine, ich meine jetzt Haro, weil ich höre so ein bisschen gerade raus, dass es um Alessa geht. Ja, ja, richtig. Ja, da geht es auch drum. Ja, genau. Und dementsprechend sage ich, sie muss ihren Weg alleine finden. Genau. Und wenn ihr Weg dann halt eben kiffen oder whatever ist, dann okay. Das ist doch okay. Ja, so lange es ist ein Ziel, dann ist das ja noch ein Wort. Das gehört halt aber für mich zum Beispiel, dass ich halt Distanz davon nehmen muss, weil... Ja. Das hat einfach nicht, äh, ja. Das ist vollkommen in Ordnung. Und ich glaube, keiner wird ein schlechtes... Ich würde sagen, wird dir was vorwerfen. Weil jeder versteht deine Situation. Ja. Wenn das... So denke ich persönlich. Und ich denke auch, David, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmen würdest, dass jeder dafür Verständnis hat. Ja, klar. Also ich auf jeden Fall. Ich habe ihm das eben schon mal von Mike erzählt, dass er da mal zum Dünnerladen gearbeitet hat. Und dann zum PD. Und seitdem hat er halt nur kaum bis gar keine Zeit, ne? Das ist so. Das ist halt so. Ja. Ich habe halt keine Ahnung. Das überfordert mich auch gerade nach dem Aufstehen so ein bisschen so. Das Brain-Input gerade so mit Alessa und Micha und what the fuck ist schon wieder passiert, wo ich nicht da war. Ich dachte, du kriegst aber schon ein bisschen was mit, ey, so. Aber ich habe eine gute Menschenkenntnis. Ich wusste, dass das passiert. Bevor sie überhaupt das wusste, dass das passiert. Ja, klar. Also das wusste jeder. Ich meine, die haben eine ganze Nacht durchgemacht zusammen. Das wusste ich nach zwei Stunden schon, wo die miteinander geredet haben. Also ich habe es glaube ich schon richtig verstanden, dass die in der Beziehung sind. Das ist ein Spul. Warte mal, ich gucke mal auf Venture. Oh ja, das ist ein kluger, kluger Gericht. Ja, aber das steht ja eventuell noch nicht da drin. Kurze Frage. Ich frage jetzt mal ganz doof. Ist jemand von deinen Kollegen drin? Weil ich würde gerne die Notfallkontakte ändern. Kann die auch die Notfallkontakte ändern. Okay, gut. Dann warte ich auf dich. Welcher hast du da drin, ey? Dann kriege ich rein. Ja, ich möchte den Alexei beispielsweise raus haben. Äh, ja, ja, ja. Weil ich keinen Kontakt habe. Dann habe ich gar nicht reingetan, ehrlich gesagt. Aber ich finde ihn zwar sympathisch, aber es ist halt so. Ja, ist halt... Aber da siehst du Behörde. Der ist halt... Also was ist Behörde? Der ist auch komplett in seinem Job verschwunden. Ja, das stimmt. Also bei mir meldet er sich ab und zu noch. Fragt, wie es mir geht, was die anderen so machen. Äh, ja. Ja, aber... Der noch steht Single drin. Ja, aber... Er ist halt auch viel am Arbeiten und halt andere Zeiten wie wir, wo wir wach sind. Er hatte aber auch sowieso schon von Anfang an eine andere Freundin... Einen anderen Freundeskreis eigentlich. Der ist da auch nur so... dass man das ehemal wissen wird. Scheiß, stimmt. Ja, nur... Aber dafür müsste ich dann theoretisch direkt in den Dienst gehen, damit ich das dann erfahre. Also... Also wenn es quasi... Wenn ich jetzt außer Dienst bin und dir irgendwas passiert, dann müsste ich erstmal... Ding... Hübscher Arsch... Hübscher Arsch... Friseur, Alter. Ja, ich auch eigentlich. Ey, wenn du Bock hast, können wir gleich losfahren. Ja, dann stempel ich mich wieder auf. Ja, ich warte, bis Selina da ist. Die soll arbeiten. Ja, eben. Das ist doch ne gute Idee. Und ich muss Selina up to date setzen. Servus. Servus. Äh, dann... Hä? Hättest du ja nicht gerade schon lang gelaufen? Ey, gib Vollgas. Alles fürs MD. Arbeitet dabei. Keine Ahnung, gesagt. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich kenne nicht alle. Ja. Geil, wenn du dann irgendwelche anschreist. Da geht's nicht lang. Ich arbeite hier. Nicht in den gesperrten Bereichen. Ich habe unseren Chef-Chef auch schon angemeckert. Er soll doch bitte nicht hinten ins Dings gehen. Ich finde euren Chef-Chef irgendwie... Ja, den alten Mann, Tau. Was hat der? Ich kenne nur den... Platzkopf, Tommy? Ja, genau. Mit Koteletten, so andere Seiten. Ja, ja. Ja, ja, hinkenne ich. Nee, den Chef-Chef, das so ein alter Mann, ja. Meistens so gut auf. Und ich war ein bisschen irritiert, so. Weil er irgendwie die ganze Zeit so Scherze mit mir macht. Und das ist irgendwie komisch, weil ich da gar nicht arbeite. Ja, auf jeden Fall war ich da in der Küche. Und dann kam Tau, da merke ich, sag, jo, sie können hier nicht rein. Das ist echt nicht. Du kannst hier gleich raus. Und ich denke, äh, ruf. Ach so, ja gut, hat mir noch keiner gesagt. Ja, ich bin der und der und tralala. Okay, aber ich kenne, ehrlich gesagt, also den Chef von MD kenne ich jetzt auch nicht persönlich. Deswegen. Du kennst deinen eigenen Chef nicht. Ich weiß schon, wie er heißt, aber ich weiß nicht, wie er aussieht. Ah, erzähl mal. Äh. Fanbäppchen. Und das dritte Mal. Und was ich tatsächlich zusammengeschlagen. Was? Wir erzählen nur für ihn mit. Hä? Hallo? Hä? Wer will wen zusammenschlagen? Unter uns? Bei Jahrzehnten, äh, bei, äh, ich bin ja noch im Dienst. Bei Jahrzehnten Runde gibt's Asia-Röhrchen und Wasser gratis. Ja, sehr gut. Von mir kriegt er einen Sägen, ist okay. Einen Sägen? Ja. Kostet ja nichts. Aber nicht die Beine ab. Hä? Nun? Ich säge nur in der Nacht. Ja, eben. Wald gefällt. Ganzer Wald, ja. Dann bin ich jetzt nur am überlegen. Nachts müssen bin ich ein Motorboot. Wann alles auszieht. Ich glaube aber nicht so schnell, dass das so schnell geht, weiß ich nicht. Nun, ich weiß jetzt auch nicht. Also ich hoffe mal, ich kann es ja immer fragen. Moment, ich ruf sie an. Aber sag nicht, dass du hier wirst. Nö. Also beides weiß ich, aber trotzdem ist die, ist eine Frage. Wir dürfen uns alle stellen. Hallo, Mister. Äh, Alessa, kurze Frage. Ja. Ähm, wann zieht ihr jetzt eigentlich zusammen? Äh? Ich, ich frag nur für einen Freund. Äh, wo läuft ich? Ganz sicher gar nicht. Okay, gut. Äh, da kannst du mit einem Ohr und dann vollenden, ja? Äh, hä? Okay, gut. Danke. Danke, ja. Bitte. Tschüss. Tschüss. Gott. Hä? Gar nicht. Wie? Okay. Oh, sie hat gesagt gar nicht vorläufig. Äh, vorläufig. Nun, morgen. Okay, ich kipp hier. Äh, ja. Morgen so. Ich bin maximal im Monat. Weil. Ah, ich hör. Frühste Zeit zwei Wochen, spätestens vier. Ja, siehst du. Ah, in frühestens zwei Wochen kann sie Wohnung wechseln. Ja, nice. Gut. Dann los geht's. Oder so. Ähm. David, hast du eigentlich irgendwas von Wiesel News gehört? Also irgendwie Gutes oder Schlechtes oder so? Äh, nur Selina hat letztens nur das Kreuzwort Rätsel gewonnen. Echt jetzt? Was hat sie gewonnen? Einen Beitrag. Beziehungsweise eine Umfrage. Oh mein Gott. Wo wir denn gerade beim Genki standen und, äh, Tau und Tommy da waren. Und Selina so. Hey. Wollt ihr eine Umfrage haben? Und, äh, Tommy so. Ja. Das wäre eine Idee. Welches ist das schlechteste Restaurant in, äh, Los Santos? Und dann alle auflisten. Bloß das Genki nicht. Oh shit. Das wird, glaube ich, nicht so klug. Nee. Ich glaube, das schadet eher dem. Ja, aber dann hast du nichts schlechtes. Ja, siehst du, John? Also... Okay, gib kein Wasser. Ich krieg selber Lust. Es gibt nicht so... Nee. Nicht alle, deswegen. Och man, mein Handy. Sorry. Ich krieg die ganze Zeit Nachrichten. Voll wichtig, bitte. Ich bin John. Ich krieg viele Nachrichten. Ich bin Fame. Nein, Pfarrer, nicht Fame. Wollte ich mal die Leitstelle übernehmen? Dann krieg ich ja auch... alle 10 Sekunden Nachrichten. Ich wunderte mich eigentlich, dass ich noch nicht wieder reingepfiffen wurde. Pff... 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 Reindar. Komm, Pfiffi. Ja, rein da. Dann, äh, ja. So, jetzt geh ich rein so, ah, sie waren hier zu lange draußen, sind gefeuert. Ach, halt dein Maul, dann geh ich da rein. Ja, okay. Okay. Seit wann habt ihr eigentlich so... Oh, frag nicht, ich kotze mich selber an, wenn es um meine Klamotten geht. Was für Klamotten? Wie guckst du an? Ja, ich weiß. Schön. Sieht gut aus. Ja, steht hier. Ja, zum Kotzen. Nun. Ich wüsste, ich kaufe mir ein Bike, Alter. Ja, das wäre doch mal was, oder? Apropos, ich muss jetzt demnächst mal echt wirklich mir für ein eigenes Auto sorgen. Ich habe jetzt eigentlich wirklich langsam genug Geld. Äh, wie viel hast du? 6.000. Äh, nun. Ja, dann. Ich habe alles aus, Tiger. Pff... Ich wollte gerade sagen, kriegst du ja weniger Trinkgeld, oder? Dann könnte ich aber auch 30.000. Ich spare dann einfach noch auf 30.000 oder so. Also, wenn ich dir sage, dass ich letztes Wochenende Samstag 2.000 gemacht habe? An einem Tag hast du 2.000 gemacht? Ja. Wie? Wie lange machst du das? Ringgelder. Ja, fff... Ja, okay, das... Aber das eine ist mit Menschenleben, das andere ist mit Essen. Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, dann kriege ich das auch. Aber... 2.000? Guck mal, ich kriege jetzt 60 Dollar halt die Stunde. Da kriege ich mehr. So, und letzten Samstag war ich 10 Stunden im Dienst. Das waren halt 600 plus das vom Kasa und halt knapp 1.000 ertrinket. Na, krass. Aber da war auch richtig viel los. So, jetzt bin ich bei 7.500, 8.000 ungefähr. Ja. John verdient ja echt super wenig. Das ist ja richtig... Kommst du mal... Warte, was? Ich kann es mir einen Kredit geben. Warte, was? Mit 100 Prozent, ja. Ja. Also, du kriegst das Doppelte zurück, perfekt. Ja, also ich... 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 Ich besiegel diesen... Vertrag zwischen euch, ist okay. Was möchtest du denn für ein Auto haben? Zwei Sitzer, vier Sitzer, Cabrio... Vier Sitzer... Vier Sitzer, dann geh mal auf deine Auto-App. Fahrrad. Fahrrad, was? Wir machen das mal zusammen. Komm mal, ich zeig dir mal da die vier Sitzer. Die Preise musst du halt einzeln bei Venture raussuchen. Ja. Dann siehst du ja dieses neue Fahrzeug in San Andreas. Ja. Jetzt ein bisschen runter, weitere Fahrzeuge. Dann Fahrzeughändler. Darunter Fahrzeughersteller. Ja. Und ganz unten noch mehr Fahrzeuge finden. Ja. Dann drückst du auf Sedan. Sedan sind zu 99 Prozent die vier Sitzer. ASEA kostet, ich glaube, dreieinhalb. Ist aber auch das Felixste, glaube ich, von den Ganzen. Wie ist das denn mit den Lampardadi? Lampardadi... Gut, bis zur... Ja, am Abend danach. Definitiv. Ich glaube, 80.000 oder so lag der. Easy. Ja, siehst du. Wenn du das Geld hast, dann gib mir die Hälfte und wir kaufen zwei Autos. Was ist mit den DATI? Warte, warte. Lass mich eben die App wechseln, weil sonst kann ich nicht in Venture gucken. So ein DATI. Ja. Lampardadi... 140.000. 140.000! Ja, was war der nächste, den du wissen wolltest? 80.000. Der DATI. Impera. Was? Welcher? Impera. Albany Impera. Ja. Wie schreibt man das Buchstabe immer? E-M-P-E-R-U-R. So wie der Impera, also der... Der U-Bauer. Ja, ist es dieser alte Viertürer? Ja. Ja, den kriegst du für 4.000 roundabout. Den hole ich mir. Den Impera. Ja, es gibt so 3, 4, 5 Autos. Die kosten halt zwischen 3 und 5.000. Den hole ich mir wirklich, den Impera. Ja. Wo gibt's denn den? Bei dein... Bei den... Ich glaub, jeder Motor Shop hat den eigentlich. Den hole ich mir. Aber dann brauch ich noch einen Parkplatz irgendwo bei uns. Schauen. Wattes Sedan. Lass mich mal imkuchen. Mann. Ihr sagt euch, wie es ist. Welches Auto ich mir unglaublich gerne holen wollen würde, ist ein Runa. Wie viel kostet der? 5.000. Ach, der Albany Impera, den meinst du? Den mag ich. Der sieht super aus. Aber nicht den Z. Äh, Runa. Ruiner. 7.5 mal 5.000, so diese Ecke. Alle Fahrzeuge von... Weißt du den Z oder nicht den Z? Nicht den Z. Der kostet ziemlich viel, glaub ich. Ja, nee, der gefällt mir. Sonst ruf einfach mal Premium Deluxe Motorsport an oder so. Mach ich dann heute. Mach dann. Außer Dienst dann. Oder wie heißen die Dillys oder so? Dieses andere Autohaus hier. Keine Ahnung. Direkt beim Genki bei der Gegen-Yank-Tammstelle. Ja, irgendwie sowas. So. Ähm. Ja, geh mal rein. Mach mal weiter. John, du wolltest. Genau. Super. Ey, habt ihr da eine Kundentoilette drin oder so? Alter, das ist enorm kackend heute. Nee, ich hab ehrlich gesagt nicht. Na gut. Okay, gut. Sorry. Ja, alles gut. Bis später. Der war in die Ecke da. Ja, alles gut. Okay. Kundentoilette. Müsste ich mal nachfragen. Kundentoilette. Aber er kann noch da rein, dachte ich. Er liefert uns ja. Musst ja den Führer schon haben. Äh. Nun. Ja, logist. Oh, ich glaub, der Tresen ist aber voll. Das heißt, du musst, äh. Ich will mich einfach mal anmelden. Und freundlich. Ja, sag einmal. Ja. Einfach mal zum. Ja. Hallo, guten Tag. Hallo. Hallo. Darf ich stören? Ja, äh. Aber natürlich, jederzeit. Oh, wunderbar. Äh, ich wollte meine Notfallkontakte abändern. Ja. Dann kommen Sie mal mit mir rüber. Okay. Ja, sehr schön. Dann bräuchte ich als allererstes einmal Ihren Ausweis. Meinen Ausweis? Ja, sehr gerne. Ihren Ausweis, damit ich auch weiß, wer Sie sind. Ja, bitte. Ändern Sie nicht irgendwelche Notfallkontakte? Das ist richtig. Ich kann doch einfach im System einfach ins Rumtippon. Irgendjemand. Ist egal. So, da habe ich Sie. Was möchten Sie denn ändern? Ich würde gerne den Herrn Bodyslav, glaube ich, heißt er. Der müsste noch drin sein. Ähm, rausnehmen. Okay. Auch von der medizinischen Schweigepflicht. Ich müsste mal kurz an mein Telefon gehen. Ja, tun Sie dies. Ein Wunderschön. Entschuldigung. Alles gut. Kein Problem. Wenn man gerade im System ist, dann kommen direkt, hey, ich muss einen Termin ändern. Ja, ja, das kenne ich. Ich fühle das. Äh, so. Einmal kurz Sie wieder suchen. Ja, brauchen Sie, ja, ja, ne? Ne, Ausweis habe ich alles. Haben Sie noch da, ja, ne. So, äh, ja, ist rausgelöscht und auch von der medizinischen Schweigepflicht ent-entbunden. Genau, genau. Also wieder gebunden. Ja, es müsse dementsprechend drei Personen sein, die eingetragen sind, nicht wahr? Das ist richtig. Genau, Herr Haru-Jin, ähm, Mr. David Taylor und Miss Alessa Park, ne? Nicht in der Reihenfolge, aber ja. Ja, gut. Ja, dann ist ja perfekt. Dann die drei würde ich nämlich belassen und nur den einen rausnehmen. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Nein, äh, Sie waren so freundlich und so hilfsbereit, dass ich alle meine Anliegen klären konnte. Perfekt, dann Ihnen noch einen schönen Tag. Und wenn es was gibt, jederzeit wiederkommen? Ich bräuchte nur den Ausweis wieder. Achso, den kriegen Sie natürlich gut. Dankeschön. Lass den da immer liegen und denk mir so, ja, ja, den nehmen sich die Leute schon mit, aber ich vergesse den immer wieder zurückzuschieben. So, ja, ich bin durch. Das ist immer so eine Bonheitssache. Das ist immer kritisch. Ne, also von daher, äh, ich kenn das auch mal. Lässt dann über Unterlagen liegen und dann denkt man sich, ach Mist, hätte ich mitgeben sollen. Ja, so ungefähr. Aha, Führerscheine aus. Ach, egal. Ne, alles gut. Alles gut. Perfekt, dann wünsche ich noch was. Vielen lieben Dank, jo. Tschüss. Gerne, ciao. Jetzt auch reinkommen, Tür ist auf. Achso, ich hab's nicht mal probiert. Alles gut. Und was hat er dir erzählt? Äh, ja, von wegen, äh, ja, Alessa war da ja mit ihrem Freund und ich dann so, äh, Digga, ich bin gerade aufgestanden, was Freund. Ja, die sind ja jetzt, glaube ich, zusammen. Auf jeden Fall haben die sich geküsst, so. Mhm. Ja, und sonst eigentlich nicht viel, das, was ich gerade halt gesagt hab. Mhm. Ah, Selina. Na gut, er hat das ja gerochen. Ja, ich hab ihm extra gesagt, er soll die Schnauze halten, weil man muss ihm das ja irgendwie beibringen, weißt du? Ah, Selina. Was ist mit dir? Was ist? Ich, für euch, äh, was Alessa immer macht. Ah, ist sie gerade unterwegs, oder was? Äh, sie ist wohl gerade aufgestanden, ne? Sie sagte nur, ich hab hier so geschrieben, ich schwöre, ich hab dieses andere gute, äh, diese andere gute Menschenkenntnis, Alessa ist wohl mit Misha zusammen, ich hatte sie gestern schon drauf angesprochen, was da jetzt läuft. Äh, ich wusste das quasi, bevor sie das wusste. Äh, wer zur Hülle ist jetzt Misha, kam von ihr zurück. Mhm. Ja, und dann hab ich nur geschrieben, so ein komischer, kein Plan, genauso bekloppt mit Uwu wie Alessa. Und sie so, was zur Hölle ist Uwu, sprich Englisch mit mir, du weißt genau, dass ich ein Boomer bin. Stimmt. Gut. Boomer. Oma. Oma, sie ist eine Oma, okay, gut. Dann wird, wird ihr natürlich auch, äh, nicht gefallen, wenn man sie als Oma bezeichnet, denke ich mal. Ach nein, fang ich mir nur welche. Was? Dann fang ich mir nur welche. Jo, 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 bei der ja. Hab ich safety, ach doch, ich hab die nochmal gespeichert. Mhm. Mal kurz, ob die schon da sind, weil es 20 bis 23 Uhr drinsteht, aber... Late Night Joggen mit Shamrock, okay. Ja, wenn ich schaue, ja, dann lenke ich doch. Kann ich die Bestellung nicht machen für die. Ich glaub. Und das Drachenboot fest, okay. Ja, bin ich nicht bei. Nee. Irgendwo bei, ey. Heute ist ein Scheißtag. Ja, ab 20 Uhr, okay. Meine Güte. Heute ist echt so wach geworden und direkt alles vorm Kopf gekriegt, irgendwie. Was meinst du genau? Ja, so, so... Ey, ich hab jetzt einen Freund. What the fuck? Mhm. Wie random. Sie kennt den, ich glaub, drei Tage oder so, vier Tage. Oh, Mann. Okay. Ja, gut, das ist natürlich richtig... Ja, ne. Also so richtig, ne? Die liefen hier zwar schon rum. Ach, ich will jetzt nicht ans Handy gehen, ey. Leitstelle. Nee. Nee, okay. SMS von Celina. Mhm. Oh, Mann. Ja. Unterlässer. Ist echt verrückt. Ja. Was meinst du? Alles gut. Ah. Hallo. 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 So, jetzt frag ich dich mal ganz dreist. Ja? Was magst du an Mischa? Beine Art. Was hat der, was wir beide nicht haben? Nein, Quatsch. Autos. Ah, okay. Hallo. Okay, ja, das erklärt einiges. Ich bin nicht so oberflächlich. Was denkst du von mir? Mhm. Schau mal. Mhm. Weil ich sein Auto fahren darf, ne? Achso. Du durftest einmal bei ihm an den Schaltknöppel, meinst du? Nein, ich bin mit seinem Auto hergefahren. Mhm. Ja. Ja. Mann, was denkt ihr denn? Nichts, was ich so würde denken. Ja, ja. Wir sind glücklich für dich. Also wir beide. Also David interessiert sich, aber mich eigentlich auch nicht, aber wir wollen dich nur ärgern. Ja, ich merke das schon. Ja. Ja. Ja, siehst du, passt doch. Mhm. So ist das. Mhm. Mhm. Flywheels offen, Alter. Uh, damn. Da muss ich eigentlich mal das Auto hinfahren. Flywheels? So, ja, zum Lackuren. Da, dann kannst du ja gleich mal nachfragen. Ja, dann. Wortgulasch, was wollte ich jetzt sagen? Hat Flywheels offen? Guck ich nach. A, B, C, D, E. Natürlich nicht. Na. Nää. Gnarf. Gnarf? Einfach Gnarf. Kennst du das nicht? Das kommt aus Birmingham, sagt man, so sagt man das. Mhm. Und das gute ist, Flywheels ist im Norden. Alter. Ja, wow. Ja, ne. Alles, was ist los? Warum raust du so viel? Hä? Hör auf zu rauch. Was? Das ist nicht gut für dich? Ja, ja. Ja, das ist eigentlich nicht gut. Drogen sind schlimm, mkay? Mhm. Wenn du Drogen nimmst, bist du auch schlimm um, mkay? Ich hab schon Drogen genommen. Na, das war ja so. Ist jetzt auch so das Geheimnis, ne? Äh, ja. Ja, so, oder? Wundervoll. Ja, hab ich bestunden. Mhm. Ganz schlimmer Finger bin ich. Du hast Geheimnis, Alter. Lina. Hm. Nuis. Nuis. Mag er wenigstens... Achso, steht er wenigstens auf deinem Uwu-Ding da, oder wie das heißt? Ja. Okay, super. Ja. Na, Queen, was geht? Hallo, Selina. Hallo. Was geht? Nicht so viel wie Selma. Ja, genau so viel. Cool. Ja, wie immer. Oh, John, Transformation zum Rocker, Priester, halbwegs abgeschlossen? Noch nicht ganz. Deswegen sagt er halbwegs. Bitte was? Ich dachte, das ist jetzt ein rockender Priester. I rock the church, ja. Mhm. Warum? Was ist los, Selina? Was hast du gerade gesagt noch danach? So halbwegs. Halbwegs. Halbwegs, ja. Halbwegs. Ein bisschen Format muss ich ja noch behalten, ne? Ja. Wenn du das sagst. Ja, siehst du. So, was machen Sachen? Waren, dass Flywheels aufmacht. Ah, ja. Was ist Flywheels? Motorradladen. Quasi. Null. Selina, warst du gestern auch unterwegs mit Alessa? Weiß ich jetzt nicht. Äh, ich war gestern unterwegs nicht mit Alessa, ne. Ah, okay. Also als Frage. Sag mal, John, du bist ja jetzt quasi, äh, hier totaler Experte im Norden da bei Palito, ne? Nee, gar nicht. Du kennst dich doch voll aus, du kennst dich doch voll aus, oder? Ich kenn eine Straße. Was möchtest du denn wissen? Hat man dir irgendwas erzählt? Weil wir hatten letztens im Salon irgendwelche Kunden, die gesagt haben, die nach Einwohnern gefragt haben, ähm, wegen irgendeinem Geisterfahrzeug, Geisterauto, was da rumdüsen soll. Nichts gehört von. Nichts gehört, okay. Ne. Geisterfahrzeug? Ja, keine Ahnung, da war irgendwie ein Artikel, wahrscheinlich einfach nur eine Zeitungsente oder sowas, irgendwie Clickbait, was weiß ich, die gesagt haben, dass in Palito irgendwie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren irgend so ein Gangster umgebracht wurde, König der Straßen, wie auch immer, bla bla, und, ähm, sein geheiligtes Auto wird wohl dabei beobachtet, wie es, äh, fahrerlos durch die Straßen von Palito fährt. Okay. Ist mir neu. Fand die Geschichte lustig und den Kunden hat mal gefragt, wie gesagt, nö, keine Ahnung. Ich hab noch nichts gesehen. Ne, 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 kann ich auch nicht, ne. Ich kann mir auch nichts drunter vorstellen. Hm. Wenn ich was gesehen hätte, hätte ich dir was mitgeteilt. Oder was gehört hätte. Cool. War Partnerlook oder wann? Arbeitsklamotten. Hab da jeden Fall andere Arbeitsklamotten? Das sind unsere neuen Arbeitsklamotten, ne. Einmal gelb, einmal blau. Hat sie dir nicht mal blau? Und wem denn bitte aufgerlegt? Von Lea. Aber die? Ja, die sind halt eher so inoffiziell, aber es ist halt das Einzige, was so einigermaßen zu unserem Logo passt. Also David sieht so ein bisschen aus wie gerade aufgestanden. Ja, ich bin auch gerade aufgestanden. Er verlinkt Klamotten jetzt ja nicht, was da oben ist. Sowohl als auch beides. Hast du in den Dingern geschlafen? Doch, schon. Oh, ja dann. Ist modern. Ja, ja. Stimmt. Kenne ich mich nie mit aus mit modernem Zeug. Ja, heute muss ich mir gefühlt alles erklären lassen. Achso, warum? Weil David mit komischen Worten um sich schmeißt hier. Zum Beispiel. Alles das Wort. Hä? Warte, warte, warte. UWU. Ara, ara. Hä? Sie ist ein Puma, sie versteht das doch nicht. Ähm. Also erst so habe ich verstanden, weil Alessa das ab und zu sagt, aber das andere, ne. Und in welchem Kontext hast du das geschrieben? Äh, das Geheim. Ah, ja, verstehe, verstehe. So wie alles andere auch. Okay. Alles Geheim. Alles. Interne. Ja, das Interne. Verstehe. Okay, Haru. Oh, Haru. Oh, Haru. Wann das Gespräch mit ihm, ne? David, oder? Joa, geht. Was? Desillusionierter. Habe ich irgendwas ver... Äh, das Gefühl habe ich jetzt gerade, bin ich jetzt das erste Mal seit drei Wochen Auf klärt sie doch mal auf und ich meine nicht das mit dem Bienchen und Blümchen, da hat sie genug Erfahrung drin. Richtig. Richtig. Alessa erzähl. Genau, Alessa erzähl mal. Ja, ich... Hä? Ihr habt doch mit ihm gesprochen gerade. Fangen wir bei dir an. Ja. Deine Neuigkeit. Also du hast einen Neuen. Alles klar. Ne. Ist der cool? Ja. Okay. Was soll sie sonst sagen? Ne, das ist eigentlich so ein alter Sack, auf den ich keinen Bock habe. Naja, man kann ja auch sagen, soja weiß ich nicht, keine Ahnung, aber der hat Kohle. Also würde ich halt auch noch verstehen, weißt du? Nein. Das ist genau der Punkt, ja. Er hat fünf Autos. Fünf! Hä, das hat doch David nichts zu tun! Und sie durfte an seinen Schaltknüppel... Hat er noch einen Bruder? Äh, nicht, dass ich wüsste. Nein. Also John, das hätte sie mir erzählen können. Was? War der Freund? Hä? Och, Mann ey. Sagst du John, der Freund? Äh, weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht nicht. Ah, ist das vorbeigelaufen. Ganz weit vorbei. Oh ja, ja. Der ist aber, ja, ganz schwierig. Alles verpasst. So, dann haben wir Alessa. Und war das, äh, John, irgendwas Neues? Ja. Außer den Klamotten. Alles gut. Das ist also was Neues, dass alles gut ist. Ja, wieso. Leider, dass es dir vorher scheiße ging. Ja, siehst du? Danke, dass du darauf aufmerksam warst und mir zur Seite gestanden hast die letzten Tage. Das war wirklich schlimm. Oh Gott. Leute aus. Wir haben eine Beerdigung. Und ich dachte mir, okay. Ach, der Tag war das. Ja, ja, genau. Da war Haru auch traurig. Hm. Okay. Weißt du, ich bin nicht so zur Seelsorge gemacht für Leute, die ich nicht kenne. Ist so. Mir fehlt da so ein bisschen, ich würde nicht sagen die Empathie. Also ich fühle den Schmerz der Leute, es interessiert mich noch nicht. Mhm. Wunderschön. Mhm. Und du, David? Was hast du Neues? Ich frage jetzt nochmal weiter obligatorisch. Sex, wirklich. Haru will sich nur quasi abkapseln, weil so viel Stress für ihn quasi. Wenn hier scheiße passiert, wird er damit reingezogen. Ja. Was passiert denn hier scheiße? Wenn die Cops das mitkriegen, dann so Drogen zu schnell fahren, die Stars, dann kriegt Haru gleich mit drauf und sagt. Ja, weil Haru passt scheinbar mein Freundeskreis nicht so. Dass die Leute, die hier jeden Abend chillen. Aha. Ja, der ist gestern mit uns mitgekommen und ja, die Leute haben es halt nicht so mit Stopp-Schildern und peifen sich auch etliche. Substanzen rein und so und Haru ist halt dann direkt wieder so, ja. Oh, Haru. Du kennst ja auch so einen Job halt. Ja. Ja, gut. Ja, ich meine, es ist auch nicht weit hergeholt, wenn ich da ehrlich bin. Die sind da schon echt krass drauf, wie es scheint. Also, ich habe es bis jetzt nur einmal vorher noch schon mal gehört. Das war, oh Gott, da bin ich gerade hier frisch aus dem Flieger, beziehungsweise war vielleicht eine Nacht hier im Hotel. Und bin am nächsten Tag Richtung Westputschigel laufen und bin natürlich prompt bei den Aztekas vorbeigestiefelt. Mhm. Und da war ein Mädel, die war auch mal beim MD, die hat da auch gearbeitet. Der wurde gekündigt, weil sie mit den Aztekas befreundet ist. Mhm. Also, der wurde straight up gekündigt und sie war tatsächlich Ärztin. Also, weißt du? Nicht hier. Richtig dumm, Alter. Krankenwagenfragen, ja. Okay, dann darf ich nirgendwo arbeiten, weil ich mit allen, auf der Insel befreundet bin. Hä? So, hä? Kannst du so machen. Ja, egal. Ja, aber das wusste, oh ja. Schlimmer finde ich das eigentlich. Er hat ja gestern trotzdem gefragt, ob ich ihn abhole. Der hat ja gesagt. Ja, er hat mir angerufen, gesagt, ja, holst du mich ab, ich will zu euch. Aber er wusste ja, was hier für Leute abhängen. Ja, ich glaube, der steht einfach ein bisschen zwischen den Stühlen und ich glaube, der hat einfach noch nicht die geistige Reife erkannt oder erlangt, um das irgendwie zu differenzieren und das vernünftig zu verpacken. Oder er hat einfach unglaublich Angst vor sein, dass er seinen Job verliert. Ja, kann auch sein. Zumal das ja wirklich nicht an den Haaren herbeigezogen ist, wie es scheint. Ja, eben. Und man muss natürlich auch dazu sagen, wir haben ihn ja auch, also, nicht böswillig, aber wir haben ihn ja schon so ein bisschen auch unter Druck gesetzt. Wie meinst du? Mit seiner, ah, weißt du, so mit dem, ne, der liebe kleine Haru, wie auch immer. Oder erzähl doch mal, du musst ja keinen Namen nennen. Wie papo. Ich glaube, ihm geht es größtenteils da um sowas wie Drogenkonsum und so weiter. Und da hat er einfach ein riesiges Problem damit. Und bevor irgendwas, wo er sich selber strafbar macht, wegen Mittäterschaft oder sowas. Ja. Vollkommen rein, ist seine Entscheidung. Eben. Deswegen. Und jeder hat auch Verständnis irgendwo. Ja. Das ist korrekt. Meine Alexei, den habe ich ja vorhin auch schon gesagt, den habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Wir haben letztens eher so, ne? Also, äh, David hat angerufen. Mhm. Angerufen. Zeigte mal erst abends da, ne? Na, wir haben nämlich gefragt wegen dem Angelschein und wegen einer Wanderung und sowas. Mhm. Genau. Mhm. Aber es ist halt, ne? So entwickeln sich halt einfach die Leute und so trennen sich auch Wege. Eben. Wohl wahr. Hört sich halt immer blöd an und man findet neue Freunde. Ja, ist ja auch so. Man kann ja auch nicht mit allen befreundet sein, das geht ja nicht. Nö. Und wenn der eine Lebensstil einem nicht zusagt, dann muss man halt da weg. Okay. Ja, aber er scheint ja eigentlich relativ glücklich zu sein mit den Leuten, die, wie ich gestern rausgehört habe. Ja, siehst du. Ja, ist doch dann gut für ihn. Ja. Solange er nicht alleine irgendwo in der Ecke hockt, ist doch alles schön. Das ist korrekt. Eben. Wobei es mir schon ein bisschen fehlen würde, ihn aufzuziehen. Ja. Selina, du hast noch eine Umfrage oder so gewonnen, ne? Ja. Man kann ja irgendwie fragen, kennen Sie Haru? Ach, wow. Was ist Ihr Lieblings-Hashtag? Venture Life. Oha, Haru. Oha, Haru. Ach so, ja, genau. Hier, die Liste bis jetzt. David und Alessar Gandy. Wir haben schon mal Ideen gesammelt. Für die Umfrage. In welcher Reihenfolge schneidet Ihr Eure Fußnägel, Toilettenpapier, Knüddeln oder Falten? Äh, wonach riecht Euer Bauchnabel, worauf freut Ihr Euch diese Woche am meisten? Ähm, welches Tier würde beim Battle Royale gewinnen, Pflanzenfresser-Edition? Und was ist das schlechteste Restaurant in der Stadt? Das haben wir schon mal. Irgendwelche Vorschläge, weiteren Vorschläge? Ach, ja, kennt Ihr Haru? Vielleicht angeschlossen an das schlechteste Restaurant, das schlechteste Unternehmen. Aber ich schreibe, nennt Ihr Haru? Kennt Ihr Haru? Wer ist die beste Auszubildende bei Mount & Air in Style? Gibt's da nur die einzige? Richtig. Peter, fünfmal Dein Name. Ah, ja, ich weiß, ich bin schon gut. Ich glaube, ich werde gleich nochmal zum Stadtpark fahren, da war ich schon eh wie nicht mehr. Mhm. Mal gucken, wer da so umgammelt. Wie ist Chosie eigentlich? Ich hab's jetzt schon ein paar Tage nicht mehr erwischt. Entweder hat sie geschlafen oder ich hab geschlafen. Okay. Aber soweit ich weiß, geht's hier gut. Das ist schön. Super. Nicht wahr? Super. Super. Super, super. Ich hab's jetzt diesen Laden. Wer das kein Laden auf!!! Yea, was soll denn das? Es fehlt gar nichts neues. Erwin's hat auf. Erwin's hat auf. Ja, dann fahr ich gleich mal hin. O.K. Ich würde mich gleich noch mal kurz hinlegen. All righty. Ich bin dann später wieder da. Alles klar. Na dann, gute Nacht. Bis denn. Gute Nacht, Jotelö. Tschüss. Ach ja. Ach ja. Oh, ich kann zauberen. 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 Wunderbar, wunderbar, mein Lieber. Ja, ich wollte nur kurz anrufen wegen dem Gespräch vorhin und wir haben uns ja eben, ich war jetzt gerade nochmal beim Ganky und hab mich nur mit den anderen unterhalten. Ja, also die meinten halt so, also ich habe ja so ein bisschen mal gefragt, so ja, ich denke wir hätten ja, nee, nee, gar nicht. Ich habe einfach mal so gefragt, ja, ich denke wir alle haben so kein Problem, wenn Haru sich herauszieht wegen dem Job, ne? Und da haben alle gesagt, nein, nein, jeder versteht das und so und also nur damit du weißt, jeder hat da Verständnis von denen, also Selina war auch noch da, jeder hat da extrem Verständnis dafür, wenn du jetzt zum Beispiel nicht so häufig mit den Leuten chillst. Nur damit du das einfach weißt, am Ende musst du es ja entscheiden, genau und ansonsten ja, ähm, haben wir noch so grundlegende Sachen besprochen, ne? Also die, äh, Alessa, so hat sie es mir dann auch gesagt, ist mit dem, äh, Dings zusammen mit diesem Misha. Naja, das habe ich so, wie ihr gesagt, habe ich ja mitbekommen. Genau, genau. Ich habe ja auch angerufen und gesagt, ne? So, so, ja, wann ziehst du das? Ja, 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 ja. Genau, das hat sie mir dann auch nochmal erzählt und, ähm, ja, ansonsten gab es, also, gab es nicht so extrem viel zu bequatschen, war jetzt eher so dann, ja, schade, wenn Haru zwar nicht da ist, aber so, wir haben alle Verständnis und irgendwann nervt das halt auch, also haben die jetzt gesagt, wenn man nur sagt, ja, es ist immer nur interner, interner, interner und so, ne? Ja, genau. Das ist halt, das halt, glaube ich, belastet irgendwie beide Seiten. Gut. Aber nur damit du Bescheid weißt, ich habe da höflich mal nachgefragt, sodass du weißt, wenn du dich jetzt zum Beispiel selber entscheiden solltest, dich rauszuziehen, dass da jetzt niemand irgendwie sauer ist oder so, sondern jeder Verständnis hat. Ja, ähm, ja, wie, ich weiß, also hast du denn von, äh, hast du denn von, äh, hast du dann gesagt, dass du, ähm, also, dass ich das so jetzt mache oder hast du das so gesagt, dass du das nicht? Nö, 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 das, ich habe einfach nur gesagt, so, also, wie ich eben zitiert habe, ich denke aber, also, Zitat, ich denke, keiner von uns würde ein Problem damit haben, wenn Haru sich auch zurückzieht oder, und dann haben alle gesagt, na, nein. Ja, aber aus welchem Kontext? Einfach, einfach so, wir haben uns über dich unterhalten. So, dann hieß es, ja, Alessa sagte, ja, der hat die ganze Zeit gesagt, sie sollen die Drogen ausmachen, bla 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 und so. Und dann kam der halt... Mit Drogen ausmachen? Naja. Hab ich nie gesagt zu ihr, hä? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, was der Kontext war. Das ging um gestern Abend. Und, genau, und das war das, aber, wie gesagt, das war so das Einzige und dann habe ich halt gesagt, ja, also, dann ist es ja auch selbstverständlich, oder dann ist es ja auch verständlich, wenn Haru sich rauszieht aus dem ganzen, also, aus der Gruppe hier, weil es für ihn ja dann doch ein bisschen schwer ist. Nö, also, wegen Kommunikation und so. Das entstand so daraus. Okay, ja. Genau. Und da hat jeder gesagt, ja, ja, jeder hat Verständnis. Das habe ich einfach so für dich insgeheim nachgefragt. Nee, okay, passt. Genau. Mehr nicht. Nö, alles gut. Ja, gut, danke. Ja, ja, immer, immer. Weiß ich auch Bescheid. Ja. Genau. Du weißt, du bist bei jedem auch immer willkommen, also, bei mir sowieso müssen wir gar nicht drüber reden, ist ja klar, wir wohnen auch zusammen, aber grundsätzlich, ne, ich denke, die anderen sind auch Leute, die dann sagen, ja, alles gut. Mhm, mhm, ja. Genau. Okay. Ja, ich muss jetzt auch wieder, ich bin demnächst wieder, ne? Also, danke, aber... Ja, ich bin grad eh auf dem Weg in den Norden, von daher. Alles klar. Okay, noch gute Schicht. Danke, ciao, ciao. Ja, John fragt halt nach, weil man weiß ja nie, ob da irgendwann mal was Böses hinterherkommt. Weil, ähm, ja, Leute können halt auch mal böse werden, was das ist. Ich werde mir jetzt erst mal was zu essen machen, bevor der Goody anfängt. Und, ja. Gut. Ja, lieber John ist ja wieder unterwegs. Okay. Gut. ich hoffe mit becky entsteht dann auch egal in welche richtung schöner zweig weil ich finde die rp spieler das richtig schön ich stempel mich aus legt mich auf die couch und wir sehen uns peter wieder bis denn hallo miss störe ich sie gerade nein tun sie nicht ich bin reverend john formann ich bin der neue geistliche im norden das ist ich bin isabella caruso hallo ich grüße sie herzlich schön ja ich bin hier gerade wir haben ja um 21 uhr den gottesdienst um 21 uhr ja ich bin gerade ich habe gerade erst das haus verlassen ich habe das noch gar nicht mein handy gecheckt ja dann würde ich kündige ja also drei tage lang an und dann hoffe ich dass doch viele vorbeikommen dann bin ich um 21 uhr auf jeden fall wieder hier ja würde mich natürlich sehr freuen also ich möchte ich bestimmt noch ein paar leute dazu das ist schön zu hören kann ich was für sie tun oder also ich bin tatsächlich eigentlich fast täglich hier also wenn sie mich wahrscheinlich wenn sie jetzt das amt übernommen haben mich tatsächlich öfter sehen nach hier ist das schön schön zu hören dass menschen häufiger die kirche besuchen ich habe auch schon häufiger gesehen dass menschen ja auch und zettel da lassen ich hatte gesehen dass da welche liegen aber ich habe die nicht angefasst ja ja dass das verstehe ich ich freue mich sie immer exakt so einen speziellen kasten dass sie halt nicht verloren gehen und sie dienen ja auch so ein bisschen dann am ende für den gottesdienst wenn ich dann merke dass es gewisse gebetsanliegen gibt oder so etwas euch das mit ein das ist schön ich hatte mich gerade schon gewundert als ich ihr ein auto auf dem parkplatz sah dann dachte ich schon okay weil ich ja sonst halt immer alleine bin ach dass ich eben als ich reingekommen bin war noch ein junger mann hier ist gerade rausgegangen in dem moment okay also ist häufiger mal besucht habe ich mir auch häufiger auch sagen lassen letzten tage sehen sie dann bin ich wahrscheinlich noch keinem über den weg gelaufen vielleicht zu verschiedenen uhrzeiten einfach hier gewesen das glaube ich auch es ist ja immer manche menschen kommen ja dann für fünf minuten manche für zehn minuten je nachdem dann trifft man sich dann auch nicht ja das stimmt dann würde ich sagen ich bereite noch den gottesdienst zu ende vor und wenn noch was ist ich bin vorne alles klar ich danke ihnen und dann sehen wir uns auf jeden fall auch später ja genau genau das tun also dann alles gute liebe gemeinde es freut mich dass sie heute alle so zahlreich gekommen seid es ist so dass es mein allererster gottesdienst hier auf dieser insel und es ist auch der erste gottesdienst für mich hier oben im norden sicherlich haben sie das ein oder andere schon mal bei patakalle besucht und sie müssen wissen ich bin ein etwas altmodischer mensch weswegen ich wie ich es gelernt habe einen gottesdienst durch führen werde ich würde sie aber trotzdem alle sehr 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 gerne bitten wenn sie möchten und ich habe viele briefe hier in dieser kirche lesen dürfen dass wenn wir bei den für bitten ankommen wenn wir sagen wir bitten dich erhöre uns dass sie auch gerne nach vorne kommen und ihre für bitten und ihre wünsche und ihre hoffnung und ihre trauer gerne vortragen denn am ende des tages kann ich hier vorne rumhampeln wie ich möchte aber am ende sind es ja ihre und meine und unsere gefühle die wir hier vortragen möchten und jemanden anvertrauen möchten im namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes der herr sei mit euch und mit deinem geist die gnade unseres herrn jesus christus die liebe gottes des vaters und die gemeinschaft der heil des heiligen geistes sei mit euch ganz verschiedene menschen haben sich zu unserem gottesdienst versammelt frauen und männer alte und junge menschen mit unterschiedlichen ansichten meinungen und lebenserfahrungen uns alle verbindet gott hat uns als seine gemeinde zusammengerufen er beschenkt uns mit seinem wort er stärkt uns im glauben denn der gemeinschaft er gibt uns und seinem geist er ermutigt uns zum christsein im alltag der herr sei mit durch aus dem heiligen evangelium nach markus ehre sei dir herr ich bitte sie aufzustehen zum evangelium da kamen seine mutter und seine brüder lieben draußen stehen und ließen ihn rufen das volk saß um ihn herum als man ihn fragte deine mutter und deine brüder und deine schwestern sind draußen und suchen dich da antwortete er ihnen wer ist meine mutter und wer sind meine brüder und indem er auf die um ihn sitzenden blickte sagte er das sind meine mutter und meine brüder wer den willen gottes tut der ist mir bruder und schwester und mutter evangelium unseres herrn jesus christus lob sei dir christus können sich gerne setzen liebe brüder und schwestern im heutigen evangelium geht es um das thema familie und wenn wir daran denken was eine familie ist und was sie ausmacht und ob sie aus der blutsverwandtschaft oder der gemeinsamen erfahrung und geschichte entspringt bewegen wir uns immer in einem heiß umstrittenen themenfeld es gibt die einen die sagen familie ist etwas das nur aus der blutsverwandtschaft entstehen kann also als ob wir nur in eine familie hineingeboren werden können andere wiederum sagen eine familie muss über die zeit hinweg entstehen denn die gemeinsame geschichte und erfahrung ist es die eine familie zu familie macht jesus lernt uns heute dass es eben nicht um die biologische verwandtschaft geht sondern darum sich in nächsten liebe zu unterstützen und füreinander da zu sein also dass wir einen ort schaffen wo geld keine rolle spielt und menschen sich nicht bekriegen wo wir auf menschen treffen die uns helfen die richtigen entscheidungen zu treffen familie ist vielleicht sogar die kolonne in der wir fahren weil wir wissen dass wir teil davon sind so können wir eine biologische familie haben doch gänzlich einsam sein aber genau das sollte in einer familie nicht der fall sein weswegen wir uns in so einem fall auf die suche begeben wenn wir dann auf menschen treffen mit denen wir unser leben verbringen eine gemeinsame geschichte haben und füreinander da sind in guten wie in schlechten tagen dann sind wir zu hause und das können auch freunde nachbarn oder auch arbeitskollegen sein es muss nicht zwingend biologisch sein und unsere biologischen eltern oder geschwister können uns teilweise gänzlich fremd sein und trotzdem haben wir eine familie in anderen das wichtigste ist dass wir uns eines bewusst werden wir sind nicht nur diejenigen die nach familie suchen auch wir sind familie für andere wir selbst geben auch anderen das gefühl eine familie gefunden zu haben so wie wir auch das gefühl bekommen teil einer zu sein einzig und allein wir entscheiden ob wir menschen durch bedingungslose liebe fürsorge aufopferung oder geborgenheit eine familie schenken das ist für uns alle ein riesiges privileg deshalb lasst uns auf die suche nach unserer familie gehen wenn wir sie nicht schon gefunden haben und wenn wir sie gefunden haben umarmen wir sie und sagen danke danke dafür dass sie uns das privileg schenken teil von ihnen sein zu dürfen und nicht nur das dass wir nicht mehr alleine sind denn das ist das was die menschen zu menschen macht nämlich gemeinschaft es kommt der teil mit den fürbitten wo sie wenn sie möchten gerne nach vorne kommen können dafür richte ich mich richtung osten aus lasst uns beten wir bitten für den schutz und gesundheit unserer familien gemeinsam sagen wir wir bitten dich erhöre uns für eine uns liebende und unterstützende familie die für uns da ist an guten ihren schlechten tagen sagen es gemeinsam wir bitten dich erhöre uns für alle die unseren lebensweg begleitet haben für unsere eltern und unsere familien denen wir halt finden und für alle die uns in freundschaft verbunden sind wir bitten dich erhöre uns für uns alle die wir hier zusammen willkommen sind und gemeinde sind wir bitten dich erhöre uns für familien die große herausforderung bestehen müssen schenke ihnen kraft und zusammenhalt wir bitten dich erhöre uns für die familien die ihre verwandten ob eltern geschwister oder kinder verloren haben schenke ihnen kraft und sei ihnen eine burg wir bitten dich erhöre uns für familien die zerstritten sind schenke ihnen harmonie und die kraft zur nächsten liebe wir bitten dich höre uns möchte jemand eine fürbitte vortragen möchte jemand eine fürbitte vortragen ja so kommen sie dann mit nach vorne ähm möge die hoffnung den menschen niemals verlassen egal welche situation und egal wie hoffnungslos es alles sein mag wir bitten dich erhöre uns fühlen sie sich frei treten sie nach vorne okay ich verschwöre dich erhöre mein unser gebet du hast es uns ja eingegeben und geschenkt noch bevor wir zu dir gerufen wurden schau herab auf uns bittflehenden du verschwähtest es doch nicht nach uns zu schauen da wir in die irre gingen herr du erbarmer du wolltest gewiss nicht umsonst dieses gebet uns eingeben nicht hast du es uns geschenkt damit es fruchtlos bliebe du hast es uns deshalb schenken wollen auf das du uns erhören könntest du hast uns deshalb eingegeben dich um hilfe zu bitten auf das du unser dich erbarmen könntest du hast uns das erste angeld deiner barmherzigkeit schon zugewiesen schenke auch das übrige abend liebe gemeinde es ist so ich möchte noch einmal aus dem herzen sprechen und nicht nur vorgeschriebene texte vorlesen und vortragen was familie ist ist mir in den letzten tagen durch den kopf gegangen ich habe viele menschen getroffen viele einsame menschen viele menschen die in einsamkeit auch irgendwo verblieben sind mit ihren sorgen diesen sorgen zu verbleiben ist meist etwas was uns menschen sehr betrifft weil wir irgendwo uns anvertrauen wollen natürlich gibt es die menschen und ich zähle mich teilweise dazu die das was sie denken und fühlen gerne in sich hineinfressen und sagen ich kann doch über mich selbst entscheiden und wissen sie manchmal ist es so dass es doch erlösend ist uns kund zu geben etwas zu geben was vielleicht ein geheimnis ist was wir niemals ausdrücken würden anvertrauen heißt ein stück von sich zu geben zu jemanden und dieses geben ist nicht gedacht als temporär sondern dieses geben ist immer Teil unserer Geschichte weil wir sagen dass wenn wir uns hingeben wir es nie mehr zurücknehmen können weil wir es schon längst getan haben und ja wir mögen jetzt sagen vielleicht nehmen wir uns dann wieder zurück und verstecken uns aber können wir das denn überhaupt noch wenn jemand schon um uns weiß ich möchte damit sagen es ist nicht immer so wie wir denken dass wir alleine sind und dass wenn wir uns anvertrauen und uns zurückziehen dass uns die menschen nicht mehr annehmen wie wir sind sondern es ist irgendwo in der natur des menschen verankert dass wir wenn wir jemanden finden den wir nett gut freundlich einfach mit uns zusammen stimmen treffen dass wir mit diesen Personen immer in Kontakt treten und somit müssen wir nicht alleine sein wir können uns entscheiden alleine zu sein das ist uns immer selbst überlassen aber wir sollten uns stetig fragen ob es das ist was wir am Ende auch wollen und wenn wir nun vielleicht alle zurückschauen und alle uns mal die Frage stellen wer unsere Familie ist dann werden wir vielleicht auch schnell ein paar Personen ausmachen können und diese Menschen gilt es zu bewahren im Herzen wie in der Liebe und das klingt vielleicht kitschig ich kann es mir vorstellen dass einige damit nichts anfangen können aber Liebe heißt eben mehr als irgendeine erotische Liebe sondern Liebe ist was viel viel Tieferes Liebe ist sich selber aufzugeben es klingt brutal und viele mögen sagen ja das kann ich doch nicht ich kann mich doch nicht aufgeben ich bin ein Mensch ich habe Selbstbewusstsein aber Liebe ist etwas was bedingungslos ist und nicht nur bedingungslos sondern es ist auch ein Stück wieder von sich abzugeben und das entscheidet die Familie und das ist das was im Evangelium steht Jesus sagt alle die das Werk Gottes tun den Willen Gottes tun und was ist der Wille Gottes in dem Fall die Nächstenliebe es geht rein einzig und allein um die Nächstenliebe und das ist das Entscheidende es geht nicht darum dass eine Familie existiert nur weil sie existiert weil man sich vielleicht sogar noch fremd ist sondern es geht vielleicht auch genau darum zu sagen wir sind Familie weil wir füreinander einstehen weil wir uns die Hand reichen weil wir uns lieben weil wir uns einfach lieben wir lieben uns bedingungslos das heißt nicht dass wir mit den Leuten sofort ins Bett steigen sondern es geht darum dass wir uns lieben dass wir zusammenhalten und das ist etwas das ist das Schwierigste zu lieben wenn jemand etwas falsch macht ist schwierig das weiß ich selbst aber und da zitiere ich den Heiligen Johannes vom Kreuz der gesagt hat sinngemäß das Böse frisst sich selbst aber wenn wir keine Liebe haben dann wird das Böse unter einem neuen Namen zurückkommen was bedeutet alles Negative was wir erleben auch im Zwischenmenschlichen können wir nur bereinigen und wieder gut werden lassen wenn wir diese Nächstenliebe verspüren wenn wir versuchen uns ein Stück zurückzunehmen dann können wir die Welt zu einem besseren Ort machen und möchte ich die Entlassung so genannte sprechen also ich segne sie euch noch einmal zum Schluss der Herr sei mit euch mit deinem Geister es segne euch der allmächtige Gott der Vater und der Sohn und der Heilige Geist Amen der Herr segne uns und behüte uns der Herr lasse uns sein Angesicht über uns leuchten und sei uns gnädig der Herr wende uns sein Angesicht zu und schenke uns seinen Frieden Wache O Herr mit jenen die heute Nacht keine Ruhe finden und weinen und betraue deine Engel damit über jenen zu wachen die schlafen kümmere dich um die Kranken O Herr Jesus Christus und schenke den müden Ruhe segne die Sterbenden beruhige die Leidenden fühle mit den Gequälten beschütze die Glücklichen und alles und deiner Liebe willen Möge uns der Gott der Hoffnung mit all der Freude und dem Frieden des Glaubens erfüllen dass wir Hoffnung im Überfluss haben durch die Macht des Heiligen Geistes Amen Geht hin in Frieden Dank sei Gott dem Herrn bedanke mich sehr herzlich fürs Kommen und ich wünsche ihnen einen guten Heimweg und wenn sie noch mit mir sprechen wollen ich bin für sie hier da und stehe ihnen zur Verfügung und ich bin für sie Ist ein bisschen kurz gewesen, aber ist okay. Das erste Mal. Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Freut mich. Freut mich, dass Sie da sind. Selbstverständlich. Ach ja. Und wie geht es so? Das ist super. Also, eigentlich nicht, aber gib mir Mühe. Aber das ist schon drin, oder? Ein bisschen. Einmal vorbeizukommen. Das war schon drin, ja. Freut mich. Freut mich sehr. Danke, wie gesagt. Ja, nicht dafür. Gerne. Dann dir noch einen entspannenden Abend. Dankeschön. Wünsche ich dir auch, mein Lieber. Und pass auf dich auf. Pass auf dich auf. Das ist Lob, das war sehr schön. Dankeschön, das freut mich. War noch etwas sehr kurz. Ja, es wird sich einpendeln. War das Ihr erster Gottesdienst, ja? Hier auf der Insel? Genau, hier auf der Insel, ja. Wie lange machen Sie das schon insgesamt? Wann bin ich denn geweiht worden? Äh, sieben Jahre, vor sieben Jahren wurde ich Diakon. Fünf Jahre Priester. So. Schön, schön, schön. Ne, hat mir wirklich sehr gefallen. Das freut mich sehr. Ja, das ist das Wichtige, dass es, es wird sich einpendeln, das ist so der Punkt. Ja. Und ja, ich hoffe mal, ja, dass ich auch eine gute Form finde, die halt für alle einerseits natürlich Hoffnung schenkt, auf der anderen Seite ist es halt immer dieser Frontalunterricht, der irgendwo da ist. Und den möchte ich versuchen, so ein bisschen aufzulösen, aber da bin ich noch am Rumexperimentieren. Ja, das wird sich, denke ich, alles geben. Ich finde es zur Hauptsache wichtig, dass man hier regelmäßig die Möglichkeit hat, teilzunehmen, weil, ich glaube, für viele Leute ist es wichtig. Ja. Wenn man bedenkt, was so alles passiert und passiert ist, ist immer schön, einen regelmäßigen Rückzugsort zu haben. Ja. Und auch einen Ansprechpartner. Richtig. Deswegen, also ich bin jetzt erstmal hier auf jeden Fall im Norden und bin für jeden ansprechbar. Immer. Sehr schön. Ja, ich war tatsächlich noch nie hier in der Kirche, hier oben. Umso schöner. Eine sehr schöne Kirche. Ja, ne? Muss schon zugeben. Schöner. Wirklich sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Ich finde das unglaublich schön. Also so eine neogotische Kirche mit den Spitzbögen hat schon was, auf jeden Fall. Mhm. Ja, definitiv. Ja, die Raumqualität ist auch ganz toll. Das stimmt. Schade, dass man nur nicht auf die Empore kann. Das ist das Einzige, aber... Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Aber klar, man sieht die Empore ist halt schon so ein bisschen auffällig und bevor da jemand runterfällt, das wäre blöd. Ja, klar. Verstehe ich. Ja. Ja, schön. Darf ich nach den Namen fragen? Äh, Ryan. Ryan, Ryan. John, Reverend John. Freut mich. Freut mich auch. Freut mich auch, freut mich auch. Ja. Wird auch ab und zu mal in Rockfort sein. Eher selten wäre ich im Norden. Aber... Genau. Sehr schön. Ja, ich werde versuchen, soweit es mir zeitlich möglich ist, da zu nehmen. Ich finde das sehr schön, tatsächlich. Das ist mir wichtig. Das ist... Das freut mich sehr und auf jeden Fall, ähm, ich freue mich immer über jeden, der kommt. Und... Nichts ist schlimmer, als die Messe alleine zu feiern. Absolut. Natürlich. Verstehe ich. Und ich meine, es waren ja jetzt schon einige da. Ja. Und das ist wirklich schön. Ich habe eben auch noch jemanden hier getroffen im Gottesdienstraum, die sagte, ach, ich wusste gar nicht, dass hier Gottesdienst stattfindet heute. Hab ich gesagt, doch. Also... Aber das wird sich mit der Zeit tragen und ich werde versuchen, einen Fixtermin zu haben. Ich denke auch. Ja. Ich denke, so ein Donnerstag ist immer gut für mich persönlich, weil es jetzt nicht viel für die anderen ist. Aber... Ja. Ja. Ja, sehr schön. Freut mich nochmal, Ryan. Mir ist ja gefreut. Mich auch. Ich freue mich ganz meinerseits. Und ja. Auf jeden Fall wird man sich immer wieder sehen. Auf jeden Fall. Also da hinten kann man sich eine Kerze anzünden, ne? Sehe ich das richtig? Ja, ja, selbstverständlich. Ja, an der rechten Seite. An der linken Seite geht auch. Das war ja kein Problem. Ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Abend. Du bist zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal, ne? Dankeschön. Mach's gut. Pass auf dir auf. Du erhofft dich. Hat doch gut geklappt. Ich war doch sehr verwundert. Dass Beverly kam. Ist hier irgendwo ein Aschenbecher? Danke, dass du da waren. Okay, es hat mich nämlich echt gewundert, dass du uns beide angerufen hast. Tschüss, schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Ja kurz. Guck mal, ich wurde angerufen. Ja, das ist doch schön. Ich hab was vergessen. Oh, ich find das schön. Komm, John, gib dir. Ja, das stimmt. Toll. Ich komm noch mal kurz vorbei und nochmal… Hi, John. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hallo. Pitschups nicht wieder. Ich muss mal ganz kurz jemanden… Jetzt kommt ein wichtiger Anruf. Ja. Also erstmal heißt es einen wunderschönen guten Abend, Ihre Eminenz. Und zweitens, warum sehe ich dich nicht? Ich bin gerade bei John, bei seiner ersten Messe. Ich dachte, hier wird supportet. Da nimmt man sich frei oder tauscht Schichten oder sonstiges. Jetzt richtest du zu hart. Ui. Ist okay. Nee, Alessa. Das find ich nicht gut. Es wird noch ganz viele Messen geben, keine Sorge. Ja, aber das war die erste Messe. Das erste Mal ist was ganz Besonderes und da erinnert man sich dran. Wann ist die nächste? Also ich hab jetzt geplant erstmal jeden Donnerstag einen Gottesdienst hier zu machen. Heißt du Uhrzeit oder? 21 Uhr. Und ich werd gucken, dass ich noch einen zweiten unten in Rockford mache. Äh, Gottesdienst. Ähm, bisschen früher. Ich hab nämlich gesagt bekommen, dass nicht jeder um 21 Uhr könnte. Einfach nur damit man das schön austauschen kann. Ja, viele arbeiten auch. Ja, viele arbeiten auch. Ist das super. Ja. Äh, bitte? Bitte? Ja, ist super. Wird auf jeden Fall zwischendurch immer vorbeikommen. Ja. Okay, jetzt die Dame. Entschuldigung. Ich hab gesagt, viele arbeiten ja auch noch um 21 Uhr. Ja. 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 Das ist es halt. Nee, deswegen. Ja, also auf jeden Fall freut mich auf jeden Fall, wenn alle immer wieder vorbeikommen. Ähm, ja. Und es wird sich, denke ich, noch immer wieder mal was ändern, ne? Ich guck einfach so, dass es ein bisschen, ja, ein bisschen länger wird. Weil ich hab doch gemerkt, am Ende des Tages, huch, die Zeit rennt dir. Äh, du bist ein bisschen schnell. Ähm, ich hoffe, ich bekomme nicht den Beinamen, den ich in Birmingham damals hatte. Ähm, der eilige Vater John. Das war immer ein bisschen komisch. Halbe Stunde und gut ist. Ja, aber halbe Stunde ist doch ne gute Länge, oder? Ja. Ja. Ich wollt's grad sagen, also das ist passend, das ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Okay. Weil sonst, also ich, das ist das Zwischenmaß, so viele Personen. Ich denk mal, manche finden eine halbe Stunde schon zu lang und manche finden es zu kurz, aber so hast du halt das Zwischenmaß. Okay. Dann werd ich bei der Länge bleiben und werde gegebenenfalls dann, wenn es irgendwie große Festtage gibt, dann einfach länger machen. Genau. Ja. So kann man das doch machen. Also guck ich aber, welche Heilige beim nächsten Tag gestorben ist und dann machen wir einfach einen großen Eingquetsch. Wer ist tot? Oh wow. Ich will doch nicht sterben. Ich will nicht zu einer Beerdigung. Nein, nein, du nicht. Mach du mir sowas nicht an. Nein, alles gut. Nein, alles gut. Ich hab schon wichtige Leute besorgen. Ja. Ich kalt das nicht aus nochmal Leute zu verlieren. Vince, hast du was? Geht's dir gut? Mir geht's super. Mir geht's auch gut. Haley, geht's dir gut? Ja. Ja. Das ist der Mann, den ich ständig komme. Okay. Nee, ich hab nichts am Beichten. Okay, sehr gut. Sehr beruhigend. Ja. Wir hatten damals einen sehr lustigen Pfarrer gehabt, der hat sich immer einen Spaß von uns jungen Leuten gemacht, also ich war noch im Priesterseminar und dann ging's dann zur Beichte und dann hatte er mir damals die Frage gestellt, hast du eine Freundin? Und ich so, nee. Ja, Priester werden. Dann sagt er so, ja Gott möge dir deine Sünden vergeben. Ich hoffe, der ist angekommen. Ich glaube, ich stehe auf dem Schlauch, Entschuldigung. Ui. Aber wenn sie möchten, kann ich aus Sympathie lachen. Nee, nee, bitte nicht. Okay. Hermine, arbeitet ihr gemeinsam? Kennt ihr euch? Wir wohnen zusammen. Ich bin die Frau, die keine Brüste hat. Also hast du mal zu mir gesagt. Das klingt so sehr nicht nach mir. Nee, gar nicht. Das klingt gar nicht nach mir. Das war ein Lolitas. Ich weiß das noch ganz genau. Nee, sowas hätte er nicht. Nee. Das glaube ich nicht. Er hat auf mich zu Gast leiten. Das ist nicht cool. Ja, okay. Ich habe das, oder? Oh, sowas. Ah, honey. Okay. Du find's. Yes. Du hast ein, richtig? Ja. brauchst du was war ruft mich denn jetzt an mann nächsten lieben liebe hat wieder aufgelegt es ist für dich freundliches fräulein freundliches ich habe nein 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 ich habe fehler gemacht er hat die falsche person eingerufen das ist natürlich unangenehm ich habe hochgeladen werden soll ja ist er schon veröffentlicht noch nicht ruf bei venture an mann aber ich glaube nicht dass ich selbst nicht so okay für ich sage aktuelle telefonisch erreichbar okay 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 ich brauche die telefonnummer wo ist einfach 80 0 hier wird dir geholfen hallo hier ist der beste autotune rapper der ganzen stadt ich habe ich habe gerade eben einen kleinen fehler gemacht das hat sich gereimt und zwar nämlich ich habe gerade eben etwas hochgeladen und ich warte da auf eine veröffentlichung können wir die veröffentlichung bitte auf morgen 20 uhr schieben das video heißt strich elia er bavali strich elia ziemlich auffällig und ziemlich gut ok danke dir problem gelöst ob ja aber jetzt habe ich das nächste problem mir schreibt die ganze zeit so ein 58 großer kampf der jahr kampf der jahr hier ist er wieder da vielleicht gar nicht eines seiner probleme lösen nein ich habe dem 1 meter 58 großen kampf der jahr gesagt dass das zwischen uns nichts mehr funktioniert aber jetzt ist er wieder erreichbar wie passend dass da morgen der song veröffentlich wird als andenken wollen wir dann mal wieder runter in die stadt ja können wir machen gerne na dann fahrt nicht schneller als euer schutzengel ne ne ich fahr nicht schneller wie schnell fliegt so ein schutzengel ach das ich habe meinen nie gefragt aber der war immer schneller als ich glücklicherweise ich glaube meiner ist schnell genug sehr gut oje 150 mph oder so also meiner ist noch schneller als ich aber der fährt nicht so radikal wie ich ne fliegt ich bin hi gut dann ok dann vielen glückwunsch danke dir ich bin fisch vielen dank für die messenger ja sehr gerne du bist fisch ja du bist hi ich bin fisch aha mit sich schönen abend also hermini ihr passt beide echt super zusammen ja wir lieben uns auch heiß und innig also freundschaftlich also das würde ich mir angucken ne ist ja nur freund ich sollte manchmal einfach meinen mund halten ist tut mir leid entschuldigung gaby ich hab dich liegen ist ok lori ja du bist es ja nicht anders gewinnt ne ich bin verwirrt aber weißt du mein mund ist schneller als mein kopf und naja dann passieren solche sachen du weißt doch wie es ist solange man die probleme wieder ausräumen kann ja hoffe ich doch was für probleme also ich hab ihr schon ich also ich glaub wenn es ihr zu viel wird dann drückt sie mir irgendwann nachts ein kissen aufs gesicht dann geht das schon dann schlafe ich wenigstens friedlich ein würde ich auch nie tun nein weiß ich doch gut das ja ist ja auch nur ein spaß wenns klappt ok das ist nicht ich guck nicht durchs flissen noch das mit dem kissen oder haben wir noch keinen ich bin maximal verwirrt jetzt aber ist ok ich auch hallo verwirrt immer noch schon wieder äh bitte ich immer noch und schon wieder ja 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 das ist dauerzustand für dich richtig das macht nichts das macht dich so liebenswert ah mhm nie nen plan hab mir hat grad jemand geschrieben wer denn naja der mann der sich zwei tage nicht bei mir gemeldet hat achso sei froh dass es nur zwei tage waren ja gut hast du auch wieder recht aber naja dir geht einfach alleine die fix sind auch so ein fest was für ein fest ja ob dieses drachendingsbums oh ohne mich geh doch hin soll ich dich hinbringen nö jetzt will ich auch nicht mehr ob das fest so lange noch läuft weiß ich auch nicht es geht noch eine weile glaube ich also da stand irgendwas von wegen des varietät tritt auf für zehn minuten ich glaube der letzte auftritt ist irgendwie 23 uhr noch was oder so wenn ich mich nicht verguckt habe das ist ja ich glaube nein der soll soll er mal machen passt schon wir sind ja nicht äh ich also ich habe ihn ja nicht in ketten gelegt so vielleicht wollte er das gerne das gibt es hier nicht bei uns also das ist ich habe ihn auch schon das ist ein telefon ja es ist ein telefon ja ja schön meine güte war doch schön dass so viele heute da waren ja gefreut es war auch sehr schön und das obwohl ich eigentlich schon also ohne das persönlich oder böse zu meinen aber ich habe so eine kleine abmerkung gegen religion aber es war trotzdem schön schön gesprochen solange man etwas für sich daraus gewinnen kann ob man das jetzt religiösen konnotieren will oder nicht das ist dann ja egal aber am ende ist ja der job sage ich mal menschen hoffnung zu geben darum geht es ja ist auch also ich habe auch kein problem so mit der religion an sich es ist halt einfach nur so familiäre gründe was mal so ich frage jetzt richtig platt aber meistens sind das dann so phänomene wo die eltern sehr streng religiös waren ja genau also wirklich sehr sehr streng und naja war halt nicht so schön meine zwillingsschwester und ich wir sind da halt mit groß geworden und naja seit wir hier sind haben wir immer so gesagt nee um gottes willen uns treibt nichts mehr in der kirche und naja auf jeden fall so sie oder du immer her ist okay du bist immer herzlich willkommen du kannst hier sein wer du bist das ist das entscheidende ja das stimmt ja das hat gebe ja auch schon gesagt dass hier so alles ein bisschen also ich sag mal lockerer auch gesehen wird und das halt eben nicht so dieses typisches stigma darauf klebt so das finde ich auch gut niemals niemals auch super wichtig dagegen also gegen dieses stigmata da wäre ich mich auch extrem weil ich nicht denke dass man als gemeinde also ich spreche jetzt bewusst als gemeinde nicht als religion kirche was auch immer dass man als gemeinde nicht bestehen kann wenn man nicht die wünsche und die gefühle der anderen respektiert und auch wahrnimmt und ernst nimmt absolut ja deswegen ja deswegen ist das für mich oberste priorität zu sagen jeder der hier reinkommt ist immer herzlich willkommen egal welcher fasson egal welcher typ mensch was sie für was auch immer für auch von mir auch sexuelle neigung haben oder was auch immer das ist mir so egal das ist nicht das was mein also wo ich sage das stigmatisier ich jemanden sondern für mich sind einfach alle menschen erst mal gleich ja das finde ich auch sehr gute einstellung sehr wichtig auch zu hören muss ich ganz ehrlich sagen weil naja durch so die kindheit und so nicht wir haben halt viel mitbekommen ich sag es jetzt einfach mal so weil naja die zwei kennen die geschichte und sie sind hätten partner von daher denke ich mal fassen sie das auch ein bisschen anders auf wie wenn ich jetzt mit irgendwem dahergelaufen darüber sprechen würde aber es war halt auch schon ein bisschen sehr fanatisch bei uns in der kindheit gerade von meinem vater aus und ich weiß nicht ob ihnen das bekannt ist aber meine schwester also meine schwester ist sie nicht bekannt aber es gibt ja solche ich sag mal camps für junge leute die vielleicht andere neigungen haben und naja meine schwester ist halt eine von denen nicht sie ist halt lesbisch es ist halt einfach so und ich liebe sie trotzdem so wie sie ist weil oder was heißt trotzdem sie ich liebe sie einfach sie ist meine schwester und das ist so ja wie sie vorhin schon meinten oder die liebe ist da halt bedingungslos und die war aber bei meinem vater nicht bedingungslos und das war so der punkt weswegen wir auch hierher gekommen sind weil der sie halt in so ein camp schicken wollte naja das wollten wir halt nicht umso besser dass ihr hier seid weil wie ich sagte am ende des tages meine güte was also ich meinte es ich meine es halt auch ernst ich schaue nicht durchs schlüsselloch mir ist es egal was die menschen dahinter machen wie viele partner sie haben wie gesagt oder halt auch grundsätzlich ob sie keine ahnung drogen nehmen oder nicht wenn ich das tut ja auch alles nichts zur sache wenn ich anfange die menschen abzustempeln dann kann ich auch gerne hier alleine hocken das stimmt und deswegen wir sind doch alle so unterschiedliche menschen alle sind willkommen das soll ein ort sein für die menschen die hoffnung brauchen einfach und ob ich da vorne von christus und gott spreche ist einerlei so können das beim nächsten mal setzen so darum geht es mir nicht weil menschen haben viele viele also glauben an vieles und jeder soll dementsprechend auch hier glauben dürfen was er oder sie will und auch wenn es mal bei den fürbitten ist dass jemand sagt ich bitte dich odin oder so etwas dann ist das okay das ist vollkommen okay das finde ich schön ja ich finde das auch wichtig weil ich bin halt auch so ein mensch ist mir ein bisschen abergläubig bin ich ja und ich weiß zwar nicht ob es da jemanden gibt der so auf uns aufpasst aber ich würde es mir auch gern irgendwie wünschen weil ich glaube das ist auch für viele leute einfach so ein wichtiges ding weil man sich dann auch an jemanden wenden kann wenn mal wieder alles schief läuft oder so ja und ich glaube dass der glaube an jemanden oder etwas höheres an eine höhere gewalt die kann vielen menschen was gutes tun ja ja und da sind wir wieder bei dem thema hoffen also um es so ganz deutlich zu sagen ich weiß auch nicht ob es dort oben jemanden gibt oder nicht ich meine ich bin auch nur meine lieblingsbibel stelle ist die stelle vom ungläubigen thomas der nicht glaubt dass jesus auferstanden ist der fest den sogar noch in die wunde und sagt keine ahnung wie kannst du denn auferstehen das ist doch unlogisch das ist ja so so würde ich mich beschreiben weil ich selber sage ich weiß es nicht ich hoffe es aber ja und das macht den unterschied das stimmt ja und das kann ich auch verstehen also ich wie gesagt ich habe ich wünsche mir das auch so ein bisschen zumindest dass in gewisser weise da unten jemand sitzt und vielleicht manchmal so ein bisschen runterguckt und so ein bisschen glück aufwärts drüber und unterträufelt so ein bisschen bisschen feenstaub darauf hoffe ich auch immer immer und der feenstaub ist auch super wichtig ich habe mich mit feenstaub so insoweit noch nicht beschäftigt aber aber ich sage einfach mal ja finde ich gut klar dazu müssen ja nur so ein paar feen zermahlen werden ist gar nicht schlimm ja ein bisschen ein bisschen ein wie war das noch mal die hörner von den einhörnern und sowas genau ja so ist das schon okay die werden dann gemolken ja also nicht die fehlen bitte nicht merken nein nein ich glaube die sind auch zu klein dafür nein nein die 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 einhörner ja genau deswegen gibt es ja auch den einhorn poops was den einhorn poops von der safe zone das ist ein pudding habe ich nie gegessen die muss ich jetzt essen trinken demnächst der schmeckt aber sehr lecker der ist auch richtig richtig lecker also kann man wirklich nur empfehlen genauso wie den ach eigentlich alles da auf der speisekarte der rainbow cake ist auch gut ja die rainbow waffel auch oder die ich weiß gar nicht gibt es spagetti glaube ich ne nudeln passt ja super lecker wir sollten beim nächsten gottesdienst hier gerne einen stand aufmachen parkplatz ist groß genug auch die würden sich bestimmt freuen immer anfragen sowas hatte ich eh vor dass jemand gegebenenfalls ja sogar um so für namen gottesdienst dass die leute sein hier war so was essen können und so ganz entspannt ja eben dann hat man vielleicht im nachhinein so hat man dann vielleicht noch ein hängerchen und dann gönnt man sich noch was ich nicht irgendwas schnelles so für unterwegs ja ja eben eben was wir ganz gut ich mal anfragen weil das passt sogar sehr gut wie ist wie ist die firma noch mal er selbst dann ach moment das war wegen die die hatten glaube ich die veranstaltung auch gemacht wegen wie hieß das noch mal weit event hatten die gemacht ja ja richtig genau genau die sind dort oben in morningwood oder so das schon wo genau die grenze da werde ich mal anfangen dass das wird doch was schönes das wäre auch ein statement irgendwo ja finde ich auch natürlich auf jeden fall eine super schöne verbindung wäre das gerade die leute sind erst recht willkommen also gerade die die vielleicht sogar noch ausgeschlossen werden aus einigen communities nur weil sie so sind wie sie sind ja das ding ist halt das gibt es halt in der safe zone auch gar nicht da darf wirklich jeder hin zu kunst da ist auch egal wo du herkommst hauptsache also da kannst du dich halt sicher fühlen und das finde ich auch so von der von der message her ganz gut ja das wichtigste und deswegen das würde sehr gut passen ja ja das sehe ich auch so ja dann werde ich die mal anfragen wird mal ich hoffe ich denke nächsten donnerstag dann komme ich auch wieder vorbei ja gerne gerne ich freue mich auf jeden fall weil ja beim nächsten mal neues thema mal gucken was da kommt ich bin gespannt familie war jetzt sehr spontan deswegen aber super auf jeden fall passt irgendwie immer ja gerade am anfang habe ich mir dann gedacht auch familie passt ja weil es passt ja sehr gut weil am ende geht es ja hier um vielleicht neue familie neue gemeinde und so als anfang ist das vielleicht nicht schlecht ja sehe ich auch so und irgendwie kann damit ja jeder relaten ja darum geht es auch genau bringt ja auch nichts wenn ich irgendwie keine ahnung über das zweite vatikanische konzil hier was machen und die leute dann denken zweite war am besten noch in latein auch die messe in latein kann ich auch machen für die hardcore leute ein wort verstehen ja und die leute würden die prädikt nicht mögen die ein wort verstehen weil es ist ja immer so dass das eher so hardline dann eher sagen wir müssen die messe noch auf latein feiern ja wirklich ganz ganz schwierige kiste ganz ganz schwierige kiste die leute kann ich nichts mit anfangen nachher schön ich darf ich gerade fragen wie ihr heißt aus interesse ich bin piet und ich bin gabi deine arbeitskollegin ja genau wir kennen uns genau und richtig genau ich es war gerade so schwierig euch alle wieder zu erkennen das war so aber das kenne ich gerade echt schwer getan aber jetzt jetzt haben wir es und bekommen ich habe ich dann auch erkannt und dann als beverly neben mir stand habe ich mir gedacht warte mal wer ist der junge mann und dann irgendwann dachte ich mir so moment ist das beverly den habe ich als letztes hier erwartet wieso denn einfach so also ich hatte ihn gar nicht im blick wir hatten mal kontakt gehabt da bin ich sind wir damals mal so als freunde beim tattoo land vorbeigegangen da hatten wir ein richtig gutes gespräch miteinander und ja dass der jetzt vorbei kam das war ja also das hat mich richtig gefreut weil ich dachte ich habe nicht an ihn gedacht einfach und aber er hat an mich gedacht dass du hier bist peter mein gott ich kann nicht mehr reden freut mich auch voll der war jetzt spontan aber halt ein bisschen zu spät irgendwie ach du hab auch dann geschlafen ist wichtig ja richtig schönheitsschlaf wobei bei dir ist es ja nicht nötig wollte ich gerade sagen was wo ich das ein bisschen traurig fand war das pater kalle nicht da war aber vielleicht hat er zu tun heute ja vielleicht hat er zu tun hat er kommt bestimmt beim nächsten mal oh ja der gute man das ist immer so lustig wenn ich ihn anrufe erwische ich ihn immer immer auf dem highway wir hatten nie ein telefonat wo er nicht auf dem highway war wow vielleicht ist es ja sein hobby über den highway fahren es kann auch sein dass er zu irgendwelchen gesprächen fährt und wir uns dann denken ja komm jetzt anrufen genau jetzt habt ihr eigentlich oder hast du das gesehen was ich ins adp geschrieben habe ähm gestern müsste das gewesen sein war das wegen der beerdigung ja ja ich hab das schon abgeklärt hatte ich sehr gut ähm hab ich oben okay gut ich hätte das vielleicht noch mal anders vermerken sollen dass ich da angerufen hatte ich habe extra ein normales ausrufezeichen gemacht und ich habe es gesehen sehr schön ich trage mal die nummer ein damit jeder weiß dass ich dass das klar ist ansonsten kann ich auch für dich gerne ein grünes häckchen dahinter setzen und deinen namen dahinter schreiben dann bist du das auch über erledigt hast versichert gerne ja okay ich sollte einfach und dann erledigt reinsetzen genau ah ok macht mehr sinn nö hallo wenn du das gerne machen möchtest vielleicht mach ich gern für dich klar na lori na ich soll dir ein ganz großes dickes dankeschön sagen zu wenig zu spät lori ja ich habe ihm vielleicht auch gesagt dass du gerne ein dankeschön gehört hättest natürlich und dann hat er gesagt ja natürlich natürlich danke ja da kam ich also mitten in der nacht noch mal einen kaffee zu kochen das ist auch ja muss man schon quasi schon mit den stöpseln im ohr das war ich habe es auch schon also ich habe es gerochen den kaffee ja oh hat gut gerochen ja da war ja schon alles vorbei ist es na gut da müssen wir jetzt nicht drüber reden was war denn da war nichts piet okay es ist gar nichts passiert wie immer bei dir überhaupt nichts ich habe mich nur ins verderben gestützt mal wieder mal wieder ja ja den buchstaben hatte ich halt noch nicht auch so das stimmt was für buchstaben er hat noch nichts in ihrer sammlung gefehlt vielleicht in meiner sammlung auch ich war gerade leicht weggetreten ist überhaupt kein problem es geht um sammlungen das ist auch glaube ich besser so ja ich sammle nämlich ohrenstöpsel mit buchstaben drauf richtig immerweise habe ich das eh doppelt oder vierfach wenn man es so nennt ähm du dir was ähm ausstöpseln mit buchstaben ja richtig ja habe ich noch nie gesehen ja das ist auch also die muss man haben ja quasi ich glaube ich bin doch ziemlich alleine also mit beim sammeln wenn man wenn man dann heißt das team ähm oder peme peme ich gehe kaputt hier oder nicht nur du bruder nicht nur du niep niep hört sich gut an niep hört sich gut an niep niep muss alle nochmal einladen dann kannst du niep niep haben ne also die zwei esler nicht nochmal ein oh aber das p ne das p auch nicht da muss noch so ein rennender kojote drauf oder sowas ne ja ja peme genau oder war das ein strauß ich weiß es nicht mehr ich glaube der also der vogel wurde immer von dem kojoten gejagt das ist natürlich die frage wie ist der vogel und wie ist der kojoten die geschichte hat den vogel abgeschossen ne also ich glaube ich glaube das ist der kojote wer ist matthew mein freund ah ok das m das m das m das m was ok das jetzt also nehmt mir mal an es wurden da zwei wunderschöne frauen zusammen ja und die eine hat keinen männerbesuch und die andere hat manchmal männerbesuch ich möchte betonen auch keinen damenbesuch ne noch nicht also äh ich mein egal jedenfalls die andere der zwei wunderhübschen damen braucht dann vielleicht immer ein paar Ohrstöpsel wenn Besuch da ist ah weil die laute Musik hören ist ja auch sehr laut verstehe verstehe oh da klingelt es gleich hier ja also da bimmeln die Glocken sag ich mal ne da bimmeln die Glocken ja auch naja jedenfalls heilige muttergottes was ist hier los ist meine große Liebe jetzt wieder zurückgekehrt und ja mhm jetzt ist es so wie es ist mhm behalte ich Bornstöpsel einfach und weil ich Scrapple spielen will Bornstöpsel Scrapple ja dann kannst du jetzt zumindest schon mal Miep schreiben Miep schreiben oder in der richtigen Reihenfolge EPM EPM ja oder EPM EPM Miep 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 EPM oder IMP Miep wäre antichronologisch also ich finde PIEM immer noch lustig PIEM 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 das hört sich an wie ein Tokamon stimmt jetzt wo du es sagst PIEM 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 ist bestimmt so ein kleines knuffiges und dann sagt er schon PIEM PIEM mhm ja Nuri mach nur weiter PIEM 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 Soll ich immer noch weitermachen? Nein Es tut mir leid falls wir sie überfordern Es ist schon zu spät Es ist kein Problem Dauerzustand bei mir ja ich hab mich ja auch grad nicht bei dir entschuldigt Gaby ich hab mich bei dem Pater entschuldigt du kennst das ja schon nun ok beglehrt einiges oder? ja sie hat sich aktiv dazu entschlossen mit mir zusammen zu wohnen also das muss ja irgendwie muss das ja auch selbst geißelung oder so weiß auch nicht ja ich muss für irgendwas ab bitte leisten glaube ich auch manchmal hey ich bring dir gleich die Nase um Frau Lai die Nase umdrehen Ich nehm die Überstöße wieder weg oh nein nie alle und dann lade ich alle auf einmal ein ja ja Piet Veto nein wir dann mit den Fäusten an die Wand natürlich natürlich mehr machen wir in meinem Schlafzimmer sowieso nicht nein schon gar nicht vor der ehe wann ist der hochzeitstag ich habe morgen noch eine woche wieder zusammen wir waren vorher schon mal ein halbes jahr ungefähr aber dann bin ich ausgereist und dann ist er auch ausgereist und dann haben wir uns ein jahr nicht gesehen und naja aber jetzt wieder zusammen gefunden ja er ist jetzt wieder gekommen also ich bin im januar schon wieder her gekommen und er ist jetzt ganz überraschend tatsächlich also ich war kurz davor wieder anzureisen tatsächlich ja jetzt hat er mich quasi überrascht und jetzt bleibe ich halt erst mal noch da das ist doch schön das freut mich freut mich wenn man ich hoffe es ist so die große liebe wiederfindet wenn sie nach so langer zeit wieder kommt also er ist auf jeden fall meine große liebe ich habe jetzt so in den letzten monaten bei ee und pge mehr entschuldigung wieder eigentlich nur bei eeb habe ich gemerkt es halt leider nicht also so gemacht habe ich die ja alle aber das hat halt irgendwie nicht gereicht aber peter wirst du immer wie ein bruder für mich sagt huch was das ist ein mächtiges huch ja so im nachhinein piet will ich das wissen kann ja mal passieren dass man erst im nachhinein merkt so auch eigentlich also langsam habe ich das gefühl ich muss beichten wenn ich mir das alles anhöre aber ich höre mir deine beichte gern an bitte meine ja natürlich die anderen zwei die beichten regelmäßig also ich habe jetzt bestimmt schon vier jahre nicht mehr gebeichtet sie erzählen mir auch so dinge das stimmt aber nicht alles das tut weh ja was denn ich weiß auch manchmal wie man seinen mund hält so ist nicht wenn du keine ohrstöpsel tragen würdest würdest du vielleicht mehr hören ich weiß es nicht ja da erzähle ich natürlich ja ich erzähle mir das immer mit die tiefsten geheimnisse wegen die ohrstöpsel ja ja meine geheimen rezepte klopfen für leckere pfannkuchen und so geister vertreiben ne ja genau ist es dann manchmal auch nebel also wegen weihrauch oder so ja ja obwohl ich mach manchmal rächerstäbchen an geht das aber bitte nicht mehr die mit dem rosenduft lorry die sind out ja ich weiß nur eins also ich lass jetzt nicht 50 davon in meinem kleinen zimmerchen brauchen weil dann hab ich eine hotbox ich glaub nicht dass das so gesund ist ich sag mal so es gibt auch creme für den armen mann aber okay ach so ich also love lotion hab ich zuhause bachelor lotion also die heißt so ich hab die nicht so genannt die heißt wirklich so von der bitchery da sind schöne gerüche drin so mit rosenduft und schön und lecker und so und die macht voll zarte haut ich hab auch winter lippenbalsam oh wow das schmeckt nach zimt also ja ist halt winterlich ne aber ist sehr schön und macht echt schön die lippen und spröde ja jetzt weiß ich nicht was ich erzählen soll deswegen erzähle ich einfach irgendwas ja ich hab nur vaseline auch gut gut dass du vaseline ist bist boxkämpferin oder nein auch für die haut okay gut ja boxkämpfer machen das ja auch auf die haut ach so ne ich bin auch keine boxkämpferin ich lehne gewalt kategorisch ab sehr gut und so ja dann weiß ich nicht wozu du die vaseline brauchst ja wenn die haut mal spannt oder so gegen verletzungen aber das zieht doch voll langsam ein oder ja aber manchmal braucht es das einfach mhm dass es einfach mal länger dauert also das einzige ja also bei dem wasser und wir wohnen ja auch direkt am meer und das salz auf der haut ja da ist das schon auch ne schutzschicht ja verstehe 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 mhm das macht sinn mhm ja damit es nicht immer so reibt und so ne ja ja also ne ich meine wenn man so ne salz oder manchmal auch sogar sand also wenn der starke wind kommt und dass man das dann auf der haut hat das ist dann immer so ein bisschen schwierig ne dann sieht man aber auch ganz schön lächerlich aus wenn man erst vaseline sich einreibt und dann der sand mit dem wind kommt ja das stimmt dann ist aber wirklich auch das ist ja wie wenn man am strand war ja am strand gesessen hat oder sich dahin gelegt hat ja wie sagt man so schön den kopf in den sand stecken oder so ne ja genau obwohl das mach ich auch mein also nicht wortwörtlich also nicht warte ja doch wortwörtlich sagt man da ne ich glaube ja ich machs jedenfalls nicht wirklich aber so vor problemen verstecke ich mich das öfter mal das kann ich gut mhm mhm aber manchmal geht es halt einfach nicht geht es einfach nicht so ja manchmal wenn man jetzt ich sag mal zum beispiel weiß ich nicht man ist man hat irgendwie man ist auf irgendwen sauer mhm und manchmal geht es halt einfach nicht sofort miteinander zu reden und dann warte ich halt manchmal und zieh den kopf ein mhm um mir selber sicher zu werden dass ich nicht was falsches sage mhm das ist manchmal sogar ziemlich gut weil manchmal ist mein mund schneller als mein gehirn und dann sag ich sachen die ganz böse sind und nicht so gut ankommen mhm das hast du vorhin schon erwähnt ja 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 es ist auch leider also es ist irgendwie ein fluch und ein segen weil einerseits denke ich mir naja du bist halt ziemlich offen und viele leute mögen das und naja man kommt manchmal gut an und Leute lachen weil naja es ist ja auch manchmal lustig aber ich glaube manchmal kommt das halt auch nicht so gut an und dann ist es nicht so schön ja gerade bei so Leuten die man lieb hat da braucht man sehr viel Nächstenliebe für ja das stimmt und ich persönlich versuche ihr jeden Menschen zu lieben bis naja bis die Person mich halt davon überzeugt hat dass sie es nicht verdient hat oder naja was heißt nicht verdient aber ich sag mal wenn mich jemand kacke behandelt naja dann finde ich das halt natürlich nicht so schön hm 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 aber es passiert nicht so häufig hm hm naja also es ist schon sehr häufig passiert dieses Jahr wurde sehr oft überfallen und naja ich meine klar die machen das ja auch meistens nicht ohne Grund und so nicht die werden es ja auch schwer genug haben aber naja wenn einem das letzte Geld geklaut wird und man sagt auch noch bitte das ist mein letztes Geld ich hab nicht mehr ich muss mir heute noch was zu essen kaufen und dann sagen die ist mir doch egal man gib mir dein Geld dann finde ich das schon echt uncool hm und gemein das ist es definitiv und das ist auch ungerecht ja auf jeden Fall ja vor allem wenn das ungefähr alle drei Tage passiert hm dann passiert das so häufig naja also jetzt seit ungefähr so zwei drei Wochen nicht mehr so oft würde ich sagen vielleicht auch schon ein Monat ich will es gar nicht jinxen hm aber ja jedenfalls ähm so die letzten Monate war halt wirklich nicht so schön hm deswegen wollte ich ja auch wieder ausreisen weil Los Santos hat mich einfach nicht mehr glücklich gemacht verstehe ich ja dann kam halt Matthew wieder naja jetzt ich meine klar ich ich bin wir sind ja jetzt hier unter uns ich meine ich ich liebe ihn schon aber ich ich bin eigentlich nur wegen ihm hier und das ist eigentlich doof wenn ihr versteht also nicht dass ich euch zwei vor allem nicht liebe aber schon gut Larry ich verstehe was du meinst alles gut es ist halt ich habe euch ja vorher auch schon geliebt so ja und das werde ich auch immer tun und ich werde euch auch falls ich mal irgendwann gehe immer Postkarten schicken aber manchmal ist die Stadt halt nicht so gut für einen für mich es ist es ist vielleicht ein bisschen wenn ich es versuchen würde in Worte zu fassen der Mensch mit dem man sein Leben verbringen möchte ist einem dann plötzlich wieder sehr nah und man möchte nicht von der Seite weichen und Freunde sind immer Freunde die denen man auch einen Brief schreiben kann den man so kurz besuchen kann aber wenn es um diese sehr enge Bindung geht versteht man es auch dass man vielleicht nicht weit getrennt werden möchte gerade nicht wenn man sich ein Jahr nicht gesehen hat ja das stimmt schon und das Ding ist halt also ich sehe das schon auch so nur ich also es liegt jetzt quasi alles auf seinen Schultern und das finde ich auch nicht also ich finde das nicht fair von mir aber ich es ist halt er ist wirklich der einzige Grund weswegen ich nicht weg bin und ich weiß auch nicht ob das so gut ist weil weiß ich nicht wenn doch mal irgendwas passieren sollte dann also es ist ja dann auch nicht fair zu sagen so ja nur wegen dir bin ich geblieben aber ich weiß ganz genau dass ich das sagen würde weil naja ich bin halt ich also weißt du noch unser gespräch am abend bevor ihr euch wieder gesehen habt genau an dem abend davor kannst du mir auf die Sprünge helfen bitte ja da hast du gesagt du wartest auf ein Zeichen Gottes dass du bleiben sollst ach so ja ja nicht von Gott aber ja ich habe gesagt ich warte auf ein Zeichen hast du gesagt ja richtig ja dann habe ich dir gesagt okay das ist ein Zeichen wir wissen noch nicht was es heißt ja das stimmt ob ein gutes oder schlecht ist das zeigt sich ja ich meine bis jetzt ist ja auch nichts passiert so aber ich weiß ich nicht ich ich verkompliziere schon wieder alles nein tust du nicht es ist es ist ja wirklich du versuchst ja gerade Gedanken zu fassen und natürlich mit einer möglichen Schuld irgendwann mal wenn du Vorwürfe machst und das ist ja selbstverständlich und das ist höchst normal ich weiß nicht ob es dir vielleicht helfen würde die das Problem so anzugehen oder vielleicht dich so zu fragen dass die anderen hätten dich auch gehalten aber er war halt vielleicht der 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 Tropfen der das fast zum Überlaufen gebracht dass du vielleicht doch hier bleibst und am Ende ist es ja viel mehr was dich hier hält ja das stimmt schon also es ist nicht so dass meine Freunde mich nicht auch hier halten ich meine ich habe meine Familie hier nicht meine Schwester und ähm naja die erweiterte Familie die halt auch jetzt gerade neben mir steht jetzt gucken sie beide auf ihr Handy wie nett ich hab's aber gehört sie schreiben grad SMS an jetzt sag ich einmal was nettes weißt du meine Schiffin hat geschrieben da muss ich nicht speichern dass da du mal was nettes geschrieben hast wow aber das ist doch so ich meine Pete selbst wenn ich mit dir immer so doofe Späße mache weißt du aber ich hab dich halt trotzdem wirklich lieb und das meine ich halt auch wirklich so und ich weiß dass wir auch manchmal weißt du wir ecken auch öfters mal an ich meine wir sind ja auch zwei Zicken deswegen bist du bei mir auch der Ziegenpete in meinem Telefon huch wie du was? ja du bist der Ziegenpeter aber ist ganz doll lieb gemeint ja ja das hört man ich verrate nicht wie ich dich eingespeichert habe Ziegenpete? unbekannter Mann das würde ich aber auch wissen nein ich verrate es nicht du musst du auch nicht verraten naja jedenfalls ja klar ich hab natürlich also das mit diesem Zeichen das habe ich in dem Moment habe ich es schon so gemeint im Nachhinein dachte ich mir natürlich weil ich natürlich eine kleine abergläubische bin so oh wow Matthew hat mir jetzt geschrieben Matthew ist jetzt wieder zurück und das obwohl ich gestern saß und das gesagt hätte das ist schon wow aber und klar es ist so ich habe ja damals auch schon gesagt so ich weiß noch nicht ob ich gehe ich weiß noch nicht wann ich gehe ich weiß nur dass ich sicherlich irgendwann wenn es mir richtig reichen wird dann gehe ich und naja ich habe eine Sache gemacht die ich damals nicht gemacht habe und zwar ich habe mit meiner Familie und meinen Freunden darüber geredet vor ein paar Jahren bin ich einfach abgehauen weil ich das alles nicht mehr ausgehalten habe und das war schon also das ist schon wichtig auch so für mich weil ich sehe daran auch so ich bin ein bisschen gewachsen und dann ist ja klar es sind zwei Jahre vergangen Gibt es Menschen mit denen du dieses Leid teilst also wenn ich sag mal so Menschen vielleicht auch gerade beide links und rechts die sowas ähnliches teilweise durchmachen wie du Das ist halt schwer zu sagen weil also ich sag mal so es hat ja jeder so seine eigenen Wegelchen und jeder leidet mal ohne also jeder leidet unter irgendetwas anderem deswegen weiß ich nicht ob die beiden jetzt spezifisch dasselbe durchmachen wie ich aber oder allgemein so die Leute in meinem Umfeld aber es gibt sicherlich Leute die ja vielleicht nicht unbedingt ausreisen wollen aber die sich vielleicht gerade nicht so wohl fühlen ja klar und also meine Erfahrung ist dass man vielleicht mit genau diesen Menschen zu teilen ne dass man auch offen gemeinsam darüber spricht und ja sich gegenseitig die Hoffnung gibt also das ist zumindest mein meine Idee die ich davon vielleicht hilft es dir weiß ich nicht ja ich kann es ja mal versuchen ja weiß ja nicht wie gesagt wie Matthew wie Gabby Pete ihr das so erlebt ich selber kann von meiner Seite auch sagen ähm ich war nicht mal ich glaub zwei drei Tage am zweiten Tag war zwei Tage hier im Staat und hatte schon eine Schusswunde abbekommen ach du scheiße und ähm ja das regt einen zum Denken an ja natürlich also definitiv und gerade finde ich solche Erlebnisse die sind ja auch sehr einschneidend ne ich meine auch die die ganzen Überfälle jetzt zuletzt das ist jetzt wie gesagt schon ein bisschen her aber ich hatte eine scharfe Waffe so in meinem Blickfeld und also auf mich gerichtet wegen ein paar Dollarn und das war so es war auch so unwirklich weil ich bin nur eine kleine also wirklich nur eine kleine Friseurin so ich also das ist so was soll ich denen geben und warum richten die da gerade eine Waffe auf mich das ist so ich hab denen ja nichts getan und ich sag mal so selbst wenn jemand reinkommt und einfach nur eine Maske trägt und zu mir sagt Hände hoch Geld her ja dann höre ich auch auf den so also so viel Angst habe ich in dem Moment da müssen die doch keine scharfe Waffe auf mich richten mhm ja und das war so also es ist halt wirklich es war einfach too much ja ja ich war zum Beispiel auch sowas ähnliches ich war beim wollte beim Aphrodonis einkaufen gehen und ich hab gemerkt irgendwas war faul es waren viele Wegen davor aber ich hab keine im Verkaufsraum gesehen als ich durch die Fenster geguckt habe und ich dachte mir so okay komisch ausgestiegen wollte Richtung also bin Richtung den Laden gelaufen und dann kam schon mir ein Typ entgegen mit einem Baseballschläger und so ja jetzt schnell rein schnell rein und am Ende hatte ich halt auch eine Waffe im Rücken gehabt und das ist halt auch da sagt man halt auch ja warum wieso weshalb warum ja das macht halt keinen Sinn für einen selber eben also selbst ich ich versuche ja immer so ne also ich ich arbeite ach ich arbeite ich kriege ja von von Gabi so ein bisschen so von der Arbeit da kriege ich ja manchmal so ein paar Sachen mit und also jetzt keine interner so aber ne so ich kann mir halt vorstellen dass gerade beim Facing Social Center da sind ja nun mal auch so Leute die halt eben nicht unbedingt immer den besten Weg gewählt haben und das ist auch vollkommen okay weil ich glaube jeder macht Fehler im Leben und das ist also es ist einfach menschlich ja dass jeder Fehler macht aber die Frage ist halt was machst du dann daraus und ich finde es aber muss kurz telefonieren sorry ich finde es nur den verkehrten Weg zu wählen indem man halt sagt ich nehme mir eine Waffe und ich raube Leute aus genau so dann dann mach doch lieber was was cooles weiß ich nicht frag doch mal bei der Stadt an ob es irgendwo weiß ich nicht irgendeine Mauer gibt die man vielleicht mit mit Graffiti verschönern kann ja es muss ja auch kein hier fuck der Kopf sein es kann ja auch einfach mal was schönes sein ja und das geht halt aber leider immer am Ende um Geld ne ja das ist richtig das ist richtig ich meine es geht ja selbst in meinem Leben darum weil ich muss meine Rechnungen zahlen ich habe sehr wenig Geld ja aber ich lebe halt auch einfach also ich sehe auch nicht ein dass ich ja dass ich halt weiß ich nicht so ich lebe halt nur einmal und dann kann ich doch auch alles auf den Kopf kloppen so wenn ich unbedingt will stimmt und das ist so ja aber ich muss halt auch nicht nur weil ich wenig Geld habe muss ich halt auch nicht mich ja maskieren und auf andere Leute gehen so das macht man ja halt einfach nicht denn geh halt arbeiten also gut geh halt arbeiten ist sicherlich ein sehr krasser Ausdruck weil es kann vielleicht nicht jeder weil weiß ich nicht vielleicht ist jemand mal straffällig geworden und deswegen sagt halt eine Firma nee also das können wir hier nicht aber es gibt halt immer Wege ne eben eben und wenn man sich halt eben an das Social Center wendet ich könnte mir denken dass es darüber sicherlich irgendwo eine Arbeit zu finden gäbe ich denke auch dass man wenn man Hilfe sucht auch genügend findet um keine Ahnung auch einer ehrlichen Arbeit hinterher zu gehen ja es mag hier und da für die ein oder anderen immer wenig Geld sein aber es ist zumindest ehrlich verdientes Geld ohne Menschen zu schaden ja genau so ist es ohne Straf ja so so sagen sie sich also bestraft zu werden so am Ende wenn man Pech hat ja das ist halt sehr dramatisch immer das tut mir dann halt also am Ende ist es ja so dass es nicht die also meistens zumindest nicht die Leute trifft die im Gottesdienst oh Gott ich bin schon müde die einen Laden ausrauben also es trifft nicht die Räuber sage ich mal sondern es trifft meistens eben Menschen wie dich Milchpiet ja so ich sag mal popelige kleine Leute die eigentlich sowieso ja die die gerade so am ja wohl es ist jetzt auch nicht jeder ich meine ich sag mal nur weil bei uns in der Freundesgruppe die meisten von meinen Freunden so die sparen halt alle fleißig Geld ich bin halt eher so diejenige also ich habe gerade am Ende der Woche genug um meine Rate zu bezahlen ähm und hab dann noch wenn es wenn es hochkommt ne Hunderttausend Konto aber es ist so ja gut ne dann denke ich mir so ja gut ein paar Wochen noch dann ist das mit der Rate auch vorbei und dann kann ich halt auch ein bisschen sparen und dann muss ich mich halt nicht mehr so sehr anstrengen was meine Jobs anbelangt weil ganz zu viele Arbeiten sind halt auch anstrengend ja auf Dauer ja muss man auch sagen also ich habe vier Jobs insgesamt das ist Holla die Waldfee Holla die Waldfee im wahrsten Sinne des Waldfee ja habe ich auch zur Zeit die meisten pausiert weil ich einfach ich bin ein bisschen ausgebrannt also boah das ist natürlich schade ja ja deswegen mache ich gerade äh Beine hoch Amerika und äh ich gehe nur noch auf die Farm weil das ist so da kann ich mich mit den Tieren beschäftigen eine Farm hört sich ja oben auf der Wilson Farm die war ich noch nie ja schade muss man unbedingt mal hinkommen lohnt sich dann aber bitte Gerda schöne Grüße ausrichten ja immer von dir immer sie kriegt sogar ein Pommes ein Pommes aber nur eins genau nur ein ja wenn die zu viel davon kriegen dann ist auch nicht gut für den Magen mhm aber so ein so ein kleines Stück salzige Kartoffel das da freut die sich immer ja und dann schlägt sie die ganze Hand ab und das schönste ist danach kann man sie super melken weil sie damit beschäftigt ist das Ding wieder zu kauen oh wie süß ach Tiere sind schon was Tolles ja die sind super also da muss ich sagen das bringt auch so ein bisschen Ruhe in mein Leben also ich bin auch ein super Tierfreund wir hatten also als Kinder hatten wir eigentlich nie Haustiere oder so aber ich habe Tiere halt immer gemocht und gerade so Kühe ich finde die sind halt auch mega unterschätzt ich vergleiche die immer so ein bisschen mit mir du bist auch häufig unterschätzt ähm naja ich sag mal so viele glaube ich dadurch dass mein Auftreten manchmal so weil ich halt so ein schnelles Mundwerk habe denken viele ich bin blöd bin ich aber gar nicht so und Kühe sind halt auch sehr unterschätzt die sind nämlich auch sehr 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 intelligent und das wissen viele gar nicht weil sie sich gar nicht so damit befassen naja das ist halt bei mir ähnlich wenn man mir nicht mal ich sag mal eine halbe Stunde gibt und sich mal mit mir unterhält dann kann man auch nicht wissen was hinter Lori steckt verstehe vor allem hinter der Fassade so weil ich sag mal ein Stück weit setzt ja jeder oder mach ich zumindest ähm ich setz ein Stück weit eine Maske auf wenn ich fremden Leuten begegne jemand der das Masken Bild auch mit rein nimmt finde ich schön das ist auch ein Begriff den ich sehr gerne sage weil das das ist so eine Sache also ich mach das weil ich halt auch schon ne als Kind musste ich das halt machen weil wir waren ja die perfekte Familie und alles musste immer perfekt sein und wenn es halt nicht perfekt war dann gab es Ärger und dann hat man das halt irgendwie gemacht und heutzutage ist es halt aber so dass ich wenn ich Leute kennenlerne ist es oft so dann bin ich halt die hi 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 ha ha hu hu Lori ja und bin manchmal vielleicht auch ein bisschen stelle mich vielleicht manchmal auch mit Absicht ein bisschen dümmer da als ich bin und wenn man dann aber also wenn ich merke die Leute akzeptieren mich so wie ich bin ja wenn ich wenn ich so bin wenn ich so ein kleiner Trottel bin dann akzeptieren die auch mein anderes ich also mein wahres ich sozusagen und dann lass ich so langsam die Maske fallen nicht und fühle mich halt wohl weil jetzt gerade fühle ich mich in dieser Konversation sehr wohl deswegen ähm traue ich mich halt auch eben nicht nur so Larifari Lori zu sein verstehe falls das Sinn macht ja ja das macht Sinn ähm verstehe ich auch dass man in im richtigen Setting ähm dann eben man selbst vielleicht ein Stück weit sein kann weil häufig wird ja eher ein sehr positives sehr glückliches ich verlangt aber ja vielleicht ist man das nicht immer sondern vielleicht ist man eben auch ernst und möchte es auch weiterhin bleiben natürlich also das ist auch es ist ja auch ganz normal es kann nicht immer jeder mit einem Grinsen durch die Stadt laufen mhm also kann schon aber in den meisten Fällen ist es halt wirklich weil ich meine ja Gesellschaft ist halt auch leider so um Gottes Willen wird die jetzt traurig ist das hier schrecklich dann muss ich mich ja um die kümmern oh mein Gott ja ja so um Gottes Willen wenn man mal Nächstenliebe zeigen muss naja aber da bin ich ja zum Glück mit meinen Freunden immer gut aufgefunden das Wichtigste das ist das Wichtigste das ist das Wichtigste und ja Traurigkeit irgendwo in sich hinein zu fressen also kann unter Umständen ja auch passieren das ist eben das Schlimmste was passieren kann ja weil ich meine wenn man dann am Ende doch wirklich sehr alleine ist und sagt hey ich habe niemanden zum Reden ich habe aber beim Ernst gemeint das Problem aber die Leute wollen nicht mit mir reden und irgendwie ist das alles so verquer und ja aber ich will mich mitteilen ich habe ein Grundbedürfnis dafür dann wenn das nicht eintritt dann vergeht man ja das stimmt und ich finde so darf also so muss und darf sich niemand fühlen weil ich ich weiß halt wie man sich dann fühlt so und ich finde das ganz durchstrecklich wenn das bei den Leuten so ist also ich möchte meinen ich bin was die Empathie angeht bin ich so ich habe so Fühler glaube ich und ich nerve glaube ich meine Leute manchmal damit und frage dann wie geht es dir wie geht es dir wirklich hallo ich weiß ganz genau dass es dir nicht gut geht sag es mir bitte das nervt nicht Laurie ich habe aber das Gefühl dass ich nerve sagen wir es so ich denke aber sowieso immer dass ich nerve und das ist aber auch so eine andere Laurie Laurie ja du bist ein Geschenk für uns alle merkt ihr das das hast du aber lieb gesagt jetzt habe ich auch eine Schleifearm kannst du dir die Farbe noch aussuchen das ist jetzt schwer ich habe gar keine Lieblingsfarbe ich überlege es mir bis zum nächsten Mal ok sonst mache ich mein Gehirn kaputt heute das wollen wir alle nicht das wollen wir wirklich nicht sonst könnte ich euch ja nie mehr beglücken quasi also mit meinem Gedankengut und so ja ja das ist das wäre sehr schade dementsprechend hoffen wir einfach nur dass du eine wundervolle Farbe findest für dich Schleife und und quietschgrün mit blauen Punkten und rosa Akzenten und mit Regenbogen ja Regenbogen ist super ich glaube ich nehme den Regenbogen das ist einfacher zu erklären danke aber ein Pastell Pastell ist ganz doll wichtig ok Pastell schreibe ich ja Moment das schreibe ich mir jetzt mal auf ach super Pastell Schleife noch irgendwelche Wünsche ähm vielleicht eine weiß schwarz gepunktete Box ok weiß schwarz gepunktete Box also die Grundfarbe ist weiß und die Pünktchen sind schwarz aber die sind nicht groß genug um dass es scheiße aussieht und nicht klein genug um dass es komisch aussieht und da springst du dann raus oder ja klar dann mache ich surprise achso ich dachte du hast die Schleife dann in die Haare gebunden oder so achso ja gut ich kann natürlich auch ein äh ein weiß schwarz gepunktetes Kleid anziehen und dann so eine Schleife um den Bauch das wäre auch süß das wäre auch süß ja das wäre tatsächlich ziemlich süß oder muss ich mal zum Schriftjob gehen und gucken ob die so ein Kleid haben ja dann ok weil das ja gefühlt der einzige Laden ist der noch aufhaben wird Buch in den nächsten paar Wochen echt jetzt? ja irgendwie machen ja alle Pause oder zu oder ok gehen woanders hin vielleicht ja dann muss ich immer wieder vorbei beim Thriftjob ja der Schriftjob ist super ja und Momo ist auch super die arbeitet da Momo kenne ich nicht wie also vielleicht kenne ich sie vom Sehen her aber nicht vom Namen her oh ich glaube mein Handy hat gerade den Gast aufgegeben oh oh ach doch nicht es gab ja mal diesen jungen Herren der dort auch gearbeitet hat beim Thriftjob ach ich weiß seinen Namen nicht mehr und das war mir tut das halt richtig leid weil er wollte mir eigentlich eine Weste besorgen und irgendwie habe ich also ich hatte mich dann ein paar Tage nicht gemeldet und dann habe ich ihn nie wieder angetroffen weißt du wie der hieß? oh wenn ich das wüsste war das zufällig ein asiatischer Herr? ich glaube nicht ich glaube er trug eine Brille wenn ich mich richtig erinnere und eine Käppi hm ich überlege gerade der hat so ein bisschen also ich kenne nur Jiho und ich kenne den Chef glaube ich der hat so blaue Haare oder soll ich nicht, der hat eine Käppi aufgehakt ich weiß nicht ob der so ein Käppi Träger ist ich weiß der war halt der hatte so eine sehr liebliche Stimme sage ich jetzt mal mhm die weiß ich tatsächlich nicht der sagt mir nichts weil ich kenne also einige von denen zumindest aber der sagt mir jetzt leider gar nichts mhm ja wenn ich ihn sehen würde würde ich ihn sofort wieder kennen glaube ich ja ach das kenne ich auch bei so manchen die prägen sich halt einfach ein ja und Momo ist so eine so eine Süße die ist ähm die hat so ganz lange blonde Haare also so plattenblond es könnte sein dass ich dass die mich schon mal zu einem Hemd überreden wollte ich glaube das kann ich mir bei Momo vorstellen das kann ich mir tatsächlich vorstellen ja ich gebe doch immer gute Tipps finde ich ja ja hat sie auch hat sie auch ja und sie ist äh auch Agentin bei uns also Agentin ja wir sind nämlich Agentin der offiziellen Begutachtungsbeäugungsbehörde ok was und sie ist Agentin heiße Fritte weil sie mal so einen Frittenpulli anhatte ist das ähm ist das so ein Code-Wort ne wir beäugen einfach nur also wir gucken Menschen an und dann gucken wir halt Menschen an quasi ich mag Menschen Menschen sind toll manche nicht alle ja das wäre blöd wenn man Menschen sehr blöd finden würde das wäre wirklich doof dann brauche ich ja gar nicht mehr das Haus verlassen richtig aber das wäre ja blöd eben ja der müsste sich auch ausziehen das ist richtig achso Gabi äh nicht dass du dich wunderst ich hab vielleicht vor demnächst mal bei Dynastie zu fragen ob die vielleicht oben einen Trailer haben ins Handy Shores aber nicht so also nur so viel nebenbei wieso na weil ich das da oben so schön finde und auch gerne mal da oben ein paar Nächte verbrennen würde ist das wegen diesem wie hieß das nochmal Miep Miep oder so ne das ist nicht wegen Matthew achso nein das ist einfach ne ich finde es tatsächlich also ich hab damals habe ich hier oben gewohnt in Palito und ja es ist also ich glaube hier in Palito findet man zurzeit sehr wenig weil halt wirklich die Wohnungen bis aufs letzte ausgebucht sind und ich will halt auch nicht so viel Geld hinblättern weil wir zahlen halt für unsere Wohnung schon und so ein Trailer habe ich mir sagen lassen ist gar nicht so teuer also wäre halt auch wirklich nur was so weiß ich nicht falls ich mal am Wochenende Bock habe am Allermusee so kurz Ferien zu machen ja dass ich einfach mal ein bisschen runterkommen kann also nicht bis in Gartenarbeit oder so vielleicht sogar und das wäre so das wäre schon so meins ok und da wollte ich halt einfach mal nachfragen ob die mir zumindest Bescheid sagen können wenn mal wieder einer frei ist hm das wäre eine gute Idee ja weil da gibt es ja so richtige Trailer-Siedlungen und das finde ich halt irgendwie schön das ist so ja einfach ländlich das ist toll auch wenn es da vielleicht ein bisschen staubig ist und ich eigentlich gar kein Sonnen- und Sommermensch bin aber das ist trotzdem schön irgendwie wie wir gelernt haben bei sandigen Gegenden keine Vaseline verwenden ne das ne ne dann gehe ich auch erst wenn es windstill ist ich gehe auch erst eine Stunde nach der Lotion raus warum erst eine Stunde danach? damit die eingezogen ist achso ok 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 ja ich komme irgendwie vom Sand nicht weg wir wohnen ja unten am Strand da will ich noch senden na vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo anders oder ich mache einfach das was ich vorhatte und zwar mit meinem Bus einfach irgendwo hinfahren und dann da drin schlafen das kann ich natürlich auch machen ist sogar kostenlos außer der Sprit aber das ist ja auch mal egal und der Bus ja aber den habe ich ja jetzt schon über die Hälfte abgezahlt mhm mhm ich muss nur noch ein paar Wochen und dann bin ich fertig endlich mhm wunderbar ja ich habe mir nämlich extra einen Bus gekauft weil ich will da hinten also ich will den Kofferraum will ich ausbauen und dann will ich da einfach es ist so eine Art so ein bisschen Bett reinmachen so wie so ein so so ein so Van-Life-Zeug falls ihr das was sagt mhm nein ok also quasi ein Bett hinten ok ein Bett hinten genau und vielleicht so weiß ich nicht na so Camping-Zeug mhm cool und dann will ich damit durch die Gegend fahren und auch mal hinten dritt schlafen einfach mhm sehr schön ja weil manchmal muss ich einfach der Stadt entfliehen ist ja es ist es ist auch mal sehr schön aber ich finde zum Beispiel wenn wir jetzt hier stehen hier ist Palito hier ist so eigentlich meine Herzensheimat und es ist hier einfach diese Ruhe diese diese ja dieses Grillenzirpen das ist einfach so das erfüllt mich einfach mit Frieden irgendwie so mehr als so das das Rauschen des Meeres auch wenn das sehr schön ist aber du hast halt immer noch dann hörst du von links nöt nöt weil mal wieder irgendwer road raged oder die Polizei die bei uns im Viertel durchballert und und verbrechern hinterher fährt und dann hörst du noch Hubschrauber und das ist einfach zu viel es ist einfach laut ja manchmal platzt mir da halb der Kopf mhm und das finde ich nicht so schön deswegen bin ich auch gerne hier draußen auch wenn ich das viel zu selten bin ja verstehe ich verstehe wenn man dem Trubel der Stadt entgehen will manchmal ist es wirklich sehr eikel in der Stadt wenn es ja nicht hoch und runter geht so ist es ja und auch es ist ja auch immer hell alles das muss man dazu auch sagen ja also es ist immer alles hell beleuchtet und dann hast du hier eine Bar und da noch ein Club und da hast du das Unicorn und da hast du das und da hast du das und das ist alles sehr schön aber mhm einfach mal ein Fleckchen Ruhe wäre doch auch schön ich frage mich was der dunkelste Ort hier auf der Insel ist mein Schlafzimmer was mein Schlafzimmer ich wollte gerade fragen wie mache ich das achso das ist nicht so wichtig nicht du Pete gut dass ich einfach mal meinen Mund gehalten habe also es ist so es gibt ja ich weiß nicht ob ihr das kennt es gibt ja so Karten Stadtkarten zum Beispiel auch wo man sehen kann welche Orte haben zum Beispiel einen sehr sehr hohen Lichtsmog und Orte wo sehr wenig ist und es ist ja grundsätzlich so dass du wenn du in der Stadt bist Sterne schlechter sehen kannst gerade wenn es etwas diesiger ist als wenn du irgendwo mitten in der Wildnis bist und das ist so der Punkt das stimmt also ich könnte mir denken oh sorry ich wollte nicht dazwischen mach erstmal du kannst gerne dazwischenreden ich war fertig achso entschuldigung aber ich naja ich habe trotzdem unterbrochen es tut mir sehr leid ich wollte nur sagen ich könnte mir denken vielleicht auf den Mount Gordo oder auf den Mount Chileat da ist es bestimmt weil es ja auch sehr hoch liegt wenn es ein Tal gibt wäre es glaube ich sogar noch besser weil das Licht fällt ja aber das kann auch also ich weiß es gibt glaube ich auf den Mount Gordo ich bin mir gerade nicht so sicher weil es ist auch schon ein paar Jahre her seit ich da war aber ich meine das ist ja Mount Gordo da kann man hoch und da gibt es so ein so eine Art Trampelwanderweg und da waren wir mal oben da war so ein See und das war tatsächlich in so ein bisschen in so einem Tal wenn ich mich recht entsinne und da war es wirklich echt schön also da waren wir mal mitten in der Nacht da war auch so ein schönes Campfire also es wird öfters mal genutzt dort da waren auch ein paar Zelte da haben Leute gezeltet und das war wirklich sehr schön also da würde ich gerne mal wieder hin ich weiß nur gerade nicht mehr wo genau das war da müsste man vielleicht mal die Ranger fragen oh ja ich habe Freude bei den Ranger muss ich mal anrufen wieder ja meine Schwiegerin hat da mal gearbeitet ach ja aber jetzt nicht mehr jetzt ist das wohl glaube ich beim PD wenn ich mich recht entsinne ich sehe die so selten die ist so viel in Italien zur Zeit ah ok Schwägerin? mhm ja die Frau von meiner Schwester ok in die Richtung mhm ja ich habe keine anderen also ich habe noch einen angenommenen Bruder und ganz viele ich sag mal an angenommene Schwestern sozusagen weil naja meine Freunde das ist meine Freunde sind halt auch meine Familie das ist einfach so boah ich muss leider die Wunde sprengen ich muss ins Bett oh mein Gott ich wollte eigentlich auch nicht so lange reden aber irgendwie ne fange ich an und ich habe noch einen schönen Abend ok Mitteilungsbedürfnisse schönen Abend schönen Abend schön dass du da warst und nicht so schön dass du mich geschubst hast aber ich verzeihe dir du sahst gut aus dabei danke ja das findet der liebe Gott bestimmt auch hast du doch hingeschaut hast du doch hingeguckt? ich konnte nicht weggucken so auf Wiedersehen aber dann auf jeden Fall Hände über die Bettdecke ja ganz dringend Hände über die Bettdecke tschüss tschüss du hast ihm den Rest gegeben nun das stimmt ja gern geschehen ich habe Piet noch nie so sprachlos erlebt er wirds überleben ja das hoffe ich doch wäre ja auch echt blöd gar nicht bitte? ich bin langsam auf dem Kopfhörer ja blöd wenn nicht genau das ja 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 Entschuldigung ich habe mich wieder in meinen Bart gebrummelt quasi ah mhm der Bart ich habe ja auch einen riesen Damenbart sieht man doch ja klar meine Güte da kann man ja zipft davon flüchten oder so mhm komm gar nicht vom Kopfhörer ja das auf dem Kopf sind auch gar nicht meine Kopfhaare das ich habe rübergekämmt da kann ich wieder die Augenbrauen mit eingeflechtet werden oh wundervoll einfach nur für den Halt ne ich gehe nicht mehr zum Barber aber wir machen das jetzt auch nicht mehr was? Augenbrauen einflecht ist raus wie schön ich bin ja Friseurin und naja so Kosmetikkram machen wir glaube ich nicht mehr dürfen wir glaube ich nicht mehr lizenz mäßig quasi ändern sich ja viele Sachen kommt bestimmt bald ein Make-Up Studio oder so könnte ich mir vorstellen mhm so cool vielleicht gibt es ja dann auch endlich Lippenstifte das wäre schön also ich meine gibt ja natürlich Lippenstifte keine Frage aber naja die passen immer nicht so zu meinem Hautton dann vielleicht neue Farben und ja genau neue Nuancen ja genau ja meins was ich mal mitgebracht habe aus Kanada das ist ja auch schon ewig kaputt mhm also so sehr verkrustet auch ja das kann auch schlecht werden ja und ich bin mir einfach ne ich habe ja schon erzählt ich habe ja kein Geld für Neues geht einfach nicht ich wollte gerade fragen ob du Lehrerin bist ob du das als Kreide verwendest aber und ich glaube ich sollte auch keine Lehrerin werden die haben Kinder liebe Kinder jetzt möchte ich euch was erklären drei Stunden später alle eingeschlafen ja das auch soll das jetzt heißen ich rede viel nein 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 du redest genau richtig viel nein es ist auch es ist ne ich mache da auch keinen Hehl draus ich rede sehr viel und sehr gerne aber ich habe halt wirklich ein Mitteilungsbedürfnis ich rede ja kaum mit Leuten weil meine Gabby ist ständig arbeiten Piet treffe ich sonst auch nie das war jetzt mal wow und ansonsten habe ich nur noch meine Sherry und meine Schwester wurde erst operiert und das heißt die kann jetzt gerade auch nicht reden schwierig ich sehe kaum jemanden ja den sehe ich auch kaum weil der gerade World of Music übernommen hat und da zu tun hat sehr schwierig okay er ist geradezu noch dazu gekommen dass er mir auf der Bühne ich liebe dich gesagt hat was sehr süß war aber danach habe ich ihn auch nicht mehr gesehen kurze Frage fährt der Taxi ja ach der Matthew ja wir haben uns mal beim Taxifahren kennengelernt ja das passiert glaube ich wir sind von der Schießerei geflüchtet ach ja er hat mir da stimmt er hat mir letztens erzählt von der Schießerei ja das ist aber wieder zwei Wochen oder so her und ich weiß da saßen wir noch zusammen im Taxi war ja na ein Glück dass er dich gerettet hat ja er ist wir sind auch extra eine längere Runde gefahren haben uns ein bisschen unterhalten und so war cool ja ja das kann er gut reden da habe ich jemanden gefunden ja und der redet selbst mich leise redet ihr dann etwa oder ich möchte nochmal auf die Ohrenstöpsel zurückkommen meistens deswegen hast du vier Paar für die beiden damit sie dich nicht hören ja was ist das vielleicht sollte ich mir auch Ohrenstöpsel anschauen einfach nur nicken und lächeln das sind Multifunktions Ohrenstöpsel die helfen in jeder Situation ach so mhm das heißt wenn ich oft wenn ich rede dann hörst du mir gleich zu machst du mal deine Haare zurück jetzt hä kommt jetzt gleich ich kannst du das nochmal sagen hä hä ja ja ich dreh dir die Nase um solang es die Nase ist Lori ja ich sag jetzt auch nur nicht das andere weil wir hier vor Gottes Haus stehen und auf Gottes Parkplatz stehen der Parkplatz Gottes jo sehr schön der dreht komische Sachen rum ich hab's verstanden ne ne ich dreh gar nix um nur die Nasen manchmal auch Ohrläppchen ja das stimmt manchmal muss ich auch an den Ohren ziehen wenns ganz schlimm ist und dann wackele ich sogar mit dem Felgefinger und sag du du so ist das nämlich also doch Lehrerin hab ich wahrscheinlich ne eher so Mutti finde ja ich bin immer ne Mutti ich bin auch immer die die alles dabei hat braucht jemand noch was zu essen? hat jemand noch Schminke? braucht ihr Schminke? musst du deinen Lidstrich nachziehen? komm ich hab brauchst du ne neue Frisur? ja ich komm ich mach dir Haare hoch immer ich hab halt alles immer dabei die Mutti für alles okay ja meistens zumindest ich hab sogar ein Feuerzeug auf dem das von LS Morticians ist da steht drauf danke dass sie rauchen also falls ich mal spontan ne Beerdigung planen muss hab ich da sogar was von LS Morticians ach die die haben aber auch einen Galgenhuber ne ja das fand ich auch sehr witzig als ich das bekommen hab hat man mir einfach geschenkt wunderbar dann musste ich erstmal ne halbe Stunde drüber lachen darauf erstmal ne Zigarette so ist es ich hab heut schon so viele so viele? es gibt genug? ich noch nicht ich war voll im Stress hierher zu kommen oh dankeschön und dann hab ich dich auch noch vorher gequatscht ja aber wir saßen ja schon im Auto das stimmt und das war die schlimmste Autofahrt der Welt das ist so kacke manchmal Kevin ach oh man nein macht ja nichts und das war die schlimmste Zeit meiner meiner letzten 5 Wochen oder wie also das wäre jetzt aber dann würde ich mir das würde mir wirklich wehtun das würde mir wirklich wehtun ja das will ich hoffen niemals würde ich sowas sagen eben ne das glaube ich auch nicht du bist ja eigentlich immer lieb ach dann außerdem redest du dann wieder nicht mit mir so wie ich einen Witz über deine Brille gemacht hab die Brille steht dir danke ich weiß schon gar nicht mehr ja es ging um Brenngläser ach ja genau stimmt wegen den Aschenbecherböden ja ja ich bin halt sehr blind und ich muss meine meine Brillengläser immer so schleifen lassen weil ich hab halt minus 5 auf beiden Augen also ich bin wirklich sehr blind und dann hat Gabi mal irgendwie ich weiß nicht was ging irgendwie um die Brillengläser und wie dick die sind und das war irgendwie du hast irgendwas nicht gesehen oder so und dann hab ich gesagt nicht umsonst direkt so Brenngläser mit dir rum ja genau das war sehr lustig in dem Moment aber du fandst es nicht lustig oder du fandst es auch lustig aber du warst doch beleidigt ja so ne Mischung aber es gab erst einen Moment wo ich wirklich nicht gut drauf war nachdem du was gesagt hast wirklich? ja du musst dich letztens vielleicht ein bisschen weinen warum? das war diese Sache mit dass ich immer so viel rede weißt du? hab ich so nie gesagt nein aber so gemeint Gabi nein auch nicht naja aber dann hättest du dich klarer ausdrücken müssen weil bei mir ist es so angelaum jedenfalls war das ja der Tag an dem Sherry mir erzählt hat dass sie auch quasi gesagt hat dass ich ne Labertasche bin und das hat mir wehgetan weißt du würdest du nicht die ganze Zeit reden wäre es hier sehr langweilig irgendwann geworden ja das ist richtig aber es ist ja doch nehm doch einfach mal das Lob an meine Güte ich kann das nicht annehmen also danke aber nein nein es ist ja auch sehr lieb aber ich bin dabei weißt du ich sehe mich sehr kritisch und vielleicht hat das auch mit meiner Vergangenheit zu tun ich kann halt nicht so gut Komplimente annehmen alles gut alles gut weil wenn ich mich so also nicht unbedingt wenn ich mich angucke so mit meinem Körper ist ja nichts verkehrt aber weiß nicht ich hab halt ich finde halt immer einen Fehler ist das leider so finde ich auch immer bei mir und dann denke ich immer ach ist doch nicht unfehlbar doof gelaufen ja ich meine man kann ja nun mal nicht perfekt sein aber ich glaube jeder ist perfekt so wie er ist irgendwie so ist das auch wenn es nicht so ist also eben wir sind perfekt im unperfekt sein ja das ist genau das können wir alle gut menschlich sein heißt ungenügend sein das ist ja schon so spät ja ist es oder muss ich aber bald ins Bettchen hier ja oh Gott es gibt Pferdemasken was ist jetzt passiert oh Gott huch oh Gott ich sehe nur grad das Masquerade hat Pferdemasken Gabi ich beneide dich um deine innere Ruhe gerade die habe ich immer die hat sie wirklich immer oh guck mal die Bakery sucht nach Leuten naja schade dass ich nicht dazu passe wieso weil du keine Pferdebaske hast ne man hat ich habe mich schon mal beworben und dann haben die gesagt ja sorry Lori du passt leider nicht ins Team oha ja und jetzt denke ich mir so tja hättet ihr mich mal backen lassen ich kann das nämlich sehr gut mhm warum backst du dann zuhause nicht weil wir sind dick werden ja wie stimmt ok ja also und also ich werde dicker weißt du ich esse den Teig schon immer zur Hälfte auf vor ich überhaupt was gemacht habe also ich ich bin also ich sag ganz ehrlich ich bin glücklicher Abnehmer also ich ich nehme euch gerne das Essen ab ich nehme nicht grundsätzlich ab also ne dafür bin ich schon zu alt hä du wirkst gar nicht so alt ach was ok jetzt muss ich nachfragen weil du nicht weiter wie alt bist du denn ich frage mich 35 ja so alt ist das doch nicht ach was ich merke schon jeden schmerz morgen früh ach ja die merke ich auch schon ich bin erst 23 siehst du mal ja gut das könnte vielleicht ein anderes mal liegen ja danke nein also so meinte ich das jetzt nicht also jetzt habe ich mich wieder ist nicht schlimm alles gut wir haben es nicht mal mitbekommen hast du auch deine Ohrstöpsel drin hast du auch deine Ohrstöpsel drin ja ja ich merke schon ach Gabi ich hab dich lieb ich hab dich auch lieb Larry ja das hört sie wieder ja keine Ohrstöpsel drin nein nein das ist doch alles gut aber ich bin einfach wirklich nicht mitbekommen nein ist alles gut da hast du ein Gedankchen quasi nicht ausgesprochen ich hab auch schon wieder vergessen worum es eigentlich ging ums Alter genau ja ja gut aber ich bin auch in letzter Zeit also ich hab auch ne ich hab Muskelkater quasi von meinen ganzen Arbeiten mein Fachleben ist hart sag ich euch wie es ist das verzerrter wie ihr auch nie was ich hör dir zu alles gut ja ich weiß nur nicht ob ich das unbedingt preisgeben möchte ist kein Problem ich vergeb dir deine Sünden alle und so weiter und raus damit ach super noch mal ein Stöpsel rein machen Larry wenn du willst na du musst die nicht tragen du kennst das ja schon ja ich kenn das bestimmt schon du kennst das schon ja ich bin vielleicht also ich sag mal so ich ich mag Sport aber nur in Tanzform ok und vielleicht tanze ich halt auch manchmal an so Stangen ok manchmal ist doch ok ja ja man weiß ja nie wie das so ankommt bei Leuten nicht also ist doch vollkommen ok für mich ist das auch ok aber ja du das ist wirklich also ich möchte auch nicht dass man sich und ne wie heißt das unwohl das ist mir das Wort nicht eingefallen warum unwohlfiel also wie gesagt das meine Güte wegen was soll ich dich denn da verurteilen na wegen gar nichts ich kann ja auch tanzen richtig das sieht ja auch gut aus dann siehst du mich gar nicht verurteilt und das soll mein Mann nachmachen der sagt oh guck mal die tanz an der Stimme also ich ich sag mal so wir haben auch Männer und die können genauso tanzen also es ist schon auch wenn man sich da so anstrengt und das ist halt auch wirklich also muss ich halt einfach so sagen es ist gut für den Körper ist einfach so für mich ist das persönlich nicht so ich finde das nicht ästhetisch bin ich ganz ehrlich das ist okay aber wie gesagt wenn jemand das macht und sagt ich bin glücklich damit das ist das allerwichtigste ja das denke ich auch ja es ist auch also ich muss dazu auch sagen ich habe das halt einfach mal angefangen weil ich auch sehr neugierig war ich bin jetzt auch nicht also ich sag mal so ich bin ja auch nicht auf den Mund gefallen und das ist glaube ich in dem Beruf auch sehr gut weil man muss ja schließlich auch mit den Leuten reden und es ist halt nichts wo ich sage oder wo ich mich so fühle als würde ich meinen Körper verkaufen falls das Sinn macht auch wenn es vielleicht so wirkt aber es ist ja im Endeffekt nicht so und ich glaube da gehen auch ganz viele einsame Menschen hin und da freut es mich hat da so ein bisschen also ist jetzt vielleicht krass gesagt sondern aber wenn ich jetzt jemanden habe der mir erzählt so ja ich habe halt keine Freunde oder so dann ist das schon so ja du armes Ding das ist ja schön dass du heute da bist heute kann ich ja deine Freundin sein so auf die Art Willst du bei mir einziehen oder bei mir zusammen wohnen ja das mache ich jetzt nicht aber das habe ich ungefähr bei mir ja gut aber dich habe ich nicht angetanzt Gabi nein du hast mich einfach angequatscht und ich dachte du willst mir irgendwelches illegales Zeug verkaufen nee ich wollte dich nur kennenlernen weil du da so alleine gesessen hast richtig aber die vor dir wollten mich nicht kennenlernen ja das stimmt die wollten wir wirklich was illegales verkaufen aber macht ja nichts ist doch alles dachte schon die Bank in dem Park ist die Bank quasi so ich bin hier verkaufen wir was Bank ich glaube das ist der Park allgemein ach so ja das sagst du mir jetzt erst fünf Monate später Lori ja du weißt doch aber dass man sich eigentlich nur zwei Minuten an den Stadtpark stellen muss und dann kommt schon jemand an und fragt ja gut ja früher wusste ich das auch noch nicht weil das also ganz ganz früher wo ich wo ich das erste mal hier war und hier in Palito gewohnt habe da habe ich mir immer was von Brian geschnurrt das war mein damaliger Freund also bevor ich mit Matthew zusammen gekommen bin und ich wusste nicht mal wo man sowas her bekommt und da wurde das alles immer so hasch hasch gemacht da schlägt's elf ne ja da schlägt's elf mir schlägt's zwölf gleich bin müde stimmt ich habe immer noch die Tatenstumme in der Hand ist hier irgendwo ein Aschenbecher oder so ich wollte das jetzt hier nicht so liegen lassen ach was passt schon ja aber jetzt habe ich die schon seit zwei Stunden oder so in der Hand du kannst sie gerne hinwerfen ich räume sie morgen alle weg nee das fühlt sich nicht gut an dann schreit meine Schwester wieder mich an oh ja wegen den Vogelbabys okay pass auf guck mal da vorne äh oh welches Mörschweinchen ist denn jetzt gerade gestorben ne ich habe glaube ich gerade einfach vor lauter Müdigkeit was gesehen oder so ich weiß auch nicht irgendwie vielleicht war das auch die Luft ich geh mal in ich verstehe es auch nicht weil ist sie schon auch echt anders wie ist sie echt anders also wie gerade ist sie echt anders ich verstehe nicht was du mir jetzt sagen möchtest na anders als andere ach so aber ich mag sie deswegen ja die ist super das ist ein super Mensch mhm jetzt steht sie da unter der Laterne was ja jetzt kommt sie wieder ach so ok sieht komisch aus wenn wir beide hinstaun ja ich staue einfach in deine Richtung ok ich habe noch eben die Hände abklopfen müssen weil da so viel Asche drauf hat die Hände abklopfen genau das hast du da gemacht mhm ja Hände abklopfen ok ja dann macht man doch so also so aus so brauchst du ein feuchtes Zug Lori so hier so äh 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 mhm wenn du eins hast ja im Kofferraum so ich dachte dabei nein nicht also warum sollte ich in meiner Hose feuchte Tücher rumtragen keine Ahnung ja gut die könnten feucht sein vom Sitzen aber keine Ahnung jaaa aber was möchtest du ein schweißiges Tuch haben ich habe eins ich habe eins dabei ja würde doch klappen Entschuldigung ja würde es sicher klappen aber würde auch riechen riechen ja riecht zwar anders aber gut ja ist doch ok die Asche ist dann weg eben das stimmt ja man kann jetzt also wirklich nicht alles im Leben haben entweder Schweiß oder Asche aber ja ja dann lieber Asche ich schwitze sowieso schon so viel ich rieche bestimmt auch riecht bitte nicht an mir rieche nichts das ist doch besser so ich rieche jetzt auch nichts mehr mein Quatsch Aua Aua du bist lustig ich mag dich oh Gott ja was sagst du denn da oh Gott sag mal das ist mein Job das immer wieder zu sagen bitte das ist mein Job immer oh Gott zu sagen achso ja aber weil das gleich damit kam und danach kam als ich gesagt habe du bist lustig ich mag dich oh Gott oh Gott oh mein Gott nein alles gut der kann dir jetzt auch nicht mehr helfen oh ne bitte nicht so oh Gott jetzt tut mein Bauch wieder voll lachen weh ach was tut weh? Bauch mein Bauch ja ok vom Lachen ja weißt du ich habe jetzt schon länger nicht mehr getanzt also die Muskeln lassen langsam nach glaube ich auf der Farm nicht die Bauchmuskeln doch natürlich aber nicht so wie naja wenn du wenn du die Spannung in der Stange halten musst ist das halt anders wie wenn du ne Kuh milkst oder? ich hab weder noch je gemacht Lori also keine Ahnung nein aber deswegen sage ich dir das ja das ist komplett anders mhm erzählt weiter ich höre nicht zu danke du kannst ruhig auch zuhören mir ist das Wurst oh je oh je oh je ok ich sag ja ich hab mich da nicht so ich bin da doch eher ein offener Mensch ich würd sogar hier nackig über ne über den Parkplatz vielleicht nicht aber bei einer Kirche? über die Straße laufen ja eben nicht deswegen hab ich ja gesagt nein also mir war das ja vorhin schon drinnen peinlich als ich hingefallen bin und mein Rock hochgerutscht ist das war sehr peinlich sogar weil ich ich hoffe es haben alle nach vorne geguckt ich hab nichts gesehen Lori das ist auch gut so weißt du wenn Pete die ganze Zeit neben mir gekichert hat also ich hab auch nichts gesehen ich war zu weit weg das ist gut so und ich lass mich da immer nicht so ablenken aber gut ne das glaub ich ich glaub das ist auch so nicht ich kenn das ja nur so von der Schule wenn man vorne so ein Referat gehalten hat dann ist man da halt erstmal so drin und dann will man das auch also gut bei dir ist das vielleicht jetzt nicht unbedingt das runterrasseln aber ich versteh schon wenn man da auch so eine Passion hat dass man da dass man das dann auch so richtig in dem Moment ne so dass das halt da ist es ist tatsächlich so wenn du also das geht jetzt für mich als Priester wenn ich kurz bevor der Gottesdienst beginnt ist es so dass ich meist hinten also hinterm Altar noch bin also hinter dem Hochalter in der Kirche dass dort eigentlich immer noch ein Gebet gesprochen wird und das Gebet lautet meine Hände sind jetzt deine Hände was bedeutet am Ende so dass ich mich halt jetzt über antworte und in dem Moment das passiert bei vielen Priestern nicht bei allen legt so ein Schalter um und dann bin ich nicht mehr John sondern dann bin ich wirklich Reverend John der vorne steht und dann wenn wir hier wieder draußen sind eine rauchen quatschen was trinken dann bin ich wieder John das ist so ein ganz komischer Effekt so als ob man eine Bühne betritt ich wollt grad sagen ist ja also es kann man jetzt nicht vergleichen Entschuldigung alles gut kann man jetzt nicht vergleichen ich geh mal ganz kurz auf die Toilette ich bin sofort wieder da zumindest vom Schalter umlegen her wenn ich tanze bin ich ja auch nicht Lori mhm na und ja das hat ja auch einen gewissen ja ich sag mal eine gewisse ein gewisses Schauspiel an sich weil man ist halt nicht man selbst nicht man spielt eine Fantasiefigur die halt gerade da am tanzen ist sozusagen ja von daher kann ich das mit dem Schalter ganz gut verstehen weil so wie ich sag ich mal auf der Arbeit mit Leuten rede rede ich also auch wenn man das vielleicht denken könnte dass ich es vielleicht auch so im Privaten mache aber so nicht ja ich meine bei mir ich bin halt manchmal vom Humor her auch so zwölf und lache über Sachen aber ähm ich rede halt nicht unbedingt so mit Fremden und das ist halt wenn ich da auf Arbeit gehe dann ist das halt Arbeit und dann macht's Klick und dann steht da halt jemand anderes ja genau und das ist wie du selber sagst wie beim ähm ja wie beim Tanzen und das ist ja auch wo man dann eben berufliches Schauspiel allgemein ne genau äh aber nehmen wir mal das Tanzen weil das ist ja dann immer so verpönt in Anführungsstrichen da wird sich auch immer drüber lustig gemacht ja und am Ende ist es ja so das ist ja deine Rolle die du da vorne hast richtig genau und das ist dein Job und den machst du und im Alltag bist du vielleicht etwas anders so ja absolut also ich meine klar ich bin halt auch nicht auf den Mund gefallen aber ich sag mal so wenn ich auf der Arbeit bin länger dann gehört halt ne es gehört zur Arbeit mit dazu dann musst du halt eben auch mit den Leuten flirten ja und da musst du auch mit jedem flirten egal ob dann manlein, weiblein egal was da vor dir steht musst du halt alles an flirten weil ne natürlich es gehört ja dazu musst du halt natürlich auch ein bisschen Geld verdienen ja so und ähm von daher ist das schon ja klar und wenn ich dann ich sag mal in Feierabend gehe dann mhm bin ich halt wieder ich ja und ich muss ja jetzt nicht also ich bin jetzt auch nicht so dass ich unbedingt mit jedem flirte ich bin halt offen und witzig oder versuche witzig zu sein aber da ist halt nicht so na wie geht's denn oh was machst du denn heute Schönes so auf die Art nicht das macht man halt ja dann eher so dort eben gut zum Beispiel bei mir ist es so ich bin ich versuche zum Beispiel immer grundsätzlich sehr höflich zu sein und ich hatte nicht nur einmal den Fall dass gerade Damen dachten ich flirte mit denen und da bin ich halt auch so jemand der sagt ich bin halt einfach nur nett so das ist so der Punkt und das verstehen aber wiederum viele nicht weil es ist leider auch also nein es ist nicht leider es ist halt auch einfach auch der Job den ich mache einerseits ja klar aber andererseits bin ich das auch aber ja also ich kenne das glaube ich ich glaube das haben beide Geschlechter tatsächlich also es gibt auch Leute die da sag ich dann ich bin doch einfach nur nett warum willst du denn jetzt unbedingt ne also gab halt auch schon Fälle wo jemand also es ist jetzt auch schon eine Weile her es war Anfang des Jahres da war ja mein also der Matthew noch nicht wieder da und da habe ich natürlich auch so klar habe ich auch ab und zu so Leute kennengelernt und da hat man ja dann auch manchmal die Augen offen weil die ganze Zeit alleine sein ist halt auch nicht so schön und da war aber ein besonderer jemand bei dem war ich halt wirklich einfach nur nett und ich wollte halt gar nichts von dem und der hat sich halt sonst was gedacht und genau das gleiche hat jetzt auch eine Freundin von mir die also ist eigentlich ein langjähriger Freund und der hat sich jetzt wohl aber was mehr dabei gedacht ja bei ihrer Nettigkeit und hat jetzt ihr auch geschrieben so ja und wie kannst du nur du hast mich verarscht bis aufs Größte so und sie denkt sich halt so ich wollte doch nur nett sein was ist denn das jetzt weil manchmal die Leute halt was anderes rein interpretieren als was es eigentlich wirklich ist ich muss zugeben ich kannte auch so einen Fall von einem Herren der war Taxifahrer glaube ich und der hatte exakt dasselbe Problem nicht Matthew sondern jemand anderes und das war halt auch genau die selbe Situation die er mir erzählt hat so ja irgendwie sie wollte was von ihm aber er wollte irgendwie nichts von ihm und dann hat sich das irgendwann geklärt oder so hat er mir erzählt Oh Gott das war aber nicht Asmund oder? Nee 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 Das wäre jetzt doch lustiger Das wäre jetzt auch sehr unangenehm ja das war halt eine Situation da hat die Kommunikation einfach zwischen uns beiden nicht funktioniert ich habe eine Grenze aufgestellt und also ich sage mal so ne ich habe mich in den verliebt wir wollten eigentlich nur was Lockeres sprich also mit Nana schlafen und dann war es das so auf freundschaftlicher Basis nicht also das war auch so bestimmt und das war auch okay ich habe mich allerdings in ihn verliebt das habe ich ihm auch gesagt und ich wusste aber nicht das ist dann erst im Nachhinein rausgekommen dass er noch mit mehreren Frauen schläft was an sich auch nicht das Problem ist also da sage ich mir so ja judy ju ne wenn du das möchtest ist das okay ich habe ihm aber die Grenze aufgesetzt und habe gesagt also als ich ihm das gestanden habe dass ich mich an ihn verliebt habe habe ich ihm gesagt wenn da aber noch andere Frauen sind dann sagt mir das bitte ich kann das dann nämlich nicht weil ich bin schon also ich bin halt eine Monogamistin so und ich möchte auch nicht dass wenn ich mit jemandem zusammen bin oder halt auch nur ein nur so ne auch wenn ich nur mit dem schlafe möchte ich nicht unbedingt sowas teilen ja verstehe ich ja und das hat er mir halt nicht klar und deutlich ins Gesicht gesagt und dann kam das erst im Nachhinein raus durch eine gemeinsame Freundin die mich dann gefragt hat hat er es dir denn endlich erzählt und dann habe ich erst mal so hä wie was hat er mir erzählt naja dass er noch mit anderen Frauen schläft so und das war natürlich für mich so wie so ein Schlag ins Gesicht weil ich wusste davon nichts und das war so aber er ist der Meinung er hätte mir das klar und deutlich gemacht und naja es ist halt Kommunikationsproblem ja eben also sehe ich zumindest so und ich will da auch nicht also ab da an habe ich dann auch Kontakt abgebrochen weil ich muss mich dann auch nicht unbedingt mit ihm streiten ob er das jetzt nun kommuniziert hat oder nicht er hat mir weh getan und das ist Punkt also dann ist da so ein Strich hinterher und ist gut eben und ich ich hab dir ein feuchtes Zug mitgebracht oh dankeschön bitteschön vielen Dank super was ich gerade erzählen wollte das Problem ist ja immer gerade an so Konversationen zwischen sag ich mal zwei Personen wo sich vielleicht die eine mehr vorstellt also ich so wie ich es zumindest von anderen ich meine hey hallo ich bin Priester ihr habt da so ein anderes Problem aber ähm ist ja also ist ja nicht so dass ich nie irgendwie verliebt war aber der Punkt ist man muss ja immer gucken dass sich das synchronisiert so also man das ist wie so ein Tanz oder wie so so keine Ahnung so ein hin und wieder und man muss halt gucken was will die andere Person was will man selbst und dann unterhält man sich und dann das ist so eine so ein Prozess einfach den man einfach laufen lassen sollte und nicht gleich so mit dem Rambock rein und sagen so aber jetzt will ich was von dir so äh ne das stimmt ja lass doch lass doch einfach werden was sein soll so das stimmt so einfach mal also ich sag immer so ich hatte mal auch so einen jungen Mann kennengelernt der sagte auch immer so zu mir ja aber Herr Pfarrer ich hab so das Problem ich mag die und so weiter und ich würd gern mit ihr zusammen sein aber irgendwie ne irgendwie würde ich ihr das gerne sofort sagen aber irgendwie traue ich mich nicht und irgendwie weiß ich nicht ich hab das Gefühl sie will nichts von mir und ich hab dem damals auch gesagt es ist so wozu brauchst du einen Begriff oder einen Startpunkt für eine Beziehung warum müssen wir uns diese Grenze setzen warum wenn du dich doch der Person so verbunden fühlst warum lässt du das nicht auf dich zukommen und lässt es einfach so wie es grundsätzlich ist einfach ja sich wachsen natürlich wachsen lassen ne ja ist ja auch eigentlich der richtige Weg ne eben und manchmal also ich klar ich kenn das ja auch ne manchmal gehen die Gefühle halt mit einem durch und in meinem Fall war es halt gerade in dem besagten äh Fall so ich hab mich halt in den verliebt weil der mich unheimlich an Matthew erinnert hat und das war also da muss ich sagen das war ihm gegenüber halt auch nicht fair das hab ich aber erst im Nachhinein so wirklich realisiert dass ich mich deswegen in ihn verliebt hab weil er halt in vielen Momenten das gesagt hat was Matthew hätte gesagt und naja er war ja aber nicht da zu dem Zeitpunkt ne und ich hab wirklich mich sehr nach ihm gesehnt und naja paar Wochen später ne aber das kann halt auch echt passieren dass da die Gefühle überhand nehmen aber dann darf ich na klar auf jeden Fall aber ich denke daraus kann man immer lernen ne ja das also ich hab auf jeden Fall daraus gelernt deswegen hab ich auch versucht ähm so klar ich ich also ich will nicht sagen ich war ihm böse es war also doch am Anfang war ich ihm böse das also das das war so der erste Impuls böse sein und irgendwann war das dann aber auch so ein bisschen Trauer und dann hab ich halt aber für mich festgestellt warte mal eigentlich eigentlich ist es egal weil er ist ja doch nicht Matthew ja na hört sich vielleicht krass an so für jeden anderen aber für mich hat das halt Sinn ergeben ne ich verstehe das voll und ganz wenn man Sehnsucht nach etwas ganz genauem hat ja dann hofft man einfach dann kann da auch keiner rankommen also ist utopisch quasi eben und deswegen umso schöner dass ihr euch wiedergefunden habt ja das finde ich auch jetzt hab ich äh ich hoffe ich nur dass ich nichts verkacke ich hoffe er verkackt es nicht sonst ist so ja naja also ich weiß nicht ob er das verkacken kann aber ich mein gut wir haben ja alle unsere Fehler ich hab ihn leider so wie gesagt nur ganz kurz kennengelernt aber auch also ich fand den einen unglaublich netten Menschen er ist auch sehr nett ähm ja doch er ist ein sehr netter ja er redet manchmal ein bisschen viel und das sag ich aber so ist er halt und ich liebe ihn halt so wie er ist er hat gesagt er kommt vielleicht nächste Woche auch mit ah dann sag ihm grad mal dass wir uns flüchtig kennen und ja ja mach ich ja dann kommt er bestimmt ganz sicher ich hoffe nur er hat nicht zu viel mit äh hold of music zu tun sonst schleif ich ihn hier an an seinen Haaren schleif ich ihn her aber das ist vielleicht auch eine schöne Idee weil also ich hab ja auch persönlich gedacht dass man ich meine Gottesdienste sind ja nicht nur immer das was wir heute hatten heute hatten wir ja einen sogenannten Wortgottesdienst und ich selber ähm hab auch schon mir wenn das mal so ein bisschen läuft schon Gedanken gemacht dass man mal eher einen sehr musikalischen Gottesdienst macht und auch ein äh Tänzer also liturgischer Tanz Tanzen ist auch eine sehr sehr interessante Liturgieform also dass man da auch ein bisschen umrum probiert also und da weiß ich vielleicht wenn Matthew dann irgendwie auch Ideen hat ähm natürlich bin ich ihm sehr dankbar wenn er Lust hat aber das muss er dann wissen ja das stimmt aber ich denk mal du kannst ihn bestimmt fragen wenn er dann nächste Woche mit bei ist ja also ich könnte mir das jetzt zumindest vorstellen also er kommt ja aus Texas und die sind ja da eigentlich auch sehr so ähm naja so gläubig ne ja deswegen würden wir schon aber erstmal also ich weiß jetzt nicht wie er aufgewachsen ist bin ich ehrlich aber es ist ja auch nicht so schlimm also er hat angeboten so oh können wir ja mal zusammen hingehen und dann ja warum nicht ne ja das ist schön das ist freut mich wirklich sehr ja und dann ja ja ich bin auch froh dass ich hergekommen bin heute also eigentlich eigentlich bin ich ja nur wegen Gabby da aber ja hat sich ja gelohnt lohnt sich jedes Mal Lori ja ja aber ich meine mal so nicht man lernt ja auch immer neue Leute kennen ja das ist schon schön genau und da hoffe ich halt auch persönlich dass man das irgendwie so hinbekommen dass man wie gesagt so was klein zum Essen hat dass die Leute auch einen Grund noch dazu haben hier zu bleiben auch wenn es nur eine Viertelstunde ist jetzt nicht so wie wir die jetzt schon zwei Stunden hier sind oder so sondern halt ne aber ist ja ist ja nur mal so ne manchmal das passiert dann halt einfach dann verquatscht man sich und es ist ja auch nicht verkehrt genau und so lerne ich auch mal Gabby ein bisschen besser kennen wir hatten uns glaube ich nur immer ganz kurz getroffen ja stimmt vom Center immer genau da bin ich die meiste Zeit allerliebste Lieblings Gabby allerliebste Lieblings Gabby da hörst du es die beste Gabby die ich kenne und ich kenne nur eine richtig so ist es die beste Gabby die es gibt einfach ja auch die beste Mitbewohnerin die ich eh hatte das kann ich das kann ich nicht beworfen wow ich steche Lucy aus ja okay was ist lustig meine Zwillings Schwester okay gut aber bitte erzähl dir das nicht sonst bringt die mich um würde ich dir nie erzählen nee nee schreibst du ihr jetzt? das war ein Spaß oh Gott das wäre lustig gewesen ich weiß gar nicht die müsste glaube ich die ist glaube ich schon entlassen ne sie hat es geschrieben hat sie ja nicht na gut wer weiß vielleicht ist sie doch noch nicht entlassen die wurde nämlich an den Mandeln operiert oh ok ja die hatte so extrem Probleme und dann wurde sie operiert und dann war ich letztens besuchen und da hat sie aber ganz fest geschlafen und dann habe ich einfach ein bisschen was da gelassen mhm dass sie zumindest weiß dass wir da waren ja das ähm Wandel operations und unangenehm muss sie viel Eis bekommen ja ja sie hat schon äh ja 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 sie hat auch ganz viel Eis bekommen hat sie mhm mhm viel wasser Eis da gelassen wunderbar mhm weil ich glaube so cremiges Eis ist nicht so gut aber so wasser Eis ist voll ok ja ich weiß gar nicht ob was besser ist cremiges oder nein aber cremig das ist ja so also das schleimt so glaube ich ne kann unangenehm sein ja ja eben und das gerade bei so einer frisch operierten Wunde dann dann lieber wasser Eis oder Eiswürfel mhm also ich kann mich ja oder das genau weil ich also ich kann mich nicht mehr so ganz erinnern meine Mandeln wurden mir rausgenommen als ich vier war weil ich so früh schon so Probleme hatte ja und ich meine so früh da erinnert sich ja kein Schwein mehr dran na gut also selten zumindest also ich hab noch meine aber bitte kein Experiment machen na also ich werd sie dir nicht raus so frieren ich lass da die Finger von ok das wär ja noch bisschen komischer ich meinte das mit der Eisprobe achso na John wie ist es jajajaj jajaj jajaj oh Gott Hilfe so ist es na gut ich würd sagen genau ich würd sagen es war schön war's jetzt war's das auch es reicht jetzt ja ist jetzt gut Leute jetzt reicht es mir mit dir hier ja genau und mit euch jetzt Pause aber Gabi muss mich noch fahren deswegen reicht es mir jetzt erstmal mit dir und wenn Gabi nicht ich muss leider auch mit dir nach Hause gehen achso ich dachte du machst jetzt noch aber du bist ja noch eingestempelt ne ich bin gar nicht eingestempelt ich bin in meiner Freizeit hier achso achso ach das ist ja ich lebe von jedem Sonntag zum nächsten ach es hat hoffentlich bald ein Ende ich hab nämlich keinen Bock mehr weil ich es ist auch jedes Mal so dieses mal so dieses im Sonntag kommt bald das ich kann es ja auch nur begrenzt aufschieben naja aber ich musste ja unbedingt einen kredit wollte ich ja unbedingt Also in der Ratenzahl auch mal nicht. Ja, ich musste halt unbedingt dieses Auto haben. Es fährt sich so schön. Welches Auto? Ein Moonbeam Custom. Sagt mir nichts. Der kann sogar hüpfen. Ähm. Okay. Also, der hat halt Hydraulik. Der kann sogar hüpfen? Das ist wie so ein Lowrider quasi. Ach, das ist der, ah, okay. Das ist immer interessant. Richtig. Aber das ist ja ein Viereck, das springen kann, meine Güte. Ja, richtig. Gabi und ich sind da auch schon mal drin gesessen und sind gehüpft. Das war lustig. Ja, und Mason hat das rumgehüpft und. Ja, das ist ja gut, aber Mason hat das auch sehr wild rumgehüpft. Dein einer Kollege da auch. Ja gut, Alex hat das auch gemacht, weil Alex ist Alex. Alex ist Alex, okay. Ach nee, das war Mike, glaube ich, naja. Keine Ahnung, wer es war. Irgendeiner von denen. Ich bin mit so vielen Leuten immer unterwegs, das ist, ach, ich weiß auch nicht. Okay. Ja, ich habe so viele, naja, ich habe halt so viele Kollegen, weil ich ja auch so viele Jobs habe. Und manchmal weiß ich, manchmal sehe ich den Menschen vor lauter Kollegen nicht. Okay. Naja, wegen dem Wald vor lauter Bäumen und so. Ja, ja, ja. Ich habe es verstanden, ich habe es verstanden. Ich habe über meinen Witz gelacht. Hihi. Hihi, hihi, hihi. Ist dann doch auch schon spät. Ja, jetzt sollten wir wirklich gehen. Jetzt fangen die schlechten Witz an, jetzt müssen wir ins Bett. Genau, genau, genau. Bevor es noch schlimmer wird. Ja, dann. Nee, aber bevor es noch schlimmer wird, rufe ich den. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, John. War schön, dich kennengelernt zu haben und bis zum nächsten Mal. War schön, dich kennengelernt zu haben und schön, Gabi, auch, dass du da warst auf jeden Fall. Das freut mich sehr. Ja, immer gerne. Hat mich gefreut, euch unterhalten zu haben. Ja, genau. Für drei Stunden. Ja. Tschüss. Ja, ich gehe schon. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. 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 Hallo. Ja, weißt du, selbst Beverly war da. Selbst Beverly. Beverly. Ich wollte doch kommen, aber Lia ist erst um 10 vor 8 angekommen im Genki und um 8 mussten wir beim Event sein. Die ganzen Leute waren da. Du, du dich. Es tut mir leid, ich wollte so gerne kommen. Mhm. Ja, wirklich. Ich wollte eigentlich gar nicht arbeiten. Mhm. Es tut mir leid, ich kann ihn da wieder gut machen. Gar nicht. War ja das erste Mal. Ach, es kommen noch weitere Male, alles gut. Ich wollte das unbedingt sehen. Ja. Schade. Schade. Ja, wirklich schade. Ach ja. Ich habe mich so drauf gefreut. Passiert, du, passiert. Das kannst du manchmal nichts machen. Höhere Gewalt und so. Ja, ist trotzdem scheiße. Oh Gott. Worteuer ich gar nicht arbeiten. Jetzt bin ich seit fast 8 Stunden im Dienst, ey. Ja, gut. Ah. Moment. Moment. Ganz kurz. Hilfe. Ja. Ich habe die Stempel-Uhr aus Versehen falsch gedrückt. Huch. Ach so. Ich wäre fast gar nicht mehr, außer den Skel. So. John has to do John's. Ist er jetzt ins Bettchen oder was? Nö, noch nicht. Okay. Tja, so ist das halt. Aber, ja, was machst du gerade so? Ich bin immer noch am Arbeiten auf dem Drachenboot-Festival. Ah, ihr seid auf dem Drachenboot. Und da ist noch immer was los? Bis 0 Uhr ist das Event. Ach krass, okay. Soll ich da als Reverend vorbeikommen? Das wäre doch auch lustig. Warum nicht? Ja, dann. Ja, wobei, ich muss erstmal in die Stadt und... Ach, warte mal. Ich stimmele mich gerade nochmal ein, weil ich merke, ich muss noch ein, zwei Sachen erledigen. Das wird sonst nichts. Oh Gott, dann arbeite ich heute wieder gefühlt. 200 Stunden. Ist doch gut, es gibt Cash. Ja, Cashen, Errentagen. Aber wie war denn der Gottesdienst? Der war gut, der war gut, tatsächlich. Echt? Ja, ja. Waren viele Leute da? Es waren viele Leute da. Es waren, also ich weiß jetzt gar nicht, 15 bis 20 Leute waren da. Oh, nice. Also ich kann mich auch voll verschätzt haben, ne? Ja. Ähm, genau. Aber es waren gute Leute da. Oh, das freut mich. Und Chefin war da, die war ganz cool. Ich habe eben noch mit Leuten gequatscht und so. Beverly war ja da, da waren noch ein, zwei Leute da. Äh, Beverly. Ja, ich fand es voll cool. Der hat, also ich habe wirklich, der stand irgendwann neben mir, ne? Er quatscht mich an und ich habe den gesieht und ich gucke den so an. Ist das Beverly? Also ich habe den ja ewig nicht mehr gesehen, ne? Ja, der hat mich angerufen und mir alle Schand an den Kopf geworfen. Naja, er stand nebendron. Ja. Ja. Ah, du verdient. Oh, Mann. Ja, alles gut. Kannste nichts machen. Ja. Haru war auch nicht da. Weißt du schon, wann der Nächste ist? Ja, Haru, ey. Donnerstag wahrscheinlich wieder. Ah, nächste Woche Donnerstag. Okay. Ja, genau. Das wird so wahrscheinlich sein. Ich werde wahrscheinlich versuchen, immer Donnerstags und Dienstags vielleicht oder so was zu machen. Ja. Ja, nice. Da werde ich auf jeden Fall kommen, versprochen. Yeah. Nice. Null. Beim nächsten Donnerstag habe ich nämlich nichts los und da werde ich auch nichts los haben. So sieht es nämlich aus. Was kommt los da rein, ne? Ja, richtig. Ja. Okay, starte mal die Motoren und fahre mal rüber. Ja, wollt. Also ich fahre jetzt erstmal kurz nochmal in die Stadt. Ja. Und dann komme ich doch mal rüber. Alles klaro. Bis den. Bis den. Tudel. All right. Ich mag die Leute, das ist super. Also, man kann halt auch wirklich das spielen, was man will. Was ist das denn für eine Nachricht, Alter? Was ist das denn für eine Nachricht? 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 Okay, herzlichen Glückwunsch! Oh, fuck! 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 Was ist das denn für eine Nachricht? Oh, fuck! 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 Du bleibst so lange bei ihm! Wie war ihr Tag bis jetzt? Auch wenn die Situation hier gerade echt scheiße ist! Ähm... Es war... ein... guter Tag? Ja! Bis jetzt? Naja, der Tag ist noch nicht vorbei und es ist... Sagen wir es so, sie sind sowohl beim Bewusstsein, können reden... Wissen Sie, was die Ironie ist? Nein! Ich habe eben Gottesdienst gehalten und habe allen gesagt, fahrt nicht schneller als euer Schutzengel! Naja, prinzipiell... Sie hatten Vorfahrt... Ja... Deswegen... Ähm... Nun! Nun! Ja! Ich liebe dieses Wort! Ja, das ist 80 Prozent meines Wortschatzes! Ähm... Ich würde aber behaupten, so wie die Situation bis jetzt ausgegangen ist, dass ihr Schutzengel sehr gute Arbeit geleistet hat! Ich habe auch das größere Auto, oder? Das ist richtig, ja! Ja, das... Hat mich ordentlich erwischt! Ui! Kann ich mir sehr gut vorstellen! Äh... Ich würde erst mal aufs Emdi warten, weil am Telefon meinten die wohl gerade, dass erst mal jeder sitzen bleiben soll! Mhm! Weil man halt nicht weiß! Genau! Ein guter Überschlag hatte ich auch noch nie! Ich habe es im Rückspiegel gesehen! Ich war etwas perplex! Sagen Sie was! Hallo! Hallo! Äh... Ja! Kann Sie mich hören? Ja, ich kann sie hören! Ja, ich kann sie hören! Kriegen Sie gut Luft! Ich... Kriege gut Luft, aber ich muss mich gleich übergeben! Ich kann mich übergeben, okay! Komm mal wegen den Glasscherben hier, wenn du drüber greifst! Ja! Warte! Haben Sie schon versucht, die Tür zu öffnen, Sir? N... 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 Ne... Nicht wirklich! Einfach so zur Verständnungsfrage, wo ist Ihnen... Oder wo wurden Sie getroffen mit dem anderen Wagen? Auf der linken Seite und ich habe mich mindestens einmal überschlagen! Einmal überschlagen, okay! Okay! Ich versuche mal hinten reinzugehen, zum Stiffneck anziehen! Ja, bitte! Weil ich nehme kurz so einen Sack aus! Ja! Ja! Ich gebe Ihnen einmal kurz so einen Sack durch, ne? Falls Sie wirklich erbrechen müssen, lassen Sie das dann rein! Ja! Einmal nicht erschreckt! Ich greife Ihnen von hinten hier, äh... an den Hals! Lege ihn einmal an, ja? Na, haben Sie irgendwo Schmerzen? Spüren Sie schon was? Ich bin viel zu benommen dafür! Okay! Merken Sie, dass Sie irgendwo eingeklemmt sind mit den Beinen oder ähnlichen? Ich kann soweit, glaube ich, meine Beine gut bewegen! Okay! 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 Ich sehe schon mal einen Zugang! Luft kriegen Sie jetzt gut, haben Sie gemeint? So weit... Ja! So weit... Ja! Welchen hast du gecheckt? Einmal jetzt noch gleich! Besser ich gleich den mal kurz in die Augen, ja? Mhm! Okay! Oh hell! Ja! Einmal noch längs! Haben Sie Kopfschmerzen oder ähnliches? Ja! Mir brummt der... Mir brummt der Schädel, ja! Okay! Sind Sie vermutlich auch gegen den Airbag, ne? Ja! Alles klar! Bin ordentlich durchgeschüttelt worden! Okay! Bin sind aber... Iso-Core... Besser aber möglicherweise nur ein SRT 2 oder so! Mhm! Auf alle Fälle CT! Wissen Sie, wie Sie heißen und wo Sie sich aktuell befinden? Ich... Mein Name ist Reverend John Foreman, aber... Ich weiß gerade nicht... Ich befinde mich in einem Auto mitten auf der Kreuzung? Mhm! Okay! Wissen Sie, welchen... Ich geh mal kurz zum FD ab, dass Sie uns helfen! Alles klar! Nehmt ihr kurz das Ding! Wissen Sie, welcher Tag heute ist? Äh... Es muss der 22. sein. Es ist ein Donnerstag! Okay, das stimmt, ja! Gut! Ähm... Die Kollegen gucken kurz nur mit dem FD, dass wir sie dann bald rausbekommen! Mhm! Soll ich vielleicht schon mal wegen Abschlepper anrufen? Ähm... Ja, können Sie grundsätzlich machen, im Zweifel mit dem FD abklären, ne? Ja, okay! Dann rede ich gleich erst mit dem FD! Okay! So... So... Merken Sie irgend... Also... Merken Sie schon irgendwo, dass Sie Schmerzen oder Ähnliches haben? Also an irgendeiner Stelle? Ja... Ich habe... Leichte Schmerzen... Unten an der... Wie nennt sich das? Brustbein... Ecke... An Brustbein, okay! Alles klar! Vermutlich wegen dem Gurt, ne? Ja, höchstwahrscheinlich! Atmen Sie mal tief ein und aus! Oh! Da schmerzt es! Okay! Da schmerzt mir, ja! Ah, ja! Ich merke es! Okay! Aber instabil... Also es hat sich... Ja, instabil war jetzt weit nichts... Aber mal gucken! So! Es hat sich überschlagen, halt ein bisschen eingedrückt... Das ist dann schwierig halt zum rausnehmen! Ja, schauen wir mal schnell an! Ich schau mal schnell an! Einen Augenblick! Ja, am besten mal ein kleines Stück, genau, vom Fahrzeug weg! Dankeschön! Ähm... Sicherst du, hast die Kylie dabei? Äh... Ich hole ihn mal da! Bitte! So... Dann schauen wir mal schnell! Tja... Einen Augenblick... Können Sie die Motorhaube schnell öffnen? Was hat der... Was hat der her gesagt? Die Motorhaube... Ist... Gott! Die sind verletzt, oder? Ja! Ah, super! Das wäre noch besser! Wie geht's Ihnen denn? Ich könnte kotzen! Das trifft's am besten! Okay! Ähm... Habt ihr die schon versorgt? Genau! Ähm... Erstversorgung ist soweit schon durchgeführt! Okay, alles klar! Sofort rausholen! Okay, alles klar! Dann können wir ein bisschen ans Auto! Ja! Ich hab... Zum Glück hatte das große gehabt! Was macht das denn? Was macht das denn? Ja! So... Fahrzeug gesichert! Okay! Ähm... Wir brauchen... Ähm... Das Auffangblech! Wir haben ja auslaufende Flüssigkeiten und Bindemittel nehmen! Ähm... Das kann die... Das kann die 16 machen! 16, bitte Bindemittel! Und die Blechwanne mitbringen! Ich liebe das AP von denen! Ich will denen das auch gönnen! Ähm... Ja, hol bitte den Streitzer! Kommt sofort wer! Okay, sehr! Mhm! Hat sich irgendetwas verändert bei Ihnen? Schmerzen, Übelkeit oder ähnliches Stärke geworden? Mhm! Kopfschmerzen sind schlimmer! Ich komm langsam! Okay! Wir geben mal! 22! 22, ja! Ich zieh's kurz auf! Ja, ich zieh's kurz auf! So! Wir kriegen jetzt von uns ein bisschen stärkere Schmerzmittel! Mhm! Einfach das auch, ne? Schmerzen und Stress ein bisschen nachlassen! Ich geb dir das hier einmal rüber, bitteschön! Na ja, schön! Ja, so genau! Ich spritz ihn das einmal hier in den Zugang rein! Alles klar! Soll es ein bisschen besser werden, ja? Okay! Ja, einfach schön tief und fest weiteratmen! Wir holen sie gleich raus! Wir haben's das Beinbord dabei? Habt ihr Stiffel angelegt? Ja! Ja! Okay, alles klar! So, dann machen wir es schnell! Ja, warte! Ich nehme hier wieder die Trage, ich nehme die mal wieder! So! Okay! Pass auf! Jetzt setzt es mal unterhalb vom Schloss an! Geh mal in die Hockey! Ja, warte! So! Zack! Okay! Und jetzt ganz langsam versuchen, den Spalt einzuführen! Nochmal! Ah! Okay! Passt schon! Alles gut! Schau bitte! Wenn du mit ihr was machen musst, dass du sie nicht zu dründen nimmst! Wir brauchen das CT! Okay! Perfekt! Die Blechwanne! Mach dir! Ja! Hast du da? Ja! Okay! Warte! Hast du schon drunter geschoben? Die Blechwanne? Ist schon drunter? Ah! Okay! Dann wäge ich mich hin und dann gibt's einfach was runter! Ich hab euch mal eben mit dem Beinboard! Warte mal! Das wäre super! Na, wann sie gehört? Ich gucke was aus die Beine! Warte mal kurz! Glemmst du oben noch bitte die Schläuche ab! Die Beine sind nicht hin! Weg von den Pedalen! Alles klar! Schieb das mal mal runter! Die Kühlerschläuche! Genau vorsichtig! Die sind undicht! Und zum Motor ist ein Schlauch noch undicht! Ich sehe nicht ob das jetzt Öl oder Bliebstoff ist! Alles klar! So! Hörts auf so Tropfen! Ja! Kommando! Okay! Ja! Ganz gerne nochmal testen! Und dann... Perfekt! Schönen langsam! Aber vielen Dank! Ich brauche doch bis die Beine und die Beine und die Beine und die Beine und die Beine schlagen gerade! Ja! Liegen ist definitiv eigentlich niemand! Gerade ist es offen! Äh... Nein! Schmerzt nicht mehr so viel! So! Okay! Warte! Äh... Gib mal Prio 2 durch! Ambulance 1, 10, 30 Richtung MD, Prio 2 benötigen CT! Okay! Wir bringen es jetzt ins MD, ja? Mhm! Dann machen wir mal ein paar Bilder! Gucken was los ist! Okay! Mit den Schmerzen ist es jetzt ein bisschen besser? Um einiges, ja! Okay! Super! Übelkeit geht auch schon langsam! Wird auch schon besser! Das... Das höre ich gerne, ja! Na wie gesagt, sie haben da den Beiter noch bei sich! Wenn sie wirklich erbrechen müssen, sagen sie Bescheid! Mach ich! Ambulance 1, 10, 30 am MD! So! Dann nehmen wir ihn einmal raus! Genau! Dann laden wir einmal aus! So! Das wird lustig So, dann würden wir sie einmal hier rüber lagern Voran am besten Haben sie irgendwelche metallischen Gegenstände bei sich? Schlüssel So was Warte, ich habe hier eine Box, das packen wir einfach alles hier rein So, genau, einfach alles Ich lege hier noch eine Schürze über sie Ja Alles klar Legen sie dann danach sofort wieder Kein Problem Wenn etwas ist, dann rufen sie ganz laut, ja? Mache ich Genau, wir sind hier hinter der Glasfront Alles klar, dann bis gleich Ja, genug Den hat es halt voll umgehorn, ne? Was soll da machen? Alter Vater hat es den weggehauen Aber es ist halt auch RP, ne? Ich versuche denen das natürlich so ein bisschen mitzugeben, ne? Weil Ich meine, ich kenne eben die RP und Ich will denen das auch gönnen, so Und ich finde das immer schade, wenn Leute dann sagen Oh, mir geht's wieder gut Sondern ich will denen halt wirklich Auch dem FD Ich will denen das volle Kanone gönnen Und ich will denen schade, wenn man das ja nicht hat mich Untertitelung des ZDF, 2020 Schade, ich hätte gerne ein anderes App hier gehabt. Ich muss zugeben, ich habe dieses RP gerade richtig genossen. Ich konnte mich richtig gut hineinversetzen, weil das war wirklich dieses, wir müssen die Wanne sichern und so und so weiter. Ich muss denen irgendwas Gutes tun danach. Einfach, weil ich glaube, dieses RP passt sehr gut zu John, dass er dann sagt, ey, danke für alles hier, ich möchte ihnen gerne etwas vorbeibringen oder so. Irgendwas Kleines als Danke. Also, wir würden sie einmal rübernehmen im Behandlungszimmer, wir würden ihnen dann alles erklären, ja? Alles klar machen, ja. Einmal hier auf die Trage. Okay. So, einmal hier wieder. Genau. So, sie kriegen noch von mir hier. Ach. Bis Sachen. Genau. Einfach drauflegen ist okay. Er legt hier an die Seite. Perfekt, dann gehen wir mal rüber. So, dann würden wir sie auch einmal rüber verlagern hier. So, perfekt. Ich wollte schon mal das Dexameter so am Rauf, ne? Perfekt, genau. Also, wir sind zur Erklärung, sie haben eine leichte Hirnschwellung. Dagegen geben wir ihnen jetzt ein Medikament, das da ein bisschen entgegenwirkt. Das braucht sich ja einen Moment, dass das wirkt. Daher sicher auch die Übelkeit, die sie haben. Plus haben sie mehrere Ripprakturen. Also einmal auf der linken Seite zwei Rippen, die gebrochen sind, sehr nah am Brustbein. Und einmal auf der rechten Seite noch eine Rippe. Deswegen auch wirklich die Schmerzen da, gerade im Brustgleich. Das ist wahrscheinlich vom Gurt, dass das wirklich durch die Drehung, die sie auch hatten, sehr extrem, ne? Wir würden ihnen da wirklich einfach einen guten Verband anlegen zum Kühlen. Weil jetzt ein Stützkorsett ist einfach an der Stelle sehr schwierig, dass das dann schief zusammenwächst, ja? Genau. Der Kollege gibt ihnen einmal das Medikament. Also ich gebe jetzt einmal 50 Milligramm Dexamethasone. Wen hat der gerade angefangen? Okay, nicht uns. Alles klar, ist drin. Ja, perfekt. Ich brauche jetzt einen Moment, ne? Jetzt meine Empfehlung an Sie. Ich denke nochmal eine Infusion kurz, ne? Ich ziehe Ihnen schon mal das Diffneck aus, weil zum Glück da am Hals keine weiteren Schäden sind. Das ist schon mal gut. Und meine Empfehlung wäre trotzdem, dass Sie stationär über Nacht bei uns im MD bleiben, zur Überwachung. Wenn Sie unbedingt möchten, können wir auch gucken, dass Sie nach Hause können. Dann würden wir Sie in den Aufwachraum aber verlegen, zum Beispiel noch ein bisschen beobachten. Ich würde über Nacht bleiben, denke ich. Okay, perfekt. Dann lassen wir doch das Medikament einmal einwirken, behandeln Ihre Wurst und dann würden wir Sie hochbringen, ja? Sehr gut. Genau, also Rippenfrakturen sind natürlich immer ein bisschen schwierig, weil man da natürlich kein Gips und so anlegen kann. Das heißt, das muss jetzt von selbst zusammen wachsen. Das heißt natürlich für Sie, dass Sie sich jetzt auf jeden Fall ein paar Tage schonen sollten. Zum Glück arbeite ich nicht auf dem Bau. Das wäre nicht so gut, ja. Also natürlich, wenn Sie arbeiten wollen, dann eher Innendienst. Ja, gut. Ich bin Pfarrer, ich lese nur Bücher. Ja, das sollte grundsätzlich nicht klappen. Ja, eben. Aber natürlich, ne, also ein bisschen Schmerzen beim Atmen werden Sie jetzt morgen übermorgen sicher noch haben. Das glaube ich. Das glaube ich sofort. Also. So, ich würde Ihnen einmal den Brustbereich ein bisschen freimachen, damit ich Ihnen da den Verband anlegen kann. Mit einer kühlen Salbe, dass das auch kühlt, Schmerz lindern ist und dass das möglichst wenig anschwillt. Genau. Ne, einmal so. Genau, aber es ist sicher eine gute Entscheidung, nur dass Sie sagen, wir bleiben über Nacht hier. Wir können in unserer Nachtschwestern sich auch wunderbar um Sie kümmern. Das denke ich auch. Genau, die hast du nachzüttelmäßig halt. Können wir Ihnen hier ein bisschen was Stärkeres geben, als wenn Sie sich nach Hause entlassen würden. Ja, außerdem geht die Sicherheit vor, ne? Genau, das auf alle Fälle, auf allem in der Kopfverletzung und auch Brustverletzung ist, beides heikles, stellen Sie da. Eben. Wenn Sie starben. Ja, perfekt. Nehmen wir das auch mal. Magst du sonst mal die Leitstelle anfucken, welches Zimmer das von Ihnen kann? Ja, klar. So. Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen auch gerne einen Kittel von uns rausgeben, dass Sie so ein bisschen was Bequemeres haben zum Liegen, ja? Ja, das Oberteil ist ein bisschen schwierig gerade, ja. Genau, warten wir mal kurz. Wird Ihnen sonst mal helfen mit dem Ausziehen? Ja, aber das ist ja sowieso schon offen haben. Ja. Einfach nur ziehen. Genau. Naja, check. Was ist das? Eins? Eins, ja. So, gucken Sie, dann helfe ich Ihnen mal mit dem Anziehen vom Patientenkittel. Ja, doch, ein bisschen angenehmer. Also ein Hemd ist das, glaube ich, angenehmer. Ja, das drückt ein bisschen. So, perfekt. Sehr schön. Genau, wenn wir schon mal dabei sind, haben Sie noch irgendwo einen Ausweis zufällig? Ja, den habe ich selbstverständlich in der linken großen Tasche. Nehmen wir den kurz raus, ja? Der guckt kurz. Ah, hier ist er, ja. Ja. Alles klar. Sind Sie versichert auch? Ähm, also ich bin, soweit ich weiß, über das Faith and Social Center versichert, aber ich habe noch keine versicherten Karte oder so. Ich bin auch gerade eigentlich aktiv im Deeds, das ist das Schlimmste. Äh. Ah, okay. Aber dann gucken wir wegen der Abrechnung, so wie sind die Kollegen, ja? Sieh das nochmal an. Ja. Genau, ja. Guten Morgen, so. Alles klar. Genau, dann würden wir sie sonst, glaube ich, so langsam nach oben verlegen, ne? Ja, dann. Aber hier mal wieder, äh, die Tage, wo man sich hier wieder verlegen kann, drüber. So. Perfekt. Und dann gehen wir noch einmal in die 1 hoch. Das ist super, ne? So, magst du drücken? Ich drücke. Ich drücke. Also ich kann nur sagen, wir hatten da Glück im Unglück. Ach. Und das hätte auch deutlich schlimmer kommen können. Das glaube ich sofort. Ach, ich habe schon der Dame gesagt, die am Auto stand, ich hatte das größere Auto. Ja, da waren sie doch nochmal ein bisschen besser gepolstert. Ja, glücklicherweise. Äh. Aber ich... Aber ich... Ich will echt gar nicht wissen, wie schnell der war, der hat mich so heftig getroffen. Ja, da sind sie rein, ne? Ja. Aber richtig, ich hatte Vorfahrt. Ja, also auch, ne, wenn sie sich überschlagen haben, das muss ein ordentliches Tempo gewesen sein. Ja. Also ich habe den auch gar nicht kommen Sinn. Und ich gucke eigentlich immer links und rechts, aber... Ja, ne, wenn man sehr schnell unterwegs ist, ist es nicht möglich, so was zu sehen. Nee, gar nicht. So, da gehen wir hier mal in Ohr, für die Nacht. Wunderbarlich. So, wenn wir sie einmal hier wieder... Ja, perfekt. Das ist mal noch kurz monitoring an. Genau. Also nicht entschrecken, wir geben ihnen jetzt hier so ein paar Kabelchen an die sie rankommen. Mhm. Ich erneuere sonst auch noch mal direkt die Invasion, dass sie da kontinuierlich Flüssigkeit reinlaufen haben. Genau. Und Schmerzen gibt ihnen dann sicher die Nachtschwester nachher wieder. Sehr gut. Und da wir gerade das, was wir ihnen gegeben haben, noch... Perfekt. Genau. Wenn etwas ist, einfach die Nachtschwestern rufen, morgen, wenn sie entlassen werden möchten, am besten auf die Infoleitstelle versuchen anzurufen. Genau. 922. 922, ja. Kenn ich schon. Ich bin das zweite Mal hier. Ah, okay. Und falls da niemand reingehen sollte, hat der Notruf. Es kann auch noch sein, dass sie nicht besetzt ist. Okay, sehr gut. Schlimmstenfalls. Perfekt. Ist es mit der Übelkeit schon ein bisschen besser? Ist es schon viel besser. Sehr gut. Okay. Dankeschön. Können wir sie sich ausruhen lassen? Dankeschön. Gute Besserung, ja? Ja, gute Besserung. Und... Kurze Frage. Ja. Ein Freund von mir arbeitet hier im Emdi, wird den vielleicht kurz... Ich wollte den nämlich auch später noch besuchen, ob er kurz hochkommen kann. Wie heißt er? Haru-Jun. Ja, der ist gerade unterwegs, aber ich gebe es ihm weiter, ja? Ja, das wäre schön. Würde ich nicht sagen. Dass er kurz hochkommt, ja? Perfekt. Dankeschön. Gute Erholung, ja? Alles klar, danke. Danke für Ihren Dienst. Sehr gerne. Natürlich. Gute Besserung und gute Nacht, ja? Dankeschön. Ja, das war's. Das hat ihn weggehauen. Ich würde gerne zumindest eine kleine SMS gleich schreiben. Ich lass ihn sich gerade mal ausruhen. Ich geh mal kurz auf Klo. So. Ich schreib zumindest kurz. Das hat ihn strö Terphorisiert, ja? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber der war auch wie der geölte Blitz unterwegs, der Typ, oder? Und John versucht ja so ein bisschen mit den Leuten zu streiben. Ich versuche ja den Leuten so ein bisschen, ja. Ich versuche ja den Leuten so ein bisschen mit den Leuten zu streiben. Das ist so krass, ich gebe nochmal so ein bisschen ab hier, so ein bisschen eins. Ich versuche ja den Leuten zu streiben. Ja. 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 Oh, die Hayley ist cool. Oh, ich mag Hayley. Hayley ist cool. Ja. 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 Ey, ich hätte dich an ein Atomkraftwerk angeschlossen und dann einfach dir die Energie reingepumpt, die du brauchst. Glaub mal. Was hast du denn da für eine Hose an, sag mal? Eine geile. Die hat mir das Leben gerettet. Das ist meine Glückshose. Gott sei Dank hast du die gekauft, Mann. Mach mir nicht solche Sorgen jetzt hier. Ohne Scheiß. Ich bin einfach gefahren. Ich war in der Nähe von uns, Haru. Also und alles, wir sind ja auch da. Und ich fahre die Straße runter. Ich habe links und rechts geguckt und auf einmal kommt einer von links mit so einer Geschwindigkeit. Ich habe mich mindestens einmal überschlagen. Was für ein Arschloch. Ja, irgend so. Ist er wenigstens gestorben? Nee, denen geht es anscheinend noch sehr gut im Gegensatz zu mir. Toll. Ja. Mann! Was für ein Arschloch. Was haben die die Ärzte gesagt? Schwellung, Gehirnschwellung. Und ich glaube rechts zwei Rippen gebrochen, links eine. Du Scheiße. Wurdest du von Not-OP-Team operiert? Nein, ich wurde nicht operiert. Von der gebrochenen Rippe? Ja, wurde gesagt. Ich muss nicht operiert werden, glücklicherweise. Wie lange musst du dann hierbleiben? Bis morgen. Okay. Haru wird über mich wachen. Ich sehe es kommen. Na super. Zieh bitte nicht am Schlauch, okay? Ja. Wo ist der Knopf zum Abschalten der Welt? Ich bin so nah, ey, oh Mann. Was macht diese gute Knopfte? Mach keinen Scheiß, Haru. Das war floridig. Vielleicht hebt das Bett ab, wie sagst du das. Oh Mann. Wisst ihr, was das Traurigste ist? Was denn? Ich wollte eigentlich ein Mädchen besuchen. Vielleicht ist das ein Wink vom Schicksal, John. Ja, ich kann eine Heldengeschichte erzählen. Oh, Haru? Eine Heldengeschichte? Ich wollte diese Dame unbedingt treffen und plötzlich... Also das ist keine Heldengeschichte. Oh, Haru. Schreib mir eine. Okay, vielleicht war da ja irgendein Straftäter drin, den du... Sag mal! Ich wollte dir übrigens liebe Grüße ausrichten von Misha. Oh, danke schön. Ach ja. Ne, eine Kollegin von mir hat anscheinend auch einen Unfall gehabt, liegt auch hier. So scheiße, was ist denn heute wieder los? Die ist mit ihrem Bike verunfallt. Oh Mann. Geht's dir soweit gut? Ich weiß es nicht, ich hab's eben nur kurz erfahren. Du hast echt Glück auch, dass wir so lange noch da sind, ne? Normalerweise hätten wir schon die Schotten dicht gemacht. Ja, das ist... Also... Das FD war da, die haben mich echt losgeeist, ne? Apropos, ne? Pidi ist auf dem Weg. Die würden dich dann... Gleich noch vernehmen, wenn's möglich ist. Wenn's für dich in Ordnung ist. Lecken Feuer weg, ich hab so viel... Ich hab so viel Intus. Ja, aber du bist ja noch vernehmens wie ich, aber... Also, wenn du sagst, du bist nicht fit, dann sag ich Bescheid. Ja, alles gut. Es sollen mal herkommen, die sollen das selbst entscheiden. Mal, zweimal bist du ja schon in irgendeiner Vernehmung drin und ich noch gar keine. Hallo, mein Name ist John und ich weiß von nix. Ich bin doch froh, ey, dass du nie eine Vernehmung hast, Mann. Die arme Sau hat gestern fast zwei Überfälle mitgekriegt und jetzt liegt der in M.D. Mhm. Ist du wirklich von Gott gesegnet? Langsam zweifelig dran. Ich hab noch zu allen anderen gesagt, fahrt nicht schnell als euer Schutzengel. Nö. Nö. Oh Mann. So ist das halt. Was willst du machen? Ich muss mal kurz auf mein Handy gucken. Oh Gott. Jihah. Aber der Unfall ist nicht passiert, als du mich angerufen hast, oder? Kurz danach. Kurz danach. Ach, Beverly liegt hier, nicht ne Kollegin. Hä? Was? Beverly? Gebt mir mal kurz ne Sekunde. Ich geh mal ganz kurz nochmal in die Akte schauen. Ich komm gleich wieder. Du musst ja sowieso hier noch warten. Du musst dich ja auch gleich noch besuchen, ey. Scheiß. Ah nee, ich bin ja gar keine Notfallkinder. Warte mal, ich hab seine Nummer. Ja, wir werden dann Karten spielen. In der Nacht, ich sag's dir. Mit Beverly? Ja. Ich glaub nicht, dass Beverly so der Karten-Typ ist. Übrigens, das war kein Wisser-Sicher. Da kommt der Besuch schon. Welcher Besuch? Ich bin gespannt. Ganz schön begehrt. Mhm. Wenn das jetzt Beverly ist, muss ich lachen. Ali, kommst du kurz mit raus? Dann kann es bei dir kurz... Dann können wir gleich wieder rein. Ja, natürlich. Mach mal. Ich grüße Sie, Sir. Guten Tag. Wie geht's Ihnen mit den Umständen entsprechend? Ola die Waldfee, sag ich nur. Ola die Waldfee. Es geht mir mittlerweile durch die Schmerzmittel besser. Mhm. Aber es ist nichts gebrochen, oder? Nur irgendwie... Ja, es ist drei Rippen. Weißt du, ey. Nein. Und nicht in Schwellung. Dankeschön. Macht Spaß. Mhm. Ja. Wir sollen Ihnen auch vom Fahrer aus anderen Wagens gute Besserung, gute Genesungswünsche ausrichten. Mhm. Er war auch sehr besorgt um ein Wohlergehen. Naja. Er hat auch Vorwürfe gemacht, ja. Das war jetzt nicht gewollt, oder so. Das glaube ich, alles gut. War ihm nur wichtig, dass sie das auch wissen. Mhm. Ich weiß nicht, Sie sind unter der Schmerzmittel, aber können Sie sich grob erinnern, was passiert ist? Ja. Einfach nur mich für den Unfall erlangen. Ja, ich hab den jetzt, glaube ich, dreimal erzählt. Wow. Ähm, ich bin, ähm, gerade von der Kirche, äh, von, ähm, Palito runtergefahren. Mhm. Hab Gottesdienst gehalten. Ähm, dann bin ich dann halt, ähm, Gott, ich weiß nicht mehr, welche Ecke. Ich wollte auf jeden Fall zum Faith and Social Center fahren. Mhm. Und dann stand ich da, bin ich die Kreuzung reingefahren, hab links und rechts geguckt. Ähm, ich bin eher ein vorsichtiger Fahrer und plötzlich hab ich gemerkt, dass von links irgendwas angeschossen kam. Und da war es halt einfach schon zu spät. Und dann, weiß ich nur noch, ich bin quer durch die Luft geflogen. Mhm. Okay, ich verstehe. Hätten Sie, haben Sie Ihrem Personal-Ausersatz hier irgendwo rumliegen, oder? Ja, warten Sie mal in der linken Oßen, nee, rechten Oßen-Tisch. Kann Ihnen auch irgendwie helfen, das ist für die... Ja, also, Sie können ruhig gerne reingreifen, das ist zwar ein bisschen blöd, aber... Ja, dann greife ich mal rein, ne? Ja, danke schön. Rechtshosen-Tasche haben Sie gesagt, ne? Genau, das... Das musste der sein. Mr. Foreman, hm? Und Ihnen gehört auch der Pick-up? Nein, der gehört dem Faith and Social Center, ich bin im Dienst gefahren. Ah, okay, ich verstehe. Ähm, dann für Sie als Information, wir haben als Vater erstmal vorübergegeben, dass wir unseren Verwahrhof am Flughafen geschleppt. Ähm, das wird Sie nichts kosten. Ähm, ne, dann können Sie ihr erst abholen lassen, aber es ist nicht fahrtüchtig. Ähm, ne, ne? Jetzt ist es mal, nein, versteckt, versteckt, weil wir ehrlich wussten, wo Sie es gerne hin hätten. Aber auch ging es jetzt mal nicht mehr, aber wir wurden direkt abtransportiert. Möhm, das haben wir schon mal da Bescheid wissen. Ähm, dann hätte ich noch zwei weitere Fragen ganz kurz. Ähm, das, ähm, sind eine ganze... Ähm, die geschädigte Partei, also sie trifft vor dem Hergang, wie es uns immer von mehrfach erzählt worden ist, von allen Parteien erst mal keine Schuld, ne? Oder quasi die Vorfahrt genommen. Ähm, dementsprechend ständen dafür die andere Partei, äh, folgende eine Strafmesse in Aussicht. Wir hätten da entweder § 54 StGB Eingriff oder die gefährliche Körperverletzung. Da ist jetzt die Frage, ob Sie da in einer der beiden, also würde entweder oder werden, da Anzeige erstatten möchten. Der Herr hat sich versucht zu entschuldigen, wird am liebsten, wenn er einfach nur herkommt und sagt, hey, tut mir leid, das reicht mir aus. Alles klar, dann würden wir da ganz kurz rum telefonieren und dann kommen wir es hin. Ja, einfach nur, dass, ja, ist ja sicherlich einsichtig. Aber wir sprechen... Naja. Und sonst, wie war Ihr Tag? Sind Sie Pastor, habe ich das Riechwisch an? Ich bin Reverend, richtig. Reverend. Oben im Norden. Wie oft gibt es da Gottesdienst, Sir? Ich habe heute tatsächlich den ersten gehalten und es soll jeden Donnerstag stattfinden. Ah. 21 Uhr, ja. Und hier auch in der Stadt, in Rockford Hills, in der großen Kirche. Nicht nur in Morningwood. Habe ich Sie nicht schon mal in M.M.D. getroffen, Sir? Ja, das war eine Schusswunder. Du Lied hast, ne? Mhm. Ich erinnere mich. Soll ich aufhören, uns so zu treffen, Sir? Ja, wenn Sie wollen, können wir gerne mal einen Kaffee trinken gehen. Kaffee bin ich mal zu haben. Ja, sehen Sie. Dann komme ich mal irgendwann irgendwo vorbei. Genau, P.D. haben Sie bestimmt einen guten Kaffee. Ja, die freuen sich immer auf Kaffee, ja klar. Ja, sehen Sie. Und dann können wir mindestens den Fluch brechen. Ja, ich hoffe doch. Oh, Mann. Ja, das wird schon alles Gutes. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist, wenn der Herr jetzt noch mal hier vor Ort kommen würde, sich hier vor Ihnen entschuldigen würde, würden Sie auch von einer Strafanzeige absehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wenn er kurz vorbeikommt. Ich meine, der ist ja einsichtig, denke ich. Der Herr müsste sogar irgendwo hier sein, tatsächlich. Ich würde dann ganz kurz anrufen. Ja, meine Güte. Man, dann spricht man sich einmal aus und dann ist auch gut. Ja, super. Super Einstellung. Was soll ich denn dann noch irgendwo noch den Stress machen mit einer Anzeige? Ja, gut. Kommt immer drauf an. Also, klar, wenn das jetzt keine böswellige Absicht war, dann, ne, klar. Kann man mal drüber hinwegsehen, ne? Eben, das denke ich auch. Meine Güte. Kann ja jedem mal passieren können, was der gemacht hat. Haben Sie denn zumindest das gute Schmerzmittel bekommen? Nur das Beste. Ja, super. Aber für den Moment habe ich gedacht, die sind die Schlümpfe rumrennen. Okay. Gänse, ja. Vielleicht. Weiß ich nicht, ob sie so ein Mittelschmerzmittel haben. Schlümpfe vor Augen? Ja, ja. Ach, das sind diese kleinen blauen Männchen, ne? Äh, irgendwie sowas war das. Finden Sie das eigentlich nicht komisch, dass im ganzen Dorf nur eine Frau ist? Ich finde das sehr komisch. Schon irgendwie so Respekt, oder? Naja, scheint sehr, eine sehr komische Serie zu sein. Ja. Sie kennen sich da anscheinend ziemlich gut aus, ne? Ja. Man hat's früher halt mal geguckt, so, ne? Ja. Wahnsinn. Gebildeter junger Mann, würde ich sagen, ja. Ja, so jung bin ich auch nicht mehr, ne? Ach, auch nicht mehr. Ne, 37. Ach, sonst ist er sogar noch älter als ich. Wenn man morgens aufsteht, ist es 35. Naja, ist dann auch mitten im Leben, ne? Naja, wenn man morgens aufsteht, merkt man, dass irgendwas schiefläuft, ne? Die Knochen. Ah, einfach täglich Sport machen und gesunde Ernähren, dann passt das schon. Ja, ja. Wie war das nochmal, wozu ein Sexpack, wenn man ein ganzes Fass haben kann? Ja, grundsätzlich, was war es dran, aber ich motiviere die Kollegen auch immer, ne? Ein bisschen mehr Sport, ein bisschen mehr hier, auch mal was Grünes essen, so mal einen Salat oder was, ne? Machen die das? Ja, klar. Sehr wichtig. Sehr gute Leute. Ja, natürlich, ne? Und der geborene Motivator für die jungen Leute. Manchmal schon, ja. Oh, Mann. Der Wahnsinn. Ja. Er ist unterwegs und ist dann auch in den Minuten tatsächlich hier und mit Gehör gebracht. Ach, alles super. Ja. Wie gesagt. Wenn er nur kurz mit mir sprechen will, ist das alles okay. Hm. Ich meine, ich glaube, sein Auto war teurer als meins. Naja, und also, ich glaube, ich hoffe mal, dass er dann auch eher seine Sektion rausgezogen hat. Gerade auch, weil die Strafmäßigkeiten teilweise auch schon im Mindestmaße sehr hoch sind. Mhm. War eigentlich zurecht. Genau. Ja, gut. Ja, das ist halt... Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Chefin von Faith & Social Center dazu sagt, aber für mich persönlich ist das geklärt. Mhm. Und das ändert sich da ja einsichtig, zeigt meine Güte. Hm. Ja, das kann man sich auch noch in der Kontakte privat austauschen und dann schauen, wer was bezahlt. Das kann man ja im Prinzip auch immer unter sich ausmachen. Ja, eben. Also muss man da immer mit Anwälten rumhantieren. Ja. Also jetzt schon. Naja, und wie war's bei Ihnen so bisher? Alles gut? Oh, durchmixt. Alles von der Alben war dabei. Klingt ja grandios. Ich hoffe, ich kann sich hier ein bisschen unterhalten. Ja, das weiß ich nicht. Das wäre aber ein bisschen makaber, wenn das hier Unterhaltung wäre. Aber... Ach. Makaber ist mein zweiter Vorne, aber... Sonst kommen sie mit den ganzen Beerdigungen auch irgendwann komplett nicht durch. Mhm. Naja. Alles klar. Ja, aber dann, ich hole mal ganz gut in die Herren, der ist anscheinend wo hier. Soll ich dann hier bleiben? Genau, soll ich mitkommen? Ja, nix, hier warten. Okay. Da wird mir nicht langweilig, war. Nö. 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 Also, Reverend und sie hatten jetzt in ihren ersten Gottesdienst, nennt man das, ne? Ja, oben im Norden, genau. Kein? Sind sie da so ein junger, cooler Reverend oder wie machen sie das so? Wir können sie machen, was sie wollen, solange sie nicht, solange sie alle anderen, wie sie sagen, verbehandelt. Nö, nee, nee, sie machen ja den Gottesdienst, ne? Ja, ja. Gibt ja so... Vielleicht kennen sie das, das ist ja auch gar nicht böse, ich meine, es gibt so Reverence, die machen das, dann schläft man auf was ein und dann manche, die sind so modern und locker, ne? Und sehr so alte Schule oder eher so modern oder irgendwas dazwischen. Das müssen sie austesten, glaube ich, ich weiß nämlich nicht. Ich kenne die Kategorien nicht so richtig. Also. Ich war früher ziemlich oft in der Kirche. Ach, wirklich? Ja, genau. Oh, Wahnsinn, ja. Ja, ich versuche immer so ein bisschen, es durchzumischen. Ich denke, es wird sich zeigen, was ich am besten durchsetze und wie ich die Leute besser mit einbeziehe, ne? Nimmst du auch die Beichte ab, Sir? Ja. Ja, das tue ich. Hm. Also, wollen sie jetzt beichten, ist ein schlechter Zeitpunkt. Nö, ich habe sowieso nichts zu beichten, ich habe eine reine Weste. Ja, gut. Ist doch schon mal was. Ja. Ja. Und wenn doch, dann... Dann komme ich donnerstags vorbei, klar. Sie können auch die Nummer gegen Kummer anrufen, das ist eigentlich unsere Esterleitstelle, wenn man es so will. Ach so. Ah, spannend. Also, wenn sie was haben, rufen sie an. Ich habe bestimmt noch irgendwo Feenstaub in der Tüte oder so. Feenstaub? Ja. Oh, nicht schlecht. Haben sie auch so eine richtige Beichtkammer? Ne, leider nicht. Wir haben keinen Beichtstuhl, keinen richtigen. Ah, Beichtstuhl heißt das, genau. Genau, genau. Das wäre auch noch was, ne? Ich meine, sagen wir mal ganz ehrlich, keiner dieser Kirchen hier zumindest, die wir unterhalten hatten, halt ein Altar. Das muss man halt auch mal sagen. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich hier vor Ort in der Kirche war, das ist 23 Jahre her. Weiß ich noch gar nicht mehr. Na gut, ja. Dann wär's langsam Zeit vielleicht, weiß ich nicht. Ne, ich war 23 Jahre weg. Also, ich war zwischendurch mal in der Kirche. So ist es nicht. Nur als hier nicht. Ach so, ich dachte schon. Ne, ne, ich bin jetzt seit, ich weiß gar nicht, neun Wochen oder so wieder hier. Ach, Wahnsinn. Mhm. Was schön. Was schön. Ja, so eine schöne Stadt, ne? Ja, doch. Kann man gut leben, wa? Ja, ich denk auch. Ich bevorzuge aber tatsächlich eher den Norden, irgendwie. Das ist so ruhig. Wirklich? Ja. Da hab ich irgendwie immer Sand in der Ritze und in den Schuh. Ich mag das da oben nicht. Ich hab heute gelernt, man soll keine Fassidine benutzen wegen dem Sand. Ja, das glaub ich, geht sofort. Und wie macht man das, wenn man frisches Tattoo hat? Hab man, glaub ich, ein Problem, ne? Tja, dann reibt's halt nachts, ist okay. Hat man besonderes Getriebe. Ja, ne, so ein Wochenende Norden oder mal zu Besuch, ne? Aber ich könnte da zum Beispiel persönlich wohnen, ist überhaupt nicht meins. Ach, ja, gut. Das wird mich da irgendwie, weiß ich nicht. Ich bin auch mehr so Stadtmensch, ne? Naja, okay, gut, das ist ein großer Unterschied dann, ja. Mhm. Na, gut. Alleine jedes Mal von oben nach unten fahren und umgekehrt. Ich würd, glaub ich, durchdringen. Ja, gut, das stimmt. Ich muss zugeben, ich fahr unglaublich gern Auto, von daher. Naja. Na. Nach heute hab ich doch ein bisschen andere Meinung. Nein, ich lass mir das nicht verderben. Ja, sollten sie auch nicht, ne? Ja. Ich meine, passiert halt mal. Leider schon, ne? Oh. Manchmal geht das schneller, als man denkt, ne? Ja, ja. Alles gut? Das klappt man gar nicht, ne? Wie du was? Nee, wir haben Gott so ein bisschen rumgestillt, das ist gut. Nee, 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 ich bin einfach auch etwas schon müde. Ah, verstehe. Ja, dich, das sind die Glutenpillen. Ja, verstehe. Und daher wäre jetzt da und würde reinkommen wollen, wenn sie breit sind. Ja, natürlich soll er reinkommen. Mr. Winchester, Sie können reinkommen. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend, Sir. Guten Abend. Wie geht es Ihnen? Ja, beschissen. Beschissen, das glaub ich Ihnen. Aber die Kollegen links und rechts hier haben Humor mitgebracht, also. Ja, das habe ich schon auf der Unfallstelle gemerkt. Ja, das ist, ja. Ist schief gelaufen, war? Ist alles scheiße gelaufen in dem Moment, ne? Ja, Sie machen dem Gewehr, der Ihren Nachnamen trägt, alle Ehre. Ja, tatsächlich, also wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass mein Vater tatsächlich ein Winchester-Repetier-Gewehr zu Hause hat, dann schauen Sie mich noch schiefer an, oder? Ja. Ja, gut. Ich weiß nicht, wohin Sie schießen wollen, aber auch richtig nochmal gegen ein Auto. Ja, um Gottes Willen, Sir. Aber Sie haben mich nicht gesehen? Nein, das war so, also, ne, ich weiß nicht, Sie kennen die Kreuzungen selber, ne? Wenn man da rechts hoch schaut, dann fahre ich mit 30, 40 da rein, ich sehe kein Auto, nix, und rolle ich weiter, und dann kamen Sie schon, ne? Ich, ich, äh, bin nur noch auf die Bremse und hab so ein bisschen die Augen verschlossen und einfach gehofft, dass es nicht knallt, ne? Ja, gut. Ja, weil ich gucke eigentlich immer links und rechts. Ja, ja, glauben Sie mir, also, das mache ich auch, weil, pff, man sieht's, was gerade passieren kann, ne? Und das war, das war jetzt nicht mit extrem hoher Geschwindigkeit. Nennen Sie sich mal vor, das wäre jetzt eine Highway gewesen, Abfahrt oder so, wo man irgendwie noch mit 80, 90 Sachen gefühlt runterkommt. Na gut, das ist, ja, das kann ja auch mal passieren. Ja, ja, natürlich. Ja, äh, das Problem wird sein, ich war gerade im Dienst tatsächlich mit dem Auto. Oh nein, ich verstehe. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben, äh, Sie können das in Ihre Bucketliste streichen, Sie haben einen Pfarrer umgefahren gefühlt. Ein, ein, ein was? Ein Priester. Ach so, scheiße. Das passiert Ihnen auch nicht jeden Tag. Ja, Moment, das muss ich tatsächlich mal einmal abkreuzen, so. Ich hab zwar keine Liste, aber ich könnte mir eine schreiben. Ah ja, so, so. Ja, ja, möchten Sie mal meinen Notizblock sehen? Da stehen ganz viele komische, ich hab heute auch, okay, das hat meine Arbeitskollegin, ich hab heute einen Notizzettel geschrieben, wissen Sie? Ähm, da wurde gefragt, warum ich denn manchmal so durchgeknallt sein kann. Und dann hab ich Ihnen gesagt, ja, passen Sie auf, wenn Sie den Namen X, Y und Z nehmen, dann addieren Sie durch, ähm, den Wert Bruder, multiplizieren dann das Ergebnis mit 3,1415 durch Meriwetter, dann erhalten Sie durchgeknallt A hoch 2000. Und das passiert dann in dem Moment. Ah, Sie arbeiten bei Meriwetter? Ja, ja. Ich kenn Ihren Chef. Ja, ich glaub, wer kennt Brenton Hayden nicht? Äh, ist es schön, aber hier, das, wie gesagt, bezüglich des Autos nochmal zurück. Vielleicht tauschen wir die Kontaktdaten einfach raus. Selbstverständlich. Dann sagen Sie mir, was Sie brauchen. Bestimmt nicht billig. Öff, das, ich kann's nicht sagen im Moment. Das Auto ist halt ein Vormorgan. Ja. Warten Sie mal, ich, geben Sie mir grad mal Ihre Nummer. Oh Gott. 519, 880. Hm. 519, 800, was für den Ding, 80? 880, ja. Wie ist denn der Name? Winchester, Jonas Winchester. Jonas Winchester. Okay, ich lass mal durchklingeln, dann klären wir das irgendwie, hey. Ja, natürlich. Prima, alles hin. Müssen wir uns ja hier jetzt nicht dumm und dämlich machen. Ah ja, guck an. Wunderbar. Super. Super. Wie darf ich Sie denn einspeichern, Sir? Reverend John Foreman. Oder John Foreman, das ist mir egal. John Foreman. Mit D am Ende oder nur mit N? Foreman, also Foreman. Okay, wunderbar. Gut, aber wenn ich ganz kurz einhaken dürfte, wir müssen tatsächlich weiter. Versteht ihr euch beide? Verstehen Sie sich beide? Ich denke, da passiert nicht wirklich was. Okay. Ich glaube nicht. Ich verstehe, wir können erstmal nicht von der Anzahl abziehen, richtig, oder? Definitiv. Ich muss es sagen, sollten Sie sich nachdem, nachdem die Schmerzen abgetrunken sind, das über alles verlegen, stehen Sie sich in den Türen immer noch offen. Okay, danke schön. Dann Ihnen alles Gute und Beste und auch für Sie, Mr. Winchester. Ja, natürlich, danke Ihnen. Na, gute Beste und dann haben Sie noch mal wieder in den Dienst. Schauen Sie es gut, ciao, ciao. Und fahren Sie nicht schneller als der Schutzengel und so, ne? Niemals. Ja, danke. Scheiße, so schnell geht's. Aber das kann passieren, Hammer. Ja, natürlich. Und trotzdem ist es immer wieder scheiße. Aber wissen Sie, was ich nicht verstehe, Sir? Die zum Teufel hat mein kleiner Whitebody ihr Fahrzeug zum Drehen gebracht. Wahrscheinlich haben Sie mich unterhebelt mit dem Ding. Vielleicht, ne? Das war so tief, der Wagen ist ja relativ hoch, ne? Ja, ja, genau. Ich glaube, wäre es umgekehrt gewesen, wären Sie über mich gefahren, so. Das wäre auch scheiße. Das wäre auch scheiße, ja. Aber, ja, gut. Hat mich halt ordentlich mal durchgeschüttelt, also. Aber ansonsten, ja. Viel Glück gehabt. Ey, glauben Sie mir, was das für ein Bild macht? Ich hatte heute ein Date, das erste Mal mit der Dame unterwegs. Darf ich Ihnen noch was Lustiges sagen? Ich war auf dem Weg zu einer... Nein, ehrlich? Also zu einer Dame, einfach zum Besuch. Aber jetzt nicht richtig Date, aber ja, ich hatte so eine ähnliche Fahrt. Ach, scheiße. Ach, ja. Ich hoffe, der Dame geht's gut. Ja, es hat sie ein bisschen... Also, wisst ihr, was ich unfair finde? Hm? Mich hat's am wenigsten erwischt. Ich hab nur das Knie kaputt, irgendwie so ein bisschen. Ich hab nur ne Stütze bekommen. Glück gehabt, aber... Ja, natürlich. Ja. Na gut, aber... Ja, so passiert das halt. Ah, das hat mich echt gewundert, wie mich das weggeschleudert hat, ey. Natürlich, also... Es war ne Mischung aus Schmerz und Schock, die ich hatte, wissen Sie. Mhm. Aber ist das Schöne. Aber ich hab halt... Ne, da kamen halt noch zwei, drei Passanten, die ja auch... Einer von Ihnen kam ja dann auch so zu Ihnen zum Gucken, wie es Ihnen geht, bevor wir das Md gerufen haben. Mhm. Dann hab ich Ihnen halt auch direkt gesagt, ja, nee, hier groß was machen können Sie jetzt nicht. Nehmen Sie Ihr Fahrzeug, stellen Sie es auf die Kreuzung mit Warnblinker und dann weg vom Auto, ne? Ja, eben. Ja, mehr hätten die nicht machen können, bis Md und F-Titel war. Hätten sie auch nicht. Das ist klar. Also, die haben ja zum Glück die Straße gut gesperrt. Genau. Ich hab Ihnen halt gesagt, ey, mach einfach Straße zu Ende. Ja, eben, und dann war ja auch alles klar, aber gut, die waren auch superschnell da und haben ja superschnell geholfen, also, hätt auch anders ausgehen können. Aber hey, aber auf jeden Fall, wie gesagt, von meiner Seite aus gibt's da keinen Stress. Ich mein, ich hab die zwei Officer schon rein. Ja, ja, genau, die Officer haben auch meinen Namen, Führerschein und alles, also, treiben Sie mir, rufen Sie mich an, das ist kein Ding, ich rufe auch immer zurück. Äh, eben. Und dann klären wir das irgendwie, ne? Da müssen wir uns keinen Stress machen, also. Ja, nee. Kriegen wir alles hin. Aber ich hätte echt schwören können in dem Moment, dass sie echt richtig schnell gewesen wären. Aber das weiß man halt nicht. Ich kann's Ihnen, ich kann's Ihnen ehrlich auch nicht sagen. Ich weiß, dass ich grundsätzlich ein Mensch bin, der eigentlich gerne mal schneller fährt. Aber ich weiß, dass ich ein Mensch bin, der bei unübersichtlichen Kreuzungen, Kurven oder was auch immer, lieber bremst. Weil genau sowas ich nicht erleben möchte. Eben, das ist es halt. Das ist halt das Schwierige. Nee, deswegen, aber das kommt halt einem auch so vor. Ich meine, wie viel 50 MPH sein können, ne? Ja, ne? Wenn Sie auf dem Fußgänger laufen und dann kommt ein Auto mit 30 entgegen, ist das schon schnell. Ja, eben, eben. Von daher. Naja, aber so passiert's halt. Von daher. Ich hab nur ein paar gebrochene Ritten. Gut. Aber hey, ich will Sie aber nicht weiter abhalten, nee. Wird auch schon müde. Ja, ne? Ja. Wenn Sie irgendwas brauchen, dann melden Sie sich bitte. Alles. Ich würd mich gerne nach Hause übergeben. Machen Sie das, machen Sie das. Ja, ich wünsche Ihnen eine gute Besserung weiterhin, ne? Dankeschön, passen Sie auf sich auf. Ja, ebenso. Dankeschön. War ich zu leise? Hoffentlich. Hallo. Hi. War doch ein ganz netter, der hat sich, der hat es echt leidgetan. Nein, malhin. Naja, ich meine, was für mich. Bin ich korrekt, dass er vorbeigekommen ist? Ja, eben. Er ist ein ganz lieber, das Lustige, dass er arbeitet bei Meriwether und ich hab gesagt, ich kenn ihren Chef. Ach. Super. Nee, der war super. Er hat ja, der hat ja, meine Güte, was soll ich dem, in eine Anzeige reindrücken, ist so ein ganz lieber Typ. Ja. Ich vertraut, der hat sich hier vor dir, der hat sich hier vor dich stellt und sich entschuldigt. Macht auch nicht jeder. Gut, er hat sich nicht richtig entschuldigt, aber man hat es ihm eingemerkt, dass er es meint. Okay. Von daher vertraue ich darauf mal auf meine gute Menschenkenntnis. Aber er hat nicht zugegeben, dass er schneller gefahren ist, weil ich weiß, dass er schneller gefahren ist, gefühlt. Okay. Du kannst mir nicht sagen, dass du ein Pickup mit 30 mph weit über die Kreuzung scheuern kannst. Nee, das kann ich mir jetzt tatsächlich auch nicht so vorstellen. Aber wie gesagt, er soll einfach aufpassen, ich hoffe, er hat daraus gelernt. Ja, ich hoffe doch. Eben. Och Mensch. Ach du. Wo machst du mir Dinge, ey? Mein Mut. Warum passiert immer irgendwas, wenn David nicht da ist? Das ist echt wie verflucht, ne? Ach ja, kannst du mir ein Bild schicken. Super, ey. Guter Mann. Ach Mensch. Ach, der Damn. Tja, so ist es halt. Äh. Was denn? Mach mir Sorgen. Um was? Wie, was? Um was denn? Ja, um dich natürlich. Ach, ich bin ein paar Tage wieder fit. Dann will ich doch hoffen. Hoffe ich auch. Ich frage es nur, wie lange es dauert, bis wieder was passiert. Nochmal zurück zu dem, was ich dir eigentlich erzählen wollte, als die PD-Leute reinkamen. Ja. Tatsächlich wollte ich mich mit einer Dame treffen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Okay, okay, verstehe, verstehe. Ja, ja, das ist so eher freundschaftlich, aber weißt du, was ich meine? Nein, das war halt so, besser hättest mich nicht treffen können. Ähm. Ja. Okay. Och, Mensch. War das vielleicht Zeichen Gottes? Weiß ich nicht. Magst du mich sagen? Ich bin Priester, ich bin kein Hellseher. Ja. Was ist denn? Ja, süß. Äh. Was denn? Hör auf zu schreien, ich hab Kopfschmerzen. Ich lass dich, ich lass dich nie wieder alleine irgendwas machen, ne? Das ist schon mal los. Ach, warum denn? Ja, hallo. Du bist irgendwie immer, wenn es irgendwo brennt, bist du der Mittelpunkt. Ja, ich bin, ich bin Priester, ich muss im Gang das Geschenk sein, ich muss überhaupt jetzt mein Handy kommen. Oh, Mann. Boah. Tschüss. Meine Güte. Warum bist du nie da, wenn mir sowas passiert? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Warum wünsche ich dir, dass ich auch immer im Auto gesessen bin? Oh, oh. Nee, nee. Tja. Ich könnte jetzt einen dummen Spruch reißen. Ich bring die Familie wieder zusammen. Mit Augen und ihr. Oh, Mann, ey. Mensch. Ja. Wo ist der Stroll hier eigentlich? Ja, keine Ahnung. Der sucht, glaub ich, wieder die Polizisten, weil die irgendwie gefühlt immer den falschen Fahrstuhl nehmen. Ja, super. Ja. Toller Typ. Ja. Soll er wenigstens mal alles richtig machen. Ja, der ist gut. Aber ey, der Polizist, das war ziemlich lustig. Der eine, der hat zu mir gesagt, ah, Mr. Foreman, hatten wir nicht schon mal das Vergnügen im Handy? Und ich so zu dem, ja, naja, hab ich zu dem gesagt, ich so, sollte mal einen Kaffee trinken gehen, dann richten wir den Kreis wenigstens. Der hat gedacht, ich will ein Date mit ihm. Oh mein Gott. Ich hab mir gedacht, Digi, das ist voll schmerzendet. Oh, Mann. So, ein Scherzkeks. Lachen tut ein bisschen weh, würde ich sagen. Ja, ach, mit zwei gebrochenen Rippen ist das kein Wunder. Drei. Oh, drei, okay. Und einer Hirnschwellung. Oui. Eee, so machst du mir Sachen, ey. Was ist denn da? Ich hab Beverly auch geschrieben, dass wir was gemeinsam haben. Wir sind natürlich lieb, beide M&D. Haro hat vorhin gesagt, es gibt keine Akte zu Beverly. Echt? Ja. Weird. Weiß auch nicht. Oh, vielleicht kommt den noch oder so. Kann sein. Ich hab mir auf jeden Fall geschrieben, aber es kommt nix zurück. Vielleicht heißt der anders. Vielleicht ist es nur so ein Künstlername. Oh, nein. Nee, ich glaub, der heißt wirklich Beverly. Ach, jetzt hier wurscht. Wir werden's sehen. Ja, witzig schon. Mälen. 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 Ja. Nächste dich ausruhen. Ja, so langsam. Okay. Ja, sag Haro, er soll nicht an den Schläuchen nuckeln oder so. Ja, wenn ich ihn nochmal sehe, ich hab das Gefühl, dieses Krankenhaus ist ziemlich groß. Mhm. Und kannst du ihm ja schreiben, dass er dich abholen soll. Äh. Nee. Ich glaub, besser nicht. Du findest den Weg, meinst du? Ja, ja. Kannst du auch hin? Ich vertraue nicht. Ich vertraue Haro nicht. Ich vertraue nicht. Wahrscheinlich lande ich dann doch irgendwo auf dem Dach oder so. Du landest dann irgendwo so in dem Raum, wo die Leute dann, ähm, dass es kremiert werden, also wo die dann... Wahrscheinlich die Leichenhalle oder so. Ja, genau, Leichenhalle. Besser nicht. Tja. Oder doch. Ich weiß es nicht. Es bleibt ein Geheimnis. Ach, kleiner Scherz-Kekse. Ey, ey, das ist meine Nase. Das ist meine Nase in Ruhe. Ja, die ist noch ganz, weißt du, die ist noch ganz. Da darf ich. Ja, gut, wir wissen es, die. Ne. Oh, Mann. Ja, gut, dann lass ich dich mal, dich ausruhen, ne? Na, gut, grüß, Misha, lieb von mir noch. Läd' ich machen. Meldest du dich, wenn du aufwachst oder wenn du abgeholt werden musst, dann düse ich sofort hierher. Machen wir, machen wir. Okay, perfekt. Gut hier. Okay. Dann schlaf gut und roh dich schön aus. Dankeschön. Und pass auf dich auf. Natürlich. Nicht schneller als der Schutzengel fahren. Niemals. Ich fahre nie zu schnell. Bleibt mein Hauptspruch jetzt. Ja, das ist ein sehr guter Spruch. Ja, das ist Wahnsinn. Und Hände über die Bettdecke, sag ich auch immer. Ja, brauche ich ja jetzt nicht mehr. Was? Okay. Ja, gut. Gut, dann schlaf gut. Dann soll Misha, nein, nein, behalte die Hände unter der Decke. Alles gut. Macht, was ihr wollt. Ist mir scheißegal. Ihr kriegt meinen Segen. Oh, das ist aber sehr nett von dir. Ja, ja, ja. Mal heiraten, dann gebe ich dir Bescheid. Okay. Ja, bitte, dann mache ich dicke Wachzeit und so. Ja, Mann. Ich saufe dann. Und du bist mein Mann dafür, okay. Ja, ja. Ich saufe dann einfach, bis ich unterm Tisch bin. Und dann mache ich besoffen die Hochzeit. Ja, okay. Kein Problem. Ja. Und ihr werdet es wahrscheinlich lustig finden. Definitiv. Liebe Gewalt. Ich freue mich, Alter. Ich freue mich für dich, dass du dein Checker geholt hast. Du bist so bescheuert. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass wir uns kennengelernt haben, sonst würdest du das nicht sagen. Ja, das ist ja wohl wahr. Also Schnecke, mach dich ruhig auf. Ja, okay. Mach keinen Scheiß hier. Nein, nein. Wehe, du fällst nachts aus dem Bett, oder so. Nein, 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 nein. Dann wird mich Haro aufsammeln oder so. Oh mein Gott. Ja, dann falle erst recht nicht aus, weil... Das wird schon. Okay, perfekt. Guti. Also dann, du meldest dich ja. Jo. Okay, schlaf gut. Tschüss. Du auch, tschüss. Danke. Tschüss. Mmh. 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 Hat sie mich eigentlich ausgetragen? Ne, hat sie nicht. Egal. Gut, ich würde sagen, Jalla Abfahrt, Schüsselkowski, ich finde John ist halt ein gnädiger Typ und er will halt auch, dass es den Leuten, dass die Leute sich nicht, dass es denen nicht scheiße geht. Er hat es ja versucht, er hat sich ja nicht wirklich entschuldigt, aber er hat das ja auch nicht so gemeint. Und ey, alles cool. Gut. Von daher gute Nacht, hab euch lieb und bis morgen. Ciao, ciao. !